Wer ist Chef vom Buchenauerhof? Erzählungen aus der Anfangszeit der DMG von Elisabeth Schell und Dorle Pusch. Idyllisch zwischen Wald und Feld liegt der Buchenauerhof bei Sinsheim, die Heimatzentrale der Missionsgemeinschaft DMG. Seit 1971 werden von hier aus Missionare in aller Welt betreut. Elisabeth Schell, DMG-Mitarbeiterin der ersten Stunde, erzählt, wie alles begann. Ihre Erlebnisse laden Kinder und Erwachsene zum Staunen ein. Sie wurden von Dorle Pusch aufgeschrieben und handeln zum Beispiel vom Eintopfwunder, Renovierungsschweinen, Baumaßnahmen mit Luxustapete und vor allem von den Menschen, die sich seit 1951 in der weltweiten Arbeit engagieren. 2021 wird die DMG 70 Jahre alt und feiert außerdem das 50-jährige Jubiläum auf dem Buchenauerhof. Aus diesem Anlass schauen wir dankbar zurück und staunen über das, was Gott geschenkt hat. Die Geschichten machen Mut, Gott ist treu und wirkt weltweit. Er überrascht und segnet die, die mit ihm unterwegs sind. Wir wollen uns in Zukunft weiterhin von ihm gebrauchen lassen. Sie auch? Über die Autorinnen Die vorliegenden Begebenheiten wurden etwa 1985 von Elisabeth Schell erzählt, die die Gründung und Geschichte der DMG von Anfang an miterlebt hat. Dorle Pusch war mit ihrem Mann, Carsten und vier Söhnen von 1974 bis 1982 über die DMG in Westafrika tätig. Sie stellte später die Erzählungen von Schwester Liesel schriftlich zusammen. Das Buch berichtet über die Gründung der DMG und über die ersten Jahre in der Heimatzentrale auf dem Buchenauerhof bei Sinsheim. Elisabeth Schell wählte eine einfache Sprache, damit ihre Berichte auch für Kinder verständlich sind. Wir haben die Inhalte bewusst im Original belassen, auch wenn sich manches verändert hat oder wie es heute anders ausdrücken würden. Das DMG-Redaktionsteam hat die Texte daher nur leicht überarbeitet und dabei die Rechtschreibung dem aktuellen Stand angepasst. Das gedruckte Buch erscheint 2021 anlässlich des Jubiläumjahres 50 Jahre DMG auf dem Buchenauerhof. Heimkehr zum Buchenauerhof Aufgeregt späten die Kinder der Missionarsfamilie aus dem Flugzeug. Jetzt kam man immer tiefer, setzte schließlich auf und rollte über die Landebahn. Die Passagiere holten ihre Taschen aus dem Gepäckfach, zogen die Mäntel an und verabschiedeten sich von der Steuartes. Wer holt uns ab, wollten die Kinder der Missionarsfamilie nun wissen. Irgendjemand vom Buchenauerhof, meinte die Mutter. Haben wir denn alle Platz im Auto, wir alle sechs und die Koffer und die Taschen? Keine Sorge, beruhigte sie der Vater. Wir sind schließlich nicht die erste Missionarsfamilie, die vom Flughafen abgeholt wird. Am Buchenauerhof hat man doch Übung. Beruhigt trabten alle durch die große Halle des Frankfurter Flughafens. Was war heute bloß hier los? Überall Leute. Leute mit Koffern, Leute mit Umhängetaschen, Leute mit Aktenmappen, Leute, die suchten, Leute, die warteten, Leute, die eilig rannten. Dort drüben, da winkte doch jemand mit einem Blumenstrauß. Das sind ja Grübers, rief die Mutter ganz erfreut. Richtig, da standen sie und lachten und sagten, herzlich willkommen in der Heimat. Und wie man nun lange Hände geschüttelt und die Frauen sich umarmt und den Kindern auf die Schulter geklopft hatte, da hatte man es nicht eilig, zum Auto zu gehen. In fünf Minuten kommt Ruth aus Thailand an. Die nehmen wir auch gleich mit zum Buchenauerhof. Auf, erklärte Herr Dr. Grüber. Ruth aus Thailand. Bald darauf stand sie da und lächelte. Hallo, ihr kommt von Afrika. Ich kenne euch vom Bild im Gebetskalender. Wir kennen dich auch vom Bild im Gebetskalender, aber jetzt siehst du schon aus wie eine junge Dame. Man begrüßte sich herzlich, obwohl man sich persönlich kaum kannte. Aber schließlich gehörte man zur selben großen Familie der deutschen Missionsgemeinschaft. Jahrelang hatte man die Missionsberichte gelesen und füreinander gebetet. Nun kamen vom Einsatz zurück, die einen von Afrika, die anderen von Asien. Und man war sich trotzdem nicht fremd. Nun kann's losgehen. Schwester Liesel wartet schon, bemerkte Herr Dr. Grüber und schob den Gepäckkarren zum Ausgang. Draußen stand ein geräumiger Kleinbus. Alle hatten Platz, auch alle Koffer und Taschen. Nach einiger Zeit verließ man die Autobahn und fuhr über Landstraßen durch Felder und Dörfer. Buchenauerhof, vier Kilometer. Stand da auf dem Schild. Früher hatte es solche Schilder nicht gegeben. Wen hatten schon die drei oder vier Häuser in dieser kleinen Ortschaft interessiert? Aber seitdem die deutsche Missionsgemeinschaft dort ihre Zentrale und eine Heimat für Missionare gebaut hatte, fragten so viele Autofahrer nach dem Buchenauerhof, dass Hinweisschilder aufgestellt wurden. Nach ein paar Kurven sah man schon die Häuser. Der Buchenauerhof, riefen die Kinder. Wer ist eigentlich sonst noch da? Wollten sie nun von Frau Grüber wissen. Letzte Woche kamen Sportmanns aus Panama und Böslers aus Äthiopien. Die neue Kandidatenfamilie hat auch Kinder in eurem Alter. Langweilig würde es also bestimmt nicht werden. Nun hielt der Bus vor dem Eingang. Ein großes Schild prangte über der Tür. Herzlich willkommen! Da erschien auch schon Schwester Liesel zur Begrüßung. Sie lachte herzlich und rief, da seid ihr ja endlich! Und hinter ihr tauchte Schwester Marta auf und Schwester Hilde und Bruno Herm und Elfriede kam vom Computer und der Erich aus dem Garten und der Oskar Nagel aus der Werkstatt und die Christel vom Telefon und die Schwester Erna aus der Küche und, und, und. Aber, die kennt ihr ja womöglich gar nicht. Wart ihr denn noch nie am Buchenauerhof? Und, die DMG? Habt ihr denn wenigstens davon schon gehört? Auch nicht? Ja, du liebe Zeit! Wenn das so ist, dann gibt es aber eine Menge zu erzählen. Also, sucht euch einen gemütlichen Sessel oder lagert euch bequem auf dem Teppich und dann geht's los mit der wundersamen, spannenden Geschichte der Mission am Buchenauerhof. Jeder hat mal klein angefangen. Das stimmt. Jeder Mensch war mal ein Baby, jeder Baum ein Bäumchen und jeder Professor ein Schulanfänger. Auch die deutsche Missionsgemeinschaft hat mal klein angefangen. Aber, bevor ich mit dem Erzählen beginne, einigen wir uns erstmal auf die Abkürzung DMG. Denn das ist viel praktischer. Als die Geschichte anfing, da kannte noch gar niemand die DMG. Es gab sie nämlich überhaupt nicht und eigentlich hatte auch keiner vor, sie zu gründen. Keiner von den Menschen, muss ich besser sagen, denn Gott hatte es sehr wohl vor. Woher ich das weiß? Weil Gott schon lang vorher angefangen hat, einige Menschen vorzubereiten, sie zu behüten und zu führen, damit sie seinen Plan einmal ausführen sollten. Einer dieser Menschen war Herr Beck, der als Soldat im Krieg in großer Gefahr war. Viele seiner Kameraden starben bei den Kämpfen. Er betete, Herr, wenn du mich hier gesund herausbringst und wieder nach Hause zu meiner Familie, dann will ich dir aus Dankbarkeit dienen. Und Gott brachte ihn wirklich wieder gesund nach Hause. Die Jahre vergingen. Hatte denn Gott keine Aufgabe für ihn? War er vielleicht schon zu alt? Zwei seiner Söhne wurden von Gott in die Missionsarbeit geschickt, aber er selbst arbeitete in seinem Beruf und wusste immer noch nicht, was Gott von ihm wollte. Bis er mit seiner Frau zu einer Missionskonferenz in die Schweiz fuhr. Dort in der Bibelschule Beatenberg hörte er von jungen Christen, die ihre Ausbildung abgeschlossen hatten und nun in die Missionsarbeit ins Ausland gehen wollten. Dabei brauchten sie Hilfe. Sie suchten Christen in Deutschland, die für sie beten würden. Irgendjemand musste ihnen jeden Monat das Geld für Essen, Kleidung und Wohnung schicken und sie brauchten Ratschläge zu allen Reisevorbereitungen. Zusammen mit anderen deutschen Konferenzteilnehmern betete Herr Beck um Gottes Leitung und als Antwort auf diese Gebete gab Gott ihnen eine Idee ins Herz. Wir gründen eine Missionsgemeinschaft. Wer gern Geschichtszahlen lernt, kann sich das genaue Datum merken. 8. September 1951 Gründung der DMG Nun braucht eine Mission natürlich eine Adresse und jemand, der die Arbeit macht. Da mussten jetzt Leute gesucht werden, die für Missionare beten und spenden wollten. Mit ihren Anschriften musste man eine Kartei zusammenstellen und Rundbriefe verschicken, um Gebetsanliegen und Nachrichten mitzuteilen. Und wer sollte diese Arbeit tun? Herr Beck überlegte. Er wollte doch schon so lange Gott dienen. Sollte dies etwa... Du, das ist unsere Aufgabe, raunte ihm da vernehmlich im vertrauten Schwäbisch seine Frau zu. Und er wusste, dass sie recht hatte. So wurde die Arbeit der DMG seine neue Feierabendsbeschäftigung. Er schrieb einen Brief an alle Leute, die er kannte, und an alle Adressen, die er von den anderen DMG-Mitgliedern bekommen hatte. Natürlich eröffnete er auch ein Missionskonto bei der Bank. Bald wussten es viele Christen, es gibt jetzt in Korntal bei Stuttgart in der Kulengasse 6 eine DMG. Viele wollten gern mitmachen und für Missionare beten. Manche zahlten gleich ein Missionsopfer auf das neue Konto ein. Da hatte Herr Beck wieder neue Arbeit, denn für jede Überweisung schrieb er ein herzliches Dankeschön und legte eine sorgfältige Buchführung an. Die jungen Missionare ließen gar nicht lange auf sich warten. Helmut Gärtner wurde als erster DMG-Missionar nach Spanien ausgesandt. Dann wurde Gotthold Beck nach Japan geschickt, Karl-Heinz Berger nach Brasilien, Gottfried Liebenau und Bruno Herm nach Äthiopien. Und so ging es immer weiter. Bis heute kann man da keinen Schlusspunkt setzen. Denn bis heute schickt Gott Missionare in die ganze Welt. Wozu man überhaupt Missionare braucht? Jetzt denken bestimmt einige, Moment mal, Missionare? Wozu braucht man die denn eigentlich? Was tun die denn bloß in der ganzen Welt? Also, Missionare sind Leute, die in allen möglichen Ländern reisen und dort den Menschen das Evangelium bringen. Das ist noch so ein Fachausdruck, Evangelium. Auf Deutsch heißt das frohe Botschaft. Aber wozu brauchen die Menschen in allen möglichen Ländern das Evangelium? Sind die nicht auch so ganz glücklich und zufrieden? Wenn man da nur mal die Indianer nimmt. Die Kinder brauchen womöglich gar nicht in die Schule, müssen keine Vokabeln und kein Einmaleins pauken und nicht ewig Rechtschreibung üben. Sie können den ganzen Tag nach Herzenslust angeln, mit Pfeil und Bogen schießen und die Vögel beobachten. Im Urwald gibt es keinen Benzingestank, keine Verkehrstoten, keine ungesunden, gefärbten Süßigkeiten und kein zweifelhaftes Fernsehprogramm. Da klingelt kein Telefon und kein Wecker. Da ist es immer schön warm. Die Sonne lacht am blauen Himmel. Man schaukelt gemütlich in der Hängematte. Die Feldarbeit ist gesund und umweltfreundlich. Manche Leute stellen sich also die Sache so ähnlich wie das Paradies vor. Aber überlegt mal, im Paradies gab es eine Schlange. Die verführte die Menschen zum Bösen. Sie wurden Gott ungehorsam und bekamen ein schlechtes Gewissen. Sie wurden von Gott bestraft und aus dem Paradies vertrieben. Seitdem gibt es kein Paradies mehr, auch wenn es in manchen Ländern mit Papageien, Palmen und Pampelmusenbäumen und Hibiskusblüten so aussieht. Seit dem Ungehorsam damals ist überall der Wurm drin. Ihr habt bestimmt schon mal in einen wurmstichigen Apfel gebissen. Von außen war er so rotbackig und blank und innen hatte ein dicker Wurm alles verdorben. Da verzieht man nur noch das Gesicht und spuckt den Bissen voll Ekel aus. Genau so ist es mit allen Menschen auf der ganzen Erde. Egal wie schön ihr Land ist oder wie bunt und prächtig sie gekleidet sind, egal wie herrlich braun ihre Haut ist, es ist überall der Wurm drin. Und dieser Wurm ist die Sünde, zu der der Teufel sie verführt. Da kennen die Indianer giftige Pflanzen, mit denen man Feinde umbringen kann. Da leben Menschen in einer unvorstellbaren Angst vor den bösen Geistern oder vor den Verstorbenen. Sie bringen ihnen Opfer, um sie zu versöhnen. Manchmal hungern sie selbst, nur um den Götzen etwas opfern zu können. Da hat man unbarmherzige, qualvolle Regeln aufgestellt, nach denen Kinder erzogen und alte Leute beseitigt werden. Da kennt man Neid, Hass, Streit, Krieg und Rache, aber keine Barmherzigkeit, keine Frieden, keine Liebe. In vielen eingeborenen Sprachen gibt es nicht einmal Wörter dafür. Woher kommt denn das bloß? Bei den Menschen ist der Wurm drin. Sie kennen nur die bösen Geister und damit den Teufel. Der Teufel bringt Hass, Neid und Streit. Die anderen Eigenschaften wie Liebe, Vergebung und Frieden gehören zu Gott. Und Gott kennen sie gar nicht. Viele haben noch nie von ihm gehört. Nehmen wir nun wieder das Wort Evangelium. Solchen Menschen muss man das Evangelium bringen. Nämlich die frohe Nachricht, dass es einen Weg aus der Sünde gibt. Einen Weg von Rache, Krieg und Angst. Man muss ihnen sagen, Gott der Schöpfer sandte seinen Sohn Jesus Christus. Der trug die Strafe für unsere Sünde. Er nahm unser Todesurteil auf sich und starb für uns. Nun ist der Weg zu Gott wieder frei. Nun gibt es die Möglichkeit, dass unsere Sünde vergeben wird. Wir können neu anfangen. Wir können von der Unterdrückung durch den Teufel frei werden. Und dann muss man den Menschen erklären, wie man zu Gott kommt. Gebt eure Sünde zu. Sagt Gott ehrlich alles Böse, das ihr getan habt und bittet um Vergebung. Dank dem Sohn Jesus dafür, dass er eure Strafe übernahm. Bittet ihn um ein neues Leben unter seiner Leitung. Damit die Menschen einem diese enorm wichtige, total unbegreifliche Botschaft glauben, muss man sich erstmal mit ihnen anfreunden. Man muss ihre Sprache lernen, mit ihnen leben, ihre Gedanken verstehen und auf ihr Vertrauen gewinnen. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern dauert manchmal viele Jahre. Aber die Mühe lohnt sich. Zuerst begreift es plötzlich einer, warum der Fremde, der Missionar gekommen ist, dann sein Nachbar, seine Frau, sein Vater und dann immer mehr. Je mehr der Missionar ihnen von Gott und seinem Sohn Jesus Christus erzählt, je mehr er ihnen die Bibel erklärt, desto kleiner wird ihre Angst vor dem Bösen Geistern. desto größer wird ihr Vertrauen zu Christus, dem Erlöser. Wie unwahrscheinlich froh sind diese Menschen dann. Sie sind von einem schweren Druck befreit. Sie spüren einen Frieden, den sie nie für möglich gehalten hätten. Sie erfahren Gottes Liebe und können auf einmal nicht nur die Verwandten und Nachbarn lieben, sondern sogar die Feinde. Sie erleben Freude, Dankbarkeit und dichten neue Lieder. Klagende, unheimliche Beschwörungsgesänge verwandeln sich in fröhliche, dankbare Loblieder zu Gottes Ehre. Und noch etwas hat sich dann verändert. Erzählt man sich vorher düstere Vermutungen, angstmachende Behauptungen über das Leben nach dem Tod, so hören die Leute jetzt etwas von der Herrlichkeit Gottes, von den himmlischen Wohnungen, die Jesus für alle vorbereitet, die ihn in ihr Leben aufnahmen. Wenn dann jemand stirbt, dann muss da nicht mehr das trostlose Klagegeschrei angestimmt werden. Denn wenn er das Evangelium gehört und angenommen hat, dann wissen die Angehörigen, dass der Tote nun bei Gott ist. Das ist nun ein langes Kapitel geworden. Wenn es schwierig war, alles richtig zu verstehen, dann lest es ruhig ein zweites Mal durch oder hört es ein zweites Mal an. Es ist nämlich ganz wichtig, dass alle begreifen, wozu man überhaupt Missionare braucht und warum alle Menschen das Evangelium hören müssen. Herr Beck hat viel Arbeit Dong, Dong, Dong Zwölfmal schlug ganz vernehmlich die Kirchtumuhr. Herr Beck unterbrach überrascht seine Arbeit. Was, schon wieder Mitternacht? dachte er. Dann musste er doch allmählich aufhören, obwohl es noch so viel zu tun gab. Während er die Buchführung zuklappte und ein wenig Ordnung auf dem Schreibtisch machte, gingen ihm wieder die Gedanken durch den Kopf, die ihn seit einiger Zeit beschäftigten. Wie lange konnte es noch so weitergehen? In den vier Jahren, seitdem die DMG gegründet wurde, waren zwölf Missionare ausgesandt worden. Über tausend Missionsfreunde beteten für diese Missionare und warteten auf Nachrichten von ihnen. Da waren neue Missionskandidaten, mit denen man über ihre Zukunft reden musste. Da waren Schiffsreisen zu buchen und Frachtbriefe für das Gepäck auszufüllen. Da war die umfangreich gewordene Buchhaltung. Und eigentlich musste man noch so viel mehr tun. Was waren tausend Missionsfreunde, wenn man an all die Arbeit dachte, die es auf der ganzen Welt zu tun gab? Wenn er doch öfter in den Gemeinden von der Missionsarbeit erzählen könnte, damit noch mehr mithalfen. Herr Beck seufzte. Gewiss, ein wenig Arbeit nahm ihm seine Frau und die Schwiegertochter ab, aber das meiste blieb doch liegen bis zum Abend, wenn er vom Dienst heimkam. Er hatte schon in der Bibelschule Beatenberg angefragt, ob nicht einer der Absolventen seine Aufgabe im Missionsbüro sehen könnte, aber bis jetzt hatte sich noch niemand gemeldet. In mehreren Vorstandssetzungen der DMG hatte man schon darüber gesprochen und zu Gott um Hilfe gebetet. Am besten wäre eine erfahrene Sekretärin, die sich in allen Büroarbeiten auskannte. Ob Gott bald eine schicken würde? Herr Beck faltete die Hände und schloss den langen Tag mit Gebet ab. Auch seine Sorgen sagte er noch einmal Gott und ging dann müde und doch erleichtert schlafen. Und was tat Gott? Er hatte schon lange jemanden für die Arbeit der DMG vorbereitet. Er schickte allerdings keine erfahrene Sekretärin, sondern ein Mädchen, das gerade erst so einigermaßen das Maschinenschreiben gelernt hatte und nicht einmal eine deutsche Schulausbildung besaß. Ja, hatte Gott da einen Fehler gemacht? Natürlich nicht, das meinen wir Menschen oft bloß. Denn viele Jahre später, als diese erste von Gott geschickte Bürohilfe die Hausmutter der DMG wurde, da wusste man, warum es ausgerechnet Elisabeth Schell sein musste. Ihre Geschichte ist so interessant, dass ihr sie ganz von vorn hören sollt. Wie Gott plant und führt Wisst ihr, wo Jugoslawien liegt? Da fährt man also durch ganz Deutschland durch bis zur österreichischen Grenze. Dann fährt man durch ganz Österreich, durch immer Richtung Süden bis zur jugoslawischen Grenze. Dann ist man dort. Elisabeth hat die Reise aber genau anders herum gemacht. Sie stieg in Jugoslawien in den Zug und fuhr durch Österreich und Süddeutschland bis nach Tübingen. Das war auch keine Urlaubsfahrt wie bei euch, falls ihr schon mal dort wart. Denn Elisabeth kam nach Deutschland, weil sie so gerne Kindergärtnerin werden wollte. Die Mutter hatte ihr geholfen, den Koffer und den großen Rucksack zu packen. Da hatte sie nicht nur ihre Kleidung drin, sondern auch einen ganzen Schinken und noch andere Lebensmittel. Ihr müsst wissen, dass Elisabeth im Jahr 1942 auf die Reise ging. Das war gerade im Zweiten Weltkrieg und da gab es in Deutschland nicht alles zu kaufen, wie heutzutage im Supermarkt. Beim Abschied war das Herz der Mutter noch viel schwerer als der Rucksack mit dem Schinken. Elisabeth war nämlich von ihren zehn Kindern das Jüngste und trotzdem das Einzige, was sie noch hatte. Die neun älteren Brüder waren alle schon gestorben, auch ihr Mann war schon tot. Und nun fuhr ihre 15-jährige Elisabeth davon. Sie blieb ganz allein und weil sie Gott nicht kannte, konnte sie auch nicht für ihre Tochter beten, sondern musste sich Sorgen machen. Vor der Berufsausbildung musste Elisabeth ein Haushaltsjahr machen, so wie eine einjährige Internatsschule für Mädchen, die keine deutsche Schulausbildung hatten. Neben dem normalen Schulfächern gehörte auch Hauswirtschaft zum Lehrplan. Sie lernte fachmännisch bügeln, kochen genau nach Rezept, das Bedienen von Gästen und wie man richtig ein Zimmer putzt. All das war für eine zukünftige Hausmutter von großer Wichtigkeit. Nur das wusste Elisabeth natürlich nicht. Vor Beginn der Lehre musste man ein Gesundheitszeugnis einreichen und diese ärztliche Untersuchung brachte für Elisabeth das Ende ihrer Wünsche und gehörte doch zu der Karriere, die Gott ihr zugedacht hatte. Hätte sie Gott nur als den allmächtigen, persönlichen, liebenden Vater gekannt. Aber nun lag sie isoliert und einsam in ihrem kranken Stübchen und haderte mit ihrem Schicksal. Man hatte offene Tuberkulose festgestellt. Gab es denn überhaupt einen Gott? Achtete er auf die Menschen? Warum griff er nicht ein? Und was kam nach dem Sterben? Niemand war da, der diese Fragen beantworten konnte. Nach drei Monaten kam das todkranke Mädchen in eine Lungenheilstätte in den Schwarzwald. Wie viele musste es da über sich ergehen lassen? Eine Lungenoperation, das wöchentliche Anlegen des Pneumothorax, dauerndes Punktieren der Lunge und vor allem strengste Bettruhe. Da kam eine gläubige Frau in die Heilstätte. Als sie hörte, wie ernst es um die Kranke stand, machte sie einen Besuch in ihrem Zimmer und fragte, Weißt du, wo du nach dem Sterben hingehst? Das kann doch niemand wissen. Wenn wir sterben, sind wir tot. Diese Frau kam nun täglich zu ihr. Sie brachte ihre Bibel mit und las daraus vor. Sie erklärte das Evangelium und betete für die Kranke, bis diese ihr Leben Jesus übergab. Jeden Tag hielten sie weiter ihre ganz private Bibelstunde. Als es Elisabeth allmählich besser ging, betete sie, Lieber Vater im Himmel, du kannst mich wieder ganz gesund machen. Mein Leben soll dann dir gehören und ich möchte so gern die Botschaft der Bibel nach Jugoslawien bringen. Nach weiteren vier Jahren Arbeitsunfähigkeit erhielt Elisabeth eine Arbeitsstelle in Stuttgart. Dort wurde sie in den Jugendkreis eingeladen, den eine Schwester, Juli Bossert, leitete. Es ging in diesem Kreis nicht um Unterhaltung und Hobbys, sondern um ernsthaftes Bibelstudium, treues Gebet und kompromisslose Nachfolge. Kein Wunder, dass sich im Laufe der Jahre 20 junge Leute in Jesu Dienst rufen ließen und zuletzt Juli Bossert im fortgeschrittenen Alter selbst noch als Missionarin ausreiste. Elisabeth genoss es wieder, gesund zu sein und entdeckte plötzlich so manches im Leben, was sie nicht verpassen wollte. Aber die Gebete dieser Jugendgruppe brachten sie wieder ganz zu Jesus zurück, sodass ihr sogar das Versprechen von damals wieder einfiel. Hatte sie nicht mit dem Evangelium nach Jugoslawien gehen wollen? Noch im selben Herbst wurde Elisabeth Bibelschülerin in Beatenberg in der Schweiz, denn nach aller praktischen Ausbildung nach Bekehrung und Wiedergeburt brauchte Gottes zukünftige Dienerin jetzt eine gute geistliche Grundlage. Im vierten Semester der Bibelschulausbildung befiel Elisabeth eine große Unruhe, die sie immer wieder neu im Gebet vor Gott brachte. Wie sollte sie nach Jugoslawien kommen? Mit welcher Mission oder Gemeinde konnte sie dort arbeiten? An wen sollte sie sich wenden? Da wurde sie zur Schulleitung gerufen und gefragt, sind sie bereit, zu DMG zu gehen? Dort wird ganz dringend jemand für Büroarbeit gebraucht. Büroarbeit? Aber das habe ich doch noch nie gemacht. Das liegt mir auch gar nicht. Ich möchte lieber mit Menschen zu tun haben. Wenn es wirklich keine Möglichkeit für Jugoslawien gibt, kann ich vielleicht lieber Gemeindehelferin werden? Wir glauben, dass sie in die DMG gehören. Gehen Sie in die Stille und bitten Sie den Herrn um Klarheit. Gehorsam tat Elisabeth, wie ihr befohlen wurde. Nachdem sie, noch ein zweites und ein drittes Mal vor die Schulleitung zitiert, nach ihrer Entscheidung gefragt und wieder in die Stille abkommandiert worden war, entschloss sie sich, nicht länger an der verschlossenen Tür nach Jugoslawien zu rütteln, auch nicht auf andere Angebote in ferner Zukunft zu warten, sondern gehorsam den Weg zu beschreiten, der da offen vor ihr lag. Bevor ich euch erzähle, wie es ihr dabei ergangen ist, sollt ihr noch wissen, wie es mit Elisabeths Mutter weiterging. Sie ist später nach Deutschland gekommen und hörte von irgendjemand das Evangelium. Auch sie übergab ihr Leben Jesus. Und als Mutter und Tochter sich wieder sahen, da machten sie eine tolle Entdeckung. Beide lasen in der Bibel, Beide hatten eine Bekehrung erlebt und beide beteten. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein frohes Wiedersehen war? Die dreifache Schnur Am 1. Dezember 1955 machte Elisabeth sich auf die Reise zu ihrer neuen Arbeitsstelle. Natürlich wurde sie am Bahnhof abgeholt und sogar von einer Missionskandidatin, die sie gut kannte. Was gab es da alles zu erzählen, als man auf dem Weg zu Familie Beck war? An der Haustür zur Kulengasse 6 blieben die beiden stehen und die Kandidatin wollte sich plötzlich ausschütten vor Lachen. Ach, wie dumm, rief sie. Ich bin extra mit dem Handwagen zum Bahnhof gekommen, damit wir dein Gepäck nicht schleppen müssen und nun haben wir den Koffer getragen und den Handwagen am Bahnhof stehen lassen. Sprach's und lief zurück zum Bahnhof, während Elisabeth mit beklommenen Herzen die Treppen hochstieg. Je höher sie kam, desto mehr roch es nach frisch gebackenem Zwiebelkuchen. Und da wurde auch schon ganz oben die Wohnungstür geöffnet. Da kommt ja meine Liesel, rief Frau Beck voll Freude und schloss die fremde Bibelschülerin mit großer Herzlichkeit in die Arme. Bald saß man miteinander um den Tisch und genoss den guten Zwiebelkuchen. Elisabeth fühlte sich sofort wie zu Hause, gerade so, als sei sie nach langer Zeit heimgekehrt. Kein Wunder, dass man gleich das Du verabredete und das Ehepaar Beck zu Vater und Mutter Beck wurden. Nach dem Abendessen wurden sie in die Städte ihres zukünftigen Wirkens geführt, einem Zimmerchen mit schrägen Wänden außerhalb der Wohnung. Das Mobiliar war gerade so bescheiden wie der Raum selbst, ein hoher Kanonenofen, ein schmales Bett, ein alter Tisch, ein betagter Schrank und ein Stuhl, dessen löchrige Sitzfläche mit einem flachen Kissen abgedeckt war. Das ist also die Missionszentrale der DMG, dachte Elisabeth. Wer weiß, wo nun mein Zimmer ist, in dem ich wohne. Als sie dann fragte, gab es erstaunte Gesichter und die Antwort fiel recht knapp und präzise aus. Dein Zimmer? Das ist hier. Elisabeth sah sich ratlos um. Aber wo las ich denn meine Sachen? Das war doch kein Problem. Was aufgehängt werden musste, hatte in Becks Wohnung im Kinderzimmerschrank noch Platz. Die Wäsche konnte im Koffer bleiben und unters Bett geschoben werden. Gab es sonst noch Fragen? Nein? Nun, dann konnte die Arbeit ja beginnen. Elisabeths Hauptaufgabe war es, tagsüber all das vorzubereiten, was abends, wenn Vater Beck heimkam, erledigt werden musste. Natürlich gehörte dazu, dass sie die eingegangene Post öffnete und die Spendeneingänge verbuchte. Was waren gerade die Spendeneingänge für eine spannende Sache? Viele Missionsfreunde hatten sich zu monatlichen Beiträgen von 1 D-Mark verpflichtet, manchmal auch zu 2 D-Mark oder zu 5 D-Mark. Damals verdiente man viel weniger und 5 D-Mark war schon ein Opfer. Waren nun Spenden von 10 D-Mark oder 20 D-Mark eingegangen, was ganz selten vorkam, sogar von 50 D-Mark, dann konnte Elisabeth solche Freude unmöglich für sich behalten. Schnell lief sich hinüber in Becks Wohnung. Mutter Beck, eine Spende von 20 D-Mark. Und Mutter Beck ließ ihre Arbeit liegen, egal ob es die Wäsche oder das Kochen war, und freute sich von Herzen mit. Da müssen wir erst mal dem Herrn danken, sagte sie jedes Mal bewegt, und beide falteten da, wo sie gerade waren, die Hände und dankten miteinander dem Vater im Himmel für seine Treue. Ein ganz besonderer Brief war der grüne Umschlag, der jeden Monat einging. Sorgfältig in Seidenpapier eingewickelt lag darin ein 100-Mark-Schein. Und auf dem beigefügten Zettel stand jedes Mal mit Schreibmaschine getippt ein Lamm ohne Fehl. Das war alles. Nie ein Absender, nie ein anderer Hinweis. Vielleicht wundert ihr euch über die sonderbare Bemerkung. Ein Lamm ohne Fehl ist ein Lamm ohne Fehler. Es ist also nicht blind oder lahm oder kränklich. Und genauso ein kerngesundes, fehlerfreies Lamm sollten die Israeliten damals nehmen, wenn sie Gott ein Opfer bringen wollten. Das Beste sollten sie Gott opfern und nicht womöglich ein Tier, das sowieso nicht viel wert war. Gott hat für uns Menschen auch das Beste geopfert, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Und der Absender des grünen Umschlages wollte auch das Beste für Gott geben. Darum legte er den Zettel zu dem wertvollen Schein »Ein Lamm ohne Fehl«. Entdeckte nun Elisabeth unter der Post den vertrauten grünen Umschlag, so stürzte sie gleich hinüber und rief schon von Weitem »Mutter Beck, das Lamm ist wieder dabei«. Und natürlich wurde jedes Mal ganz besonders für das Lamm gedankt. Nein, Elisabeth Schell wurde keine versierte Bürokraft, die fachmännisch nur ihre Pflichten erfüllte. Sie investierte von Anfang an ihr ganzes Herz und erlebte es wie ein persönliches Geschenk, wenn an alle Missionare der monatliche Unterhalt geschickt werden konnte. Alle unbekannten Aufgaben begann sie mit Gebet. Da ihr niemand zuhörte, wenn sie da in ihrem Dachkämmerchen herumwerkelte, konnte sie alles ganz ungestört mit Gott besprechen. Heute Abend vervielfältigen wir den Rundbrief, hatte Vater Beck ihr eines Morgens gesagt. Damals verschickte die DMG noch keine gedruckten Missionsberichte, sondern vervielfältigte die Gebetsanliegen und Nachrichten selbst mit dem Kopiergerät. Das war natürlich kein Fotokopiergerät, wie man sie heute überall hat, sondern eine unförmige Maschine mit einer Walze. Das Original, man nennt es Matrize, wird um diese Walze gelegt und mit schwarzer Farbe und einem Stapel Saugpostpapier kann man dann Vervielfältigungen machen. Als nun Elisabeth später in ihrer Zentrale saß, dachte sie an den Abend und dass sie bestimmt wieder bis Mitternacht mit dem Rundbrief beschäftigt sein würde. Sie hatte noch nie eine Matrize getippt, holte aber doch eine aus der Schublade und besprach die Sache mit Jesus. Herr, du kennst dich doch da aus. Du kannst mir doch zeigen, wie man die beschriftet. Heute Abend können wir gleich vervielfältigen, wenn das Tippen schon erledigt wäre. Sie holte eine alte Matrize hervor, besah sich sorgfältig die Randmarkierungen und spannte die neue in die Schreibmaschine ein. Als der Rundbrief getippt war, setzte sie sich neben die Kopiermaschine. Da befand sich noch eine alte Matrize auf der Walze. Wie war die nun befestigt? Herr, wie kriege ich denn die neue da so ordentlich drauf? Vorsichtig löste sie die alte Matrize und holte die neue. Sie drehte sie gerade so zurecht, wie die alte gewesen war und buxierte sie faltenfrei auf die Walze. Jetzt legte sie Papier bereit und besah sich eingehend die ganze Maschine. Herr, müssen wir wirklich bis heute Abend warten? Du weißt doch, wie der Apparat funktioniert. Du kannst mir doch helfen. Als Vater Beck abends von der Arbeit heimkam, konnte Elisabeth es kaum erwarten, ihm im Büro den ganzen Stoß sauber kopierter Rundbriefe zu zeigen. Aber wer hat dir denn gesagt, wie man das alles macht? Ich wollte es dir doch erst heute Abend alles zeigen. Der Herr hat mir geholfen. Ich habe immer dabei gebetet und da ging's. Gott hatte wirklich keine erfahrene Bürokraft geschickt, aber er segnete das Bemühen und gab Gelingen trotz Unwissenheit. Elisabeth Schell hatte große Freude an ihrer Arbeit. Sie entdeckte mit Erstaunen, dass Büroarbeit durchaus nicht langweilig sein musste. Hinter nichtssagenden Adressen sah sie Menschen, die wie sie den Herrn Jesus liebten und ein Herz für die Weltmission hatten. Bei mechanischen Arbeiten wie Umschläge beschriften, Rundbriefe falten und sie versandfertig machen, wurde oft gesungen, sodass keine Müdigkeit aufkam, auch wenn solche Unternehmungen meistens bis Mitternacht dauerten. Schon ein Jahr später war die Arbeit so viel geworden, dass man wieder anfing, um Hilfe zu beten. Und Gott hatte auch dieses Mal vorgesorgt und zwei andere Mädchen aus Juli Bosserts Jugendkreis zur Bibelschule Beatenberg geschickt. Die erste, Hilde Heckeler, hatte gerade absolviert und meldete sich bei der DMG als Kandidatin für Thailand. Um die Wartezeit sinnvoll zu nutzen, übernahm sie einen Teil der Büroarbeit. Zügig und gekonnt wurde jetzt die Korrespondenz erledigt, denn Hilde war als ausgebildete Sekretärin vom Fach. Als für alle ganz unverständlich eine Absage der Mission für Thailand kam, sah Hilde Heckeler ihren Platz im DMG-Büro und blieb in Korntal. Ein knappes Jahr später absolvierte Martha Bayer die Bibelschule und bekam von Gott die Gewissheit, dass sie in der Missionszentrale gehörte. Ihrer Ausbildung gemäß übernahm sie die Buchhaltung. Zu dritt wurde nun in der Dachstube gestafft. Es wurde getippt, verbucht und telefoniert. Es wurde beraten, gebetet, gesungen und gelacht. In der Bibel steht, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Prediger 4, Vers 12 Eine dreifache Schnur ist besonders haltbar. Genauso hielten die drei zusammen, die Gott hier zusammengestellt hatte. Die resolute Hilde, die an der Schreibmaschine thronte und gekonnt und flink die Briefe tippte. Die bedächtigere Martha, die sorgfältig und peinlich genau die Bücher führte und die kontaktfreudige Elisabeth, die Gäste empfing, Gespräche führte, unerfahrene Kandidaten beriet und überall einsprang, wo sie gebraucht wurde. Einer mag überwältigt werden, daher, einer kann den Mut verlieren und in seiner Arbeit keinen Sinn mehr sehen, wenn es Schwierigkeiten und Enttäuschungen gab oder wenn die Finanzlage bedenklich wurde. Aber eine dreifache Schnur hält etwas aus. Wenn man zu dritt ist, kann man sich gegenseitig raten, ermutigen, korrigieren, zurechthelfen und füreinander beten. Die dreifache Schnur dort oben in der Missionszentrale hielt auch in Krisenzeiten fest zusammen. Für alle drei wurde das Werk der DMG eine lohnende Lebensaufgabe. Und alles in einer Dachstube. Jetzt überlegt ihr vielleicht, wo denn die beiden neuen Mitarbeiterinnen der DMG wohnten. Also, das war so. Von ihrem ersten ersparten Geld hatte Elisabeth ein Wandbett gekauft. Später hatte sie nochmals mit ihrem monatlichen Hunderter so lange herumgeknausert, bis sie einen richtigen Kleiderschrank anschaffen konnte. Vater Becks Kommentar zu dieser letzten Errungenschaft trübte allerdings ihre Freude beträchtlich. Er kehrte gerade von einer Englandreise heim, als sie ihm voll stolz den neuen Schrank zeigte. Vater Beck strahlte keineswegs, vielmehr fragte er mit einem ernsten Gesicht, können wir denn das unseren Missionsfreunden gegenüber verantworten? Elisabeth war geknickt. Dabei hatte sie gar kein DMG-Geld dafür ausgegeben, sondern von ihrem eigenen Lohn gespart. Aber es war wohl doch leichtsinnig gewesen, ein neues Möbelstück anzuschaffen. Bestimmt hätte man irgendwo einen gebrauchten Schrank auftreiben können, der auch gute Dienste geleistet hätte. Dieses Erlebnis und diese eine vorwurfsvolle Frage von Vater Beck wurde zu unvergesslichen Lektionen für die drei Schwestern. Ihr könnt es euch nun sicher schon denken, die drei wohnten tatsächlich miteinander in der einen Dachstube. Eine schlief im Wandbett, eine auf dem schmalen Bettgestell, die dritte auf einer Luftmatratze. Damit keine benachteiligt war, wurde ab und zu gewechselt. Da man nun einen Kleiderschrank besaß, wurde der Platz unter dem Bettgestell nicht mehr für den Koffer mit der Wäsche gebraucht. Man konnte dort jetzt die Vorräte an Briefumschlägen, Briefpapier und sonstigen Büromaterial lagern. Die Karteikästen standen auf dem Wandbett, sodass es nicht nur nachts, sondern auch tagsüber volle Daseinsberechtigung hatte. Mutter Beck hatte nun neben ihrer eigenen Familie gleich drei DMG-Mitarbeiter am Tisch. Kamen Kandidaten zum Vorstellen oder Missionare zu Besuch, kochte Mutter Beck noch reichlicher und versorgte sie alle mit fröhlicher Selbstverständlichkeit. Das war ihr Beitrag zur Weltmission und niemals hörte man sie deswegen seufzen oder jammern. Blieben Kandidaten über Nacht, wurden einfach mehr Luftmatratzen aufgeblasen und in das Dachstübchen geschoben, sodass man oft keinen Fuß mehr setzen konnte, wenn die Nachtlager fertig waren. Mussten Ehepaare oder männliche Missionsbewerber übernachten, richtete Mutter Beck auf der Couch im Wohnzimmer ein Nachtlager her. Manchmal quartierte sie auch die Kinder um und machte ein Kinderzimmer frei. Irgendeine Lösung wurde immer gefunden und Mutter Becks weites Herz war erfinderisch. Der Familie Beck wurde anscheinend nichts zu viel. Ob Vater Beck nicht am Feierabend gern die Füße hochgelegt und es sich im Sessel bequem gemacht hätte, anstatt mit den drei Mitarbeitern die Arbeit zu besprechen und Briefe zu diktieren? Und hatte nicht Mutter Beck mit der eigenen Familie genug zu tun? Ob es nicht manchmal lästig war, nach einem Telefonanruf alle Pläne umzustellen und Betten für Gäste zu beziehen? Ob sich die Kinder nicht benachteiligt fühlten, weil sie die Eltern mit so vielen Leuten teilen mussten? Ob es die drei im Büro nicht als Zumutung empfanden, neben Schreibmaschine zu wohnen und neben Betten zu arbeiten? Bestimmt sind damals niemanden mit solche Überlegungen gekommen. Das Motto aller hieß dienet dem Herrn mit Freuden. Alles andere trat dabei zurück. Freitags wurde das Mansardenzimmer, das tagsüber Büro, nachts Schlafraum und Sonntags Wohnstube war, zum Versammlungsort umgebaut. Wenn man alle Bürostühle samt Bett und Wandbett besetzte, konnte man bis zu 20 Leute unterbringen. In großer Treue traf man sich jede Woche zum Beten. Natürlich ging es vor allem um die Anliegen der Mission. Für jeden DMG-Missionar wurde namentlich gebetet. Neue Kandidaten mussten es so einrichten, wenigstens einmal freitags dabei zu sein, um sich mit diesen Betern bekannt zu machen. Es kommt Besuch Die DMG wuchs. Es reisten mehr Missionare aus, die Missionsfreunde wurden zahlreicher und die Arbeit umfangreicher. Die DMG passte einfach nicht mehr in die Dachstube. Zuerst dachte man, es wird schon gehen. Aber dann merkten alle, es geht wirklich nicht mehr. Man fing also an, um eine Wohnung zu beten. Eine ganze Wohnung extra für die DMG. Das wäre doch eine prima Sache. Man brauchte dann nicht mehr im Büro schlafen, konnte im eigenen Wohnzimmer Gäste empfangen und man konnte sogar ein Gästezimmer einrichten. Aber so begeistert man sich das alles vorstellte und so ernstlich man auch betete und überall herumhörte, solche Wohnungen wurden nicht gefunden. Natürlich war es Ende der 50er Jahre schwierig, eine Wohnung zu finden. Im Krieg waren viele Häuser zerstört worden und außerdem hatten die vielen Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Aber bei Gott war doch kein Ding unmöglich. Hatte man nicht bis jetzt seine Hilfe schon so oft erlebt? Nein, daran wurde nicht gezweifelt. Gott konnte auch eine neue Wohnung schenken. So betete man Tag für Tag und Woche für Woche, bis jemand sagte, in der Bibel heißt es, dir geschehe nach deinem Glauben. Warum glauben wir nur an eine Wohnung? Vielleicht will Gott uns ein ganzes Haus geben. Wir könnten doch ein bisschen mehr glauben und um ein Haus beten. Ein ganzes Haus? Aus einer Dachstube gleich in ein ganzes Haus umziehen? War man zuerst verdutzt über den mutigen Vorschlag, fand man ihn bald gar nicht so verkehrt. In einem Haus hätte man sogar Platz für Missionare, die in Heimataufenthalt kamen und oft nicht wussten, wo sie wohnen sollten. Am Anfang waren immer nur junge Missionare ausgereist, aber inzwischen kamen die ersten nach vier oder fünf Jahren Einsatz zurück in die Heimat. Nicht alle hatten Eltern, bei denen sie wohnen konnten. Manche Missionare heirateten, aber es lohnte sich nicht, Möbel anzuschaffen und in eine Wohnung einzurichten, weil sie bald wieder aufs Missionsfeld zurückkehren würden. Natürlich waren die Missionare in ihrem Heimataufenthalt viel im Reisedienst unterwegs, aber brauchten sie nicht trotzdem ein richtiges Zuhause? Mussten sie nicht irgendwo ihre Koffer packen können, wenn sie zu weiteren Diensten losfuhren, um von ihrer Missionsarbeit zu berichten? Brauchten sie nicht auch einen Ort, an dem sie mal ausspannen und sich erholen konnten? Die Arbeit auf dem Missionsfeld hatte alle Kräfte gefordert und oft sogar die Gesundheit angegriffen. Da reichte es doch nicht, bei gastfreien Verwandten eine Couch zum Schlafen zu finden. So konnte man nie zur Ruhe kommen. Je länger man die Sache durchdachte und im Gebet vor Gott brachte, desto zuversichtlicher betete man um ein Haus. Dass überhaupt kein Geld dafür da war, schien gar nicht wichtig zu sein. Alle waren davon überzeugt, wenn Gott ihnen das richtige Haus gezeigt hatte, würde er auch das Geld dafür geben. In dieser Zeit meldete sich Besuch an. Ein Fräulein Keil aus Hessen schrieb, sie hätte von dem Missionswerk gehört und wollte es gerne mal ansehen. Die drei Büroschwestern waren ratlos. Sollten sie nun in ihrem Zimmerchen auch noch Missionsfreunde beherbergen? Und überhaupt Missionswerk ansehen? Was gab es da eigentlich Besonderes zu besichtigen? Um ein Haar wurde da schon der Briefbogen in die Schreibmaschine eingespannt, um dieser Frau freundlich, aber offen abzusagen. Aber Mutter Beck lenkte ein. Sie würde in ihrer Wohnung eine Übernachtungsmöglichkeit schaffen und so lange würde das Fräulein auch bestimmt nicht bleiben. Fräulein Keil bekam also eine Zusage. Sie kam und sie blieb ziemlich lange, nämlich genau zwei Wochen. Nicht, weil es so viel zu besichtigen gab, dieser Programmpunkt ihrer Reise war eigentlich schnell erledigt. Aber als sie die Dachstube gesehen hatte und miterlebte, wie es Tag für Tag darin zuging, da war sie sehr betroffen. Ihr müsst unbedingt bauen, sagte sie. Das wurde ja immer besser. Erst suchte man eine Wohnung, dann ein Haus und nun sollte man sogar bauen. Aber hatte dieses Fräulein Keil nicht recht? Wenn man neu baute, konnte man die Baupläne so richtig nach den Bedürfnissen der DMG entwerfen und alles selbst planen. Das war wirklich eine gute Lösung, aber auch gewiss eine teure. Und? Da kam die Überraschung. Fräulein Keil hatte nicht nur eine gute Idee, sondern sie hatte auch ziemlich genaue Vorstellungen, wie der Bau zu bezahlen war, nämlich mit ihrem Geld. Das hatte natürlich überhaupt keiner geahnt, dass Fräulein Keil ihren Hof verkaufen und den Erlös Gott zur Verfügung stellen wollte. Als sie in ihrem Bekanntenkreis jemanden um Rat gefragt hatte, wo sie wohl am wirksamsten helfen könnte, wurde ihr gesagt, fahre zu DMG nach Korntal und sieh dir das an. Dann weißt du, was du zu tun hast. Und diesem Besuch, den Gott als Gebetserhöhung ins Haus schicken wollte, hätte man um ein Haar abgesagt. Als Tante Marie, so wurde das Fräulein bald von allen angeredet, die Höhe der Geldsumme nannte, die sie zum Bau einer Heimatzentrale für Missionare geben wollte, da war die Freude und Dankbarkeit übergroß. Wie wunderbar hatte Gott alle Gebete erhört. Bei jeder Andacht und in jeder Gebetsstunde wurde nun gelobt und gedankt. Das war wie damals zur Zeit der Apostelgeschichte. Da hatten doch auch die Christen Äcker und Häuser verkauft und das Geld den Aposteln gebracht. Und jetzt stellte eine Frau den Erlös eines ganzen Bauernhofes zur Verfügung, weil sie die Wichtigkeit der Missionsarbeit kannte. Wäre es nicht ihr gutes Recht gewesen, ihr Erbteil zu behalten? Hätte sie ihr Vermögen nicht für eine tolle Weltreise ausgeben können oder für teure Kuraufenthalte, elegante Kleidung und kostbaren Schmuck? Wäre es nicht genug gewesen, hin und wieder etwas für einen guten Zweck zu spenden? Nein, Tante Marie machte es wie die Maria in der Bibel, die den ganzen kostbaren Inhalt ihres Nadengefäßes auf Jesu Füße goss. Sie gab alles und das mit Freude. Das neue Haus in Möhringen Was braucht man alles, wenn man ein Haus bauen will? Natürlich genug Geld, einen guten Architekten, der den richtigen Bauplan entwirft und schließlich einen Bauplatz. Das Geld war nun da, der Architekt bald gefunden, aber der Plan konnte nicht entworfen werden, weil der Bauplatz fehlte. Ausgerechnet der Platz brachte nun die ganze Sache in Stocken. In ganz Korntal fand sich kein passendes Grundstück, das zum Kauf angeboten wurde. Da fing man also wieder an zu beten, zu suchen und zu warten. Nun hatte die Familie Beck einen Garten in einem anderen Stadtteil von Stuttgart, nämlich in Möhringen. Und gerade jetzt, als man bauen wollte, wurde dieser Garten als Bauland freigegeben. Sonst darf man in einem Garten nämlich nicht einfach bauen. Da man darin Gottes Führung sah, wurde beschlossen, diesen Bauplatz gemeinsam mit Familie Beck zu nutzen und ein Doppelhaus zu bauen. Die eine Hälfte baute Familie Beck privat für sich, die andere Hälfte wurde die neue DMG-Zentrale. Dann kam der Umzug. Normalerweise lädt man bei einem Umzug alles, was man besitzt, in einen Lastwagen, fährt zum neuen Zuhause, lädt alles wieder aus, rückt die Möbel richtig hin, packt die Kartons aus und fertig ist der Umzug. Beim DMG-Umzug war das aber anders. Denn als der Kleiderschrank, das Wandbett, die Luftmatratzen und die Büromöbel ins neue Haus getragen waren, da war es noch ziemlich leer. Gott gab vielen Christen in der Umgebung die gute Idee ins Herz, der DMG Möbel zu schenken, die sie selbst nicht mehr brauchten. Natürlich dauerte der Einzug dadurch etwas länger, aber zuletzt war doch das ganze Haus eingerichtet. Da gab es jetzt ein geräumiges Büro, wo man in Ruhe arbeiten konnte. Man hatte ein Wohnzimmer, um sich mit Besuch zu unterhalten und eine Küche, damit Frau Beck nicht mehr für alle mitkochen musste. Die Mitarbeiter hatten eigene Zimmer, sogar ein Gästezimmer standen und zur Verfügung. Im Dachgeschoss befand sich eine kleine Extrawohnung für Missionarsfamilien, die in Heimatoffenhalt kamen und ganz unten war der Versammlungsraum für die Gebetsstunden. Dieser Versammlungsraum wurde auch als Packraum benutzt, denn irgendwo mussten die Missionare ja ihre Tonnen und Kisten packen und außerdem konnte man den hinteren Teil des Raumes durch eine Faltwand abtrennen. In diesem hinteren Teil standen die Betten für die jungen Männer, die als Kandidaten zur DMG gekommen waren. Sollte nun am Abend Gebetsstunde sein, wurde die Faltwand geöffnet, damit man genug Platz hatte. Natürlich musste es dann in diesem Wohnteil der jungen Männer aufgeräumt sein und darum machte Schwester Liesel ab und zu eine Zimmerinspektion. Während sie also die Treppe herunterkam, ertönte hinter der Faltwand der Warnruf, sie kommt! Und dann wurde in Windeseile Ordnung gemacht. Moment mal, denkt ihr jetzt sicher, Missionskandidaten, das sind doch zukünftige Missionare, also sozusagen fast Heilige. Die sind doch bestimmt super ordentlich, super pünktlich, super brav. Kann es denn da überhaupt mal unordentlich sein? Ich glaube, wir müssen jetzt mal eine Pause einlegen und uns darüber Gedanken machen, was das für Leute sind, diese Kandidaten und wer eigentlich Missionar werden kann und wie man einer wird. Wer kann Missionar werden? Missionare sind eigentlich ganz normale Leute. Sie gingen als Kinder zur Schule wie ihr, sie spielten Fußball oder waren Puppenmuttis wie ihr. Sie waren mal brav und mal ungezogen wie ihr. Sie machten einen Schulabschluss, lernten einen Beruf, vielleicht heirateten sie und bekamen Kinder. Irgendwann verstanden sie den Bibelfers, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser Vers enthält das ganze Evangelium. Missionare sind also irgendwann zum Glauben an Jesus gekommen. Vielleicht waren sie zu der Zeit noch Kind oder Jugendlicher oder schon erwachsen. Da sind wir schon bei der ersten Bedingung. Ein Missionar muss selbst das Evangelium angenommen haben. Man kann das auch anders ausdrücken. Er muss an Jesus glauben. Er muss eine Bekehrung erlebt haben. In der theologischen Fachsprache sagt man, er muss wiedergeboren sein. Es ist eigentlich immer dasselbe gemeint, denn was die Indianer im Urwald oder die Eingeborenen im Busch brauchen, das brauchen wir weißen Europäer auch. Weil bei uns genauso der Wurm drin ist. Auch für uns gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir bleiben auf der Seite des Teufels, zu dem wir automatisch seit unserer Geburt gehören oder wir geben unsere Sünde zu, bitten Gott um Vergebung und wechseln über auf die Seite Gottes. Der Weg von der Seite des Teufels zur Seite Gottes heißt Jesus Christus. Er macht nämlich durch seinen Tod am Kreuz diesen Wechsel möglich. Wer anderen diesen Weg zeigen will, muss ihn selbst gegangen sein. Das leuchtet ein. Bekehrt oder gläubig oder wiedergeboren sind viele Menschen. Es werden aber nicht viele Missionare. Es gibt nämlich noch eine zweite Bedingung und das ist die Berufung von Gott zu dieser Aufgabe. Das ist wieder so ein Fachausdruck, Berufung, den nicht viele verstehen. Aber keine Sorge, wenn wir uns die Sache in Ruhe ansehen, werden wir schon dahinter kommen. Nehmen wir einmal an, in eure Stadt wird ein neues Krankenhaus gebaut. Schließlich ist es fertig und soll eröffnet werden. Was braucht man, damit man nun anfangen kann, die Patienten zu behandeln? Neben allen medizinischen Geräten und den Betten braucht man natürlich Leute, die die Arbeit tun. Und wie findet man die? Am besten gibt man eine Anzeige in der Zeitung auf. Da kann man dann lesen, für unser neues Krankenhaus stellen wir ab sofort ein. Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Röntgenassistentinnen, Hebammen, Putzfrauen, Küchenpersonal, Wäschereipersonal, Pförtner. Interessenten werden gebeten, sich bei der Krankenhausverwaltung zu melden. Zur Bewerbung bitte Lebenslauf und Zeugnisse mitbringen. Jetzt kann sich jeder, der die Anzeige liest und der im neuen Krankenhaus arbeiten will, melden. Jeder kann jetzt seinen Lebenslauf schreiben, seine Zeugnisse zusammensuchen und zur Verwaltung marschieren. Je nach Ausbildung kann er dann in der Küche, in der Wäscherei oder im Labor anfangen zu arbeiten. Solch eine große Anzeige in der Zeitung könnte man einen Aufruf nennen. Darin ist das Wörtchen Ruf enthalten. Wir kommen also der Berufung schon näher. Wenn nun eine Krankenschwester die Zeitungsanzeige liest und sich bei der Verwaltung bewirbt, weiß sie noch nicht, auf welcher Station sie einmal arbeiten wird. Im Krankenhaus gibt es zum Beispiel die Unfallstation, die Station für innere Krankheiten oder die Chirurgie. Je nachdem, wo nun noch eine Krankenschwester gebraucht wird, setzt man sie ein. Überlegt mal, kann auch eine Krankenschwester eingestellt werden, die sich gar nicht gemeldet hat? Natürlich nicht. Die Krankenhausgeschichte ist nun bestimmt allen klar. Da werden Mitarbeiter gebraucht. Da gibt man eine Anzeige auf. Da melden sich Leute, die werden eingestellt und auf den verschiedenen Stationen eingesetzt. Wie ist das nun bei Gott? Auch er braucht Mitarbeiter. Das Evangelium soll in alle Länder der Welt gebracht werden und dazu braucht Gott sogar sehr viele Mitarbeiter. Gott gab keine Zeitungsanzeige auf, aber er sagt allen Christen durch die Bibel, dass sie zur Mitarbeit aufgerufen sind. In Markus 16, Vers 15 heißt es, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Da melden sich Leute? Doch, da melden sich Leute. Jeder Missionar ist ein Mensch, der sich bei Gott gemeldet hat und gesagt hat, hier bin ich, wo brauchst du mich? Aber die meisten Christen melden sich nicht. Sie denken vielleicht, mein Beruf macht mir so viel Spaß, den will ich nicht aufgeben. Ich verdiene so viel Geld, da gebe ich lieber ab und zu etwas für die Mission. Ich kriege so leicht Heimweh oder ich kann die Hitze nicht vertragen. Ich habe Angst vor wilden Tieren und Verschlangen. Ich habe Angst vor Truppenkrankheiten. Ich bin so schüchtern, mich kann Gott nicht gebrauchen. Ach, wenn ich Arzt wäre, aber was kann ich schon? Meine Eltern sind nicht einverstanden. Schließlich soll ich mal den Betrieb erben. Es müssen ja auch welche in Deutschland bleiben. Die Liste könnte ellenlang werden. Viele Gründe sind ganz einleuchtend. Trotzdem steckt hinter allen vernünftigen Ausreden die Angst, sich bei Gott zu melden. Solche Leute haben Angst, dass Gott sie dorthin schickt, wo sie nicht hin wollen, dass sie nicht genug verdienen, dass sie gar nicht mehr Spaß haben werden oder dass Gott Unmögliches von ihnen erwartet. Wie bei dieser Krankenhausanzeige, so ist es auch bei Gott. Wer sich nicht meldet, wird nicht eingestellt, denn Gott zwingt keinen. Gott stellt die ein, die sich gemeldet haben und teilt ihnen die richtige Arbeit zu. Und genau das nennt man Berufung. Wenn also ein Missionar sagt, Gott hat mich zu den Eskimos berufen, dann hat er Gottes Aufruf in der Bibel gelesen, hat sich bei Gott gemeldet und Gott hat ihm klargemacht, dass er zu den Eskimos gehen soll. Und wie ist das mit der Behauptung, es müssten doch auch welche in Deutschland bleiben? Die Behauptung stimmt. Natürlich müssen da welche bleiben. Natürlich müssen Christen in der Heimat Geld verdienen und den Missionaren von ihrem Lohn abgeben. Natürlich braucht man auch hier Pfarrer, Gemeindehelferinnen, Evangelisten und Mitarbeiter im Missionsbüro. Aber meint ihr dann, das wüsste Gott nicht? Wer sich deshalb nicht bei Gott meldet, der trifft die Entscheidung über seinen Einsatzort eigenmächtig. Es hat einmal jemand gesagt, man braucht eine Berufung Gottes, um Missionar zu werden. Aber man braucht auch eine, um hier zu bleiben. Es ist Gott, der jedem seinen Platz zuweist, dem Missionar in Afrika genauso wie der Mutter in ihrer Familie und dem Vater im Büro. Und diese Platzzuteilung ist unsere Berufung. Wachstumsschmerzen Kennt ihr das? Da tut euch plötzlich das Knie weh, ohne dass ihr hingefallen oder irgendwo angestoßen seid. Man kann äußerlich gar nicht sehen und feststellen, aber das Knie tut trotzdem weh. Du wächst, beruhigt euch sicher die Mutter oder die Oma und manche machen sich dann Sorgen, dass sie schief werden, weil immer nur das rechte Knie oder viel öfter das linke Knie weh tut. Wachsumsschmerzen gibt es tatsächlich. In einem Gesundheitslexikon kann man davon lesen. Ich kenne einen Jungen, der wuchs so schnell, dass sein schmerzendes Knie einige Wochen eingegipst wurde, damit es ausruhen konnte. Aber was hat das mit der DMG zu tun? Ganz einfach, sie wuchs auch. Es meldeten sich laufend junge Menschen, die bereit waren, sich von Gott ihren Einsatzort zeigen zu lassen. Es reisten mehr Missionare aus, es gab mehr Arbeit, mehr Briefe, mehr Telefonate, mehr Verhandlungen mit ausländischen Missionen, mehr Besucher, mehr Betten zu beziehen, mehr Leute am Tisch. Was die viele Hausarbeit anbelangte, so hatte man längst eine Lösung gefunden. Elisabeth Schell wurde Hausmutter. Schließlich hatte sie damals vor ihrer Krankheit die ganze Hausarbeit richtig gelernt. Sie kaufte für alle ein und kochte das Essen. Sie putzte das Haus und wusch die Wäsche. Sie bügelte und flickte und nähte. Sie sorgte für die Gäste, sie bestellte den Garten und half im Büro. Das konnte sie natürlich unmöglich alles alleine tun. Die Kandidaten halfen ihr. Dabei lernten sie gleich eine Menge. Schwester Liesel zeigte den jungen Mädchen, wie man Oberhemden bügelt und Wäsche flickt. Junge Männer, die vorerst ledig ausreisen wollten, lernten bei ihr kochen. Miteinander wurden im Garten die Beete gezogen, das Gemüse angepflanzt und das Unkraut gejätet. Und vor allem wurde das ganze Haus an jedem Freitag gründlich geputzt. Dann wurden auch die roten Platten im Versammlungssaal gebunert und alles auf Hochglanz gebracht. Einmal war da eine Kandidatin, die ab und zu der Übermut zwackte. Es war Freitag. Sie hatte die roten Platten gebunert und alles erledigt, was nötig war. Nun kam sie nach oben in die Küche, wo Schwester Liesel das Mittagessen kochte. Bist du mit allem fertig? fragte sie freundlich. Ja, nickte die Kandidatin, nur eins muss ich noch machen. Schwester Liesel sah auf die Uhr. Mit dem Essen dauert es noch was. Du hast noch Zeit unten fertig zu putzen. Was musst du denn noch tun? Auf diese Frage hatte die Kandidatin bloß gewartet. Ihr blitzte der Schalk aus den Augen, als sie ganz ernsthaft antwortete ich muss bloß noch die Kartoffeln abstauben. Schwester Liesel schmunzelte so so da wollte man sie also wegen ihrer Gründlichkeit foppen. Dieser Satz blieb übrigens noch lange ein geflügeltes Wort bei der DMG. Wenn jemand viel geschafft und wirklich alles erledigt hatte, dann hörte man den zufriedenen Seufzer nun muss ich bloß noch die Kartoffeln Abstauben. Für die Hausarbeit war also wirklich bestens gesorgt. Trotzdem gab es Wachstumsschmerzen, die allen viel zu schaffen machten. Als Herr Beck damals mit der Arbeit begann, hatte niemand geahnt, wie schnell die DMG wachsen würde. Sie hatten immerhin inzwischen fast 60 Missionare zu betreuen. Natürlich war das ein Grund, sich zu freuen und dankbar zu sein. Natürlich war es ein Wunder Gottes, dass alle jeden Monat versorgt werden konnten. Natürlich war das ein Zeichen dafür, wie sehr Gottes Segen auf diesem Werk lag. Aber solch ein großes Missionswerk war keine Feierabendbeschäftigung mehr für Herrn Beck. Der Vorstand der DMG kam zu langen Sitzungen zusammen. Da wurde beraten, gebetet und geplant. Gott wusste doch, dass die DMG jetzt unbedingt einen Leiter brauchte, der sich ganz auf die Arbeit konzentrieren konnte. Gab es denn niemand, der die Leitung der DMG übernehmen konnte? Und wisst ihr, was am schlimmsten war? Jetzt wurde der Feind Gottes ganz aktiv. Das ist der Teufel. Ihm passt es überhaupt nicht, wenn Missionare ausreisen und Menschen in unerreichten Ländern das Evangelium hören. Er arbeitet laufend gegen Gottes Pläne, gegen Gottes Liebe, gegen die Erlösung der Menschen. Er sei jetzt bestimmt seine große Gelegenheit. Er setzte alle Hebel in Bewegung, um das Werk Gottes, die DMG, zu zerstören. Im Vorstand machten sich Ratlosigkeit und Uneinigkeit breit. Wenn niemand da war, der das große Werk leiten konnte, musste man es eben verkleinern, meinten manche. Andere schlugen vor, wenigstens keine Kandidaten mehr anzunehmen. Einige traten aus dem Vorstand aus, weil ihnen die Arbeit und die Verantwortung zu viel wurden. Anstatt mehr verantwortliche Christen zu finden, wurden es weniger. Hatte es überhaupt Sinn, weiterzumachen? Das war eine traurige und schwere Zeit damals. Am liebsten hätte ich dieses ganze Kapitel ausgelassen und euch lieber von frohen Gebetserhörungen erzählt. Geduldet euch, die kommen gleich. Aber dann hätte ich euch auch nicht die ganze DMG-Geschichte erzählt, sondern nur die Sonnenseite. Außerdem ist es wichtig zu wissen, auch wenn man Gott dient und ihm gehorcht, kommen Schwierigkeiten. Wir dürfen uns davon nicht den Mut und das Vertrauen in Gott nehmen lassen. Wir müssen solche schweren Zeiten durchstehen und fest mit Gottes Hilfe rechnen. Dass die DMG damals in der Zeit der großen Wachstum Schmerzen schließlich Gottes Hilfe erlebte, das könnt ihr euch bestimmt schon denken, denn sonst wäre das Buch hier zu Ende. Da waren Menschen im Vorstand, die sagten, Mission ist unser Auftrag, bis Jesus wiederkommt. Noch ist er nicht gekommen, darum müssen wir weitermachen. Oder Jesus sagt, dass wir um Arbeiter in Gottes Erntefeld beten sollen. Wie können wir dann solche Arbeiter, die Gott beruft, einfach wegschicken und uns weigern, sie auszusenden? Nach vielen intensiven Gebetsstunden wich allmählich die Ratlosigkeit. Man besann sich neu auf Gottes Auftrag. Wie froh war man, als die Missionars Familie Liebenau aus Äthiopien zurückkam und Herr Liebenau Geschäftsführer der DMG wurde. Wer allerdings meinte, das Problem sei jetzt endgültig gelöst, der täuscht sich. Gott hatte für diese Arbeit einen anderen Mann vorgesehen, der aber noch mit seiner Familie in Afrika Missionsarbeit tat. Kein Wunder also, dass Herr Liebenau schon nach kurzer Zeit von Gott als Pastor in die Gemeinde Arbeit geschickt wurde und die DMG wieder ohne Leitung war. Inzwischen war Familie Herm aus Afrika in den Heimat Aufenthalt gekommen und bewohnte die kleine Wohnung unterm Dach. Sie bereiteten sich auf die nächste Ausreise vor, machten Einkäufe, packten die Kisten, beantragten das Visum und schafften für ihre Arbeit in der Danakil Wüste ein Geländefahrzeug an. Und jetzt wird es spannend. Genau drei Tage vor der Abreise, als alle Vorbereitungen fast abgeschlossen waren, wurde es den Mitarbeitern und dem Vorstand der DMG ganz klar, dass Bruno Herm der richtige Mann für die Geschäftsführung der DMG war. Könnt ihr euch vorstellen, wie unfassbar dieser Gedanke für Bruno Herm und seine Familie war? Sollte wochenlange Vorbereitung umsonst gewesen sein? War Gottes Platzanweisung in Afrika wirklich beendet? Die Flugkarten lagen doch schon bereit. Damit ihr es nun gleich wisst, es war wirklich Gottes Wille. Bruno Herm ist nun schon über 20 Jahre lang Geschäftsführer der DMG und die Entscheidung, die damals in so viel Unsicherheit und mit so vielen Fragen an Gott getroffen wurde, hat sich als richtig erwiesen. Da hilft keine verlängerte Hose. Abgesehen von möglichen Wachstumsschmerzen merkt man vom Wachsen selbst kaum etwas. Das geht so langsam vor sich, dass man es gar nicht wahrnimmt. Bis die Mutter plötzlich ruft, deine Hosen werden ja zu klein oder dein Rock ist ja viel zu kurz. Zuerst ist das nicht so tragisch. Die Jeans Hosenbeine werden heruntergekrempelt und der Rocksaum verlängert. Eine Zeit lang geht das, aber das Kind wächst weiter und irgendwann sind Hosen und Röcke wieder zu kurz. Manche Mütter sind erfinderisch. An die Röcke nähen sie hübsche Spitzen oder Rüschchen, an die Hosenbeine zünftige Borten. Wieder ist das Problem eine Zeit lang gelöst. Und schließlich hilft alles nichts. Man muss die Hosen und Röcke ein oder zwei Nummern größer kaufen. Ganz genauso war das mit der DMG. Zuerst passte sie prima in das neue Haus in Möhringen. Als die DMG wuchs, baute man eine große Garage an, die als Pack und Lagerraum genutzt werden konnte. Aber das half nur so viel wie eine heruntergekrempelte Jeans. Die sich in dem Haus genauso beengt wie damals in der Dachstube. Familie Beck fiel es schwer, sich von der DMG zu trennen, aber es schien die einzige Lösung des Problems zu sein. Sie verkauften ihre Haushälfte der DMG und bauten woanders ein neues Haus. Nun hatte die DMG endlich wieder genug Platz. Aber das half nur so viel wie eine breite Rüsche am alten Rock. Schon nach drei Jahren war die DMG so sehr gewachsen, dass es unmöglich so weitergehen konnte. Wer hätte es je für möglich gehalten, dass auch das schöne Haus in Möhringen zu klein werden würde? Was sollte man bloß tun? Hatte man nicht Gottes Führung zu diesem Bauplatz so deutlich erlebt? War nicht das ganze Haus ein Geschenk Gottes? Sollte man es nun wirklich verkaufen, dieses Haus, das man mit Gebet und Gottes Hilfe geplant, gebaut und bewohnt hatte? Wie oft wurden all diese Fragen im Gebet vor Gott ausgebreitet? Und Gott schenkte jedem Verantwortlichen der DMG die Gewissheit, dass ein neuer Umzug bevorstand. So fing man an, nach einem größeren Haus zu suchen. Der Buchenauerhof Abends nach getaner Büroarbeit wurde es bald zur Gewohnheit ins Auto zu steigen, um irgendwo ein Haus anzusehen, das jemand empfohlen hatte. Da sollte eine ehemalige Lungenheilstätte verkauft werden oder ein leer stehendes Hotel oder ein altes Freizeitheim. Aber nie schien es das Richtige zu sein, bis Bruno Herm den Buchenauerhof besichtigte. Ganz begeistert erzählte er den drei Büroschwestern davon. Doch als sie hörten, wie weit entfernt dieses Haus von Stuttgart war, konnten sie seine Begeisterung überhaupt nicht teilen. Hatte man nicht in Möhringen und Umgebung so viele Missionsfreunde und Beta? Aber auf eine Besichtigung mehr oder weniger kam es nun wirklich nicht an. An einem Sonntag fuhr man also los, um diesen Buchenauerhof anzusehen. Zuerst ging es auf der Autobahn Richtung Heilbronn, dann weiter auf der Bundesstraße Richtung Sinsheim und zuletzt kurfte man auf engen Landstraßen weiter, nur noch umgeben von Feldern und Wiesen. Die drei Büroschwestern waren sich spontan einig, so weit aufs Land ziehen wir nicht. Wie unpraktisch für eine Missionszentrale, so unzentral zu wohnen. Und dann dieses verwahrloste Grundstück. Im Hof wucherten die Brennnesseln, Disteln und anderes Unkraut. Der Zustand des alten Gutshauses gab den drei Schwestern den Rest. Es mochte sein, dass es früher einmal ein stattliches Herrenhaus gewesen war. Aber nun bröckelte der Putz von den Wänden, die Fenster waren zum Teil mit Farbe zugeschmiert, die Wände der Eingangshallen schwarz gestrichen. Dach und Fenster waren undicht, das Regenwasser hatte traurig braune Spuren hinterlassen. Spinnweben und Schmutz gehörten in jedem Raum zur Grundausstattung. Im Keller entdeckte man verweste Mäuse und braune, dicke Kröten. Gewiss, zusammen mit dem ehemaligen Forsthaus auf der anderen Straßenseite würde man viel Platz haben. Aber musste es wirklich dieses verwunschene Schloss sein? Liesel Schell, geprägt von den Jahren der Enge und mit einem praktischen Sinn von Gott begabt, fragte sich, wen man wohl in der großen Eingangshalle einquadieren könne. Auch die breiten Aufgänge nahmen unnötig viel Platz weg. Da konnte man nicht mal Luftmatratzen für Kandidaten ausbreiten. War man nicht gewohnt, jedes Fleckchen auszunutzen und nicht nur mit dem Geld, sondern auch mit dem Raum sparsam und sinnvoll umzugehen? Überhaupt, das Geld, 750.000 D-Mark waren unerhört viel Geld. Mit sehr gemischten Gefühlen und unterschiedlichen Auffassungen hielt man nach der Rückfahrt in Möhringen Kriegsrat. Am besten war es wohl, wenn jeder still für sich seine Eindrücke überdachte. Auf einem Bogen Papier wollte man links das Negative und rechts alles Positive aufschreiben. Als man nach einiger Zeit wieder zusammen kam, hatte Liesl Shell eine lange Liste von Gründen, die gegen den Kauf sprachen und für die positive Seite hatte sie nach langem ehrlichem Grübeln wenigstens einen Punkt gefunden. Die gesunde, frische Luft. Doch auch beim Auswerten der Pro- und Kontrapunkte konnte man sich nicht einigen. Schließlich ergriff ein Mitglied des Vorstandes das Wort. Eigentlich ist es nicht so wichtig, was jeder Einzelne von uns über den Buchenauerhof denkt, sondern was Gott dazu sagt. Ich schlage vor, dass wir jetzt auf die Knie gehen und mit Gott reden. Er kann uns irgendwie ganz klar zeigen, was wir machen sollen. Und so wurde aus der Vorstandssitzung eine Gebetsstunde. Einer nach dem anderen breitete all seine Fragen vor Gott aus und gemeinsam bat man um Gottes Reden. Während im Sitzungszimmer gebetet wurde, klingelte es an der Haustür. Frau Herm öffnete und empfing eine unbekannte Frau, die den Leiter der DMG sprechen wolle. Das geht leider nicht, erklärte Frau Herm, mein Mann ist gerade in einer sehr wichtigen Sitzung. Die Frau ließ sich nicht so leicht abfertigen. Sie würde auch nicht lange stören, meinte sie. Frau Herm versuchte es nicht nächste Woche wieder kommen, dann hätte mein Mann Zeit für sie. Aber davon wollte die Frau nichts wissen. Sie sei extra mit dem Zug von der Schwäbischen Alb hergereist und wollte noch abends wieder heimfahren. Es würde gewiss nicht lang dauern. Eigentlich hätte sie nur eine einzige Frage. Vielleicht kann ich dann Frau Herm auf leisen Sohlen ins Sitzungszimmer, wo alle auf Knien um ein Zeichen von Gott beteten, tippte ihrem Mann auf die Schulter und bat ihn zu kommen. Herr Helm war gar nicht erbaut über diese Störung und begrüßte die Frau gleich mit den Worten Wir haben gerade eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen. Ich halte sie nicht lange auf, versicherte der Gast. Ich möchte nur eins wissen, brauchen sie Geld für ein Missionshaus? Ich habe einen Acker verkauft und dafür 40.000 D-Mark bekommen. Ich möchte gern dieses Geld für ein Missionsheim geben. Planen sie solch ein Heim? Der Herr meinte fast seinen Ohren nicht zu trauen. Da betete man drinnen im Zimmer um ein Zeichen Gottes, um einen Hinweis, welches Gottes Wille sei, und da schickte direkt zu ihnen. Als Herr Herm dem Gast kurz den Plan der DMG erklärt hatte, war die Sache schnell abgemacht. Die 40.000 D-Mark wurden fest zugesagt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie aus den Bitten nun ein Loben und Danken wurde. Alle Zweifel und Fragen waren weg. Vorstand und Mitarbeiter freuten sich über Gottes unverzügliche Antwort, indem er bereits anfing, die Kaufsumme für den Buchenauerhof ins Haus zu schicken. Die Renovierungsschweine Trotz aller Freude über Gottes Führung beim Hauskauf gab es nun ein neues Problem. Wie konnte man am besten das alte Schloss und das ehemalige Forsthaus renovieren? Einfach für alle Arbeiten Handwerker bestellen, das war viel zu teuer. Die wenigen Kandidaten und Missionare im Heimataufenthalt würden jahrelang damit beschäftigt sein, denn es musste viel zu viel getan werden. Schließlich hatte Bruno Herm eine gute Idee. Wir machen im Sommer Einsatzfreizeiten mit jungen Leuten. Morgens halten wir Bibelarbeit, dann arbeiten wir zusammen und am Sonntag oder auch mal abends gibt es ein besonderes Programm oder einen Ausflug. Das war einleuchtend. Nur die Hausmutter hatte bedenken. Sie überlegte ganz praktisch. Wenn die jungen Leute den Tag über bei uns arbeiten, können sie für die Einsatzfreizeit nicht auch noch bezahlen. Wenn wir aber alle verpflegen sollen und dazu noch Farbe und Tapeten kaufen, das wird ganz schön teuer. Wenn man da bloß an das Fleisch zum Mittagessen für alle denkt und junge Leute haben gewöhnlich einen guten Appetit. Mit gemischten Gefühlen verfolgte die Hausmutter darum den Lauf der Dinge. Die Vorstandsbrüder dagegen fanden den Plan famos. Da läutete eines Tages das Telefon. Ein gläubiger Bauer wollte die Hausmutter sprechen. Können sie vielleicht ein ganzes Schwein gebrauchen? fragte er. Ich schlachte nämlich demnächst und da wollte ich gern für die DMG auch ein Schwein schlachten. Ich würde es ihnen zerlegen und auch die Wurst machen. Aber ich weiß gar nicht wie viele Leute sie dort zu versorgen haben und ob ihnen so ein ganzes Schwein nicht zu viel wird. Liesel Schell dachte sofort an die geplanten Einsatzfreizeiten und erzählte den Bauern davon. Wenn wir für all die jungen Leute kochen müssen, können wir solch ein Fleischvorrat wirklich gut gebrauchen, sagte sie. Ach wie freute sie sich. Gott hatte also ihr besorgtes Hausfrauenherz gesehen und kündigte nun das Fleisch für die Freizeit an. Aber es kam noch besser. Der Bauer am Telefon hatte noch eine ganz praktische Frage. Haben sie denn eine Tiefkühltruhe, damit sie das ganze Fleisch auch aufbewahren können? Liesel Schell durchfuhr es heiß und kalt. Ja, brachte sie vor lauter Aufregung gerade noch heraus. Eine Tiefkühltruhe haben wir. Warum sie so plötzlich aus der Fassung geraten war? Weil sie mit einem Mal Gottes Führung in der Tiefkühltruhen Geschichte sah, die sich vor kurzem zugetragen hatte. Ein Missionar im Reisedienst war von einem alten Ehepaar gefragt worden, ob die DMG eine Tiefkühltruhe brauchen könnte. Sie hätten sich gerade eine neue gekauft, um genügend Vorräte im Haus zu haben, für den Fall, dass beide kränklich würden und nicht einkaufen gehen könnten. Nun hätten sie sich aber doch entschieden, in ein Altersheim zu gehen und wollten die Truhe der DMG schenken. Als dieses Geschenk im Missionshaus eintraf, war Liesel Schells vernünftig praktische Reaktion, du liebe Zeit, so ein großes Ding, was braucht das für ein Strom? Stellt die Truhe in den Keller, aber einschalten werden wir die nicht, das wird viel zu teuer. Und nun fragte dieser Bauer nach einer Truhe, also gehörte sie zu Gottes Plan. Gott hatte längst gewusst, dass man ein geschlachtestes Schwein nicht ohne Tiefkühltruhe lagern kann und hatte bestens vorgesorgt. Erst die Truhe, dann das Schwein. Die wundersame Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nach dem der Bauer von den Einsatzfreizeiten gehört hatte, fand er, ein Schwein sei vielleicht zu wenig. Darum schlachtete er lieber zwei, zerlegte sie fein säuberlich und machte auch die Wurst fertig. Dann lieferte er alles bei der DMG ab. Diese Schell verstaute Stück um Stück in der großen Tiefkühltruhe und als beide Schweine untergebracht waren, war die Truhe genau bis zum Rand voll. Man konnte gerade noch so den Deckel schließen. Nicht mal mehr ein Kilogramm Rippen hätten reingepasst. Nein, das war kein Zufall. Das war Gottes Fürsorge und Antwort auf betendes Fragen und Sorgen. Gott hatte die Versorgung der Freizeitteilnehmer übernommen und was Gott übernimmt, das macht er perfekt. Jeden Montagmorgen fuhr nun Herr Herm von Möhringen zum Buchenauerhof und nahm jeweils den Fleischvorrat für die neue Woche mit. Liesel Schell öffnete dann jedes Mal die Truhe und holte heraus, so viel gebraucht wurde. Als die Wochen verstrichen, wurde der Vorrat geringer. Herr Helm fragte nie, reicht das Fleisch auch noch? Ganz unbesorgt erwartete er die nächste Wochen Ration und Liesel Schell wunderte sich, dass es nochmal für eine Woche reichte. Die Einsatzfreizeiten und der Fleischvorrat gingen genau gleichzeitig zu Ende. Wenn man Gottes wunderbare Planung kennt, kann man auch kaum etwas anderes erwarten. Gott schickt eine Köchin War das ein Betrieb auf dem Buchenauerhof? Junge Leute in alten Jeans, Hausfrauen mit Schürze und Kopftuch, ein Maler, ein Maurer, ein Zimmermann, Rentner und Pfarrer waren miteinander im Einsatz. Sie opferten die Ferien und scheuten keine Mühe. Da wurde geschrubbt, gefegt, gehämmert und gebohrt. Da hörte man es krachen, sägen und rumsen. Da standen Besen, Leitern und Farbeimer im Weg. Keine Frage, die Einsatzfreizeiten hatten begonnen. Auch in der Küche herrschte Hochbetrieb. Was mussten da für Mengen Kartoffeln geschält und Gemüse geputzt werden? Denn spätestens um die Mittagszeit hatte sich jeder einen gesunden Hunger angearbeitet. Schwester Liesel war froh über alle Hilfe beim Kochen, denn sie war weiter für den Haushalt in Möhringen zuständig und konnte nicht an beiden Orten zugleich sein. Bis zum Umzug würde Gott gewiss immer jemanden schicken, der all die Helfer versorgte. Und danach? Mit einem Mal wurde ihr klar, dass sich mit dem neuen großen Haus auch die DMG-Familie vergrößern würde und sie nicht länger Hausmutter und Köchin in einer Person sein konnte. Natürlich, der Buchenauerhof brauchte eine Köchin. An eine richtig Ausgebildete, die dann womöglich ein richtiges Gehalt beziehen wollte, war allerdings nicht zu denken. In der Mission kann man nicht verdienen, sondern nur dienen. Aber Erfahrung musste die Köchin schon haben, denn für 50, 60 und noch mehr Leute zu kochen, war nicht jedermanns Sache. Auch musste sie sparsam wirtschaften können, alle Reste gut verwerten und gut schmecken sollte es trotzdem. Ob Gott irgendwo solch eine Köchin für die DMG hatte? Man fing an, darum zu beten. Nun war unter den Renovierungshelfern eine ältere Verkäuferin. 20 Jahre lang hatte sie in ein und demselben Geschäft gearbeitet. Dann war es abgebrannt und weil es nicht wieder aufgebaut wurde, war Erna Gehorn jetzt arbeitslos. Als sie vom Arbeitseinsatz auf dem Buchenauer Hof gehört hatte, war sie gekommen und half nun, wo immer sie gebraucht wurde. Ob sie nicht auch einmal einen Tag kochen könnte, fragte sie. Schwester Liesel war einverstanden, doch als sie hörte, was es geben sollte, erschrak sie. Kartoffeln, Frikadellen und Rotkohl? Keine erfahrenen Kochen und dann gleich solch ein Menü? Ihr Leben lang hatte die Verkäuferin zu Hause bei den Eltern gegessen und noch nie für so viele Leute gekocht. Erna Gehorn machte sich am nächsten Tag getrost ans Werk und Schwester Liesel erschien mittags mit gemischten Gefühlen zum Essen. Sie machte sich auf alles gefasst. Doch da war kein Grund zur Besorgnis. Das Essen war sehr gut abgeschmeckt, die Mengen genau richtig bemessen. Alle wurden satt und gingen zufrieden wieder an die Arbeit. Schwester Liesel aber dankte Gott. Wir haben dich gebeten, dass du uns eine Köchin schenkst und dabei haben wir sie schon hier. Erna Gehorn übernahm bis zu ihrer Pensionierung die Verantwortung der Küche. Über zehn Jahre lang war sie eine sehr sparsame, umsichtige Köchin für die große Missionsfamilie, für Rüstzeiten und Gebetssonntage. Der wundersame Einweihungseintopf Endlich war es soweit. Die Renovierungsfreizeiten waren vorbei, der Umzug von Möhringen beendet. Familie Herm bezog die Dachwohnung im Schloss, die Büros Schwestern richteten sich ihre Zimmer im Forsthaus ein, wo auch die Büros untergebracht waren. Der Tag der Einweihung war festgesetzt und die Einladungen an alle Missionsfreunde verschickt. Was würde das für ein Lob- und Dankfest werden. Wie wunderbar hatte Gott alles geführt und für alles gesorgt. Der Kaufpreis war bis auf die letzte Mark bezahlt. Vielleicht wollt ihr gerne wissen, wie das zugegangen ist? Ich gebe euch einen Tipp. Stellt doch am Abend mal einen leeren Eimer in die Badewanne und dreht den Wasserhahn so wenig auf, dass das Wasser nicht fließt, sondern nur tropft. Ein Tropfen im Eimer ist das viel? Nicht der Redewert. Zwei, drei, vier, fünf Tropfen reichen nicht mal zum Zähneputzen. Zwanzig, dreißig, vierzig, damit kann man sich nicht mal waschen. Aber lasst den Wasserhahn nur immer weiter tropfen. Am nächsten Morgen werdet ihr euch wundern, wie viel Wasser zusammenkommt, wenn es so Stunde um Stunde in den Eimer tropft. Nach dem gleichen Prinzip wurde der Buchenauerhof bezahlt. Viele Leute schickten 10 oder 20 D-Mark zum Kauf der Häuser. Was ist ein 10-Mark-Schein, wenn man davon 75.000 Stück braucht? Genauso viel wie ein Tropfen im Eimer. Aber wenn ganz viele Leute einen 10-Mark-Schein schicken, kann man sie bündeln. Und ganz viele Bündel geben schließlich doch eine große Summe. Manchmal dreht Gott den Hahn auch ganz groß auf. Dann kam ein großer Schwall, wie zum Beispiel als jemand das ganze Geld, das er für ein neues Auto gespart hatte, zur DMG schickte und einfach weiter mit seinem alten fuhr, weil Gott es ihm so gesagt hatte. Auch bei der Renovierung waren keine Schulden gemacht worden. Die Helfer und sogar die meisten Handwerker hatten kostenlos gearbeitet. All die Farbtöpfe, die man leer gepinselt hatte, waren ohne Rechnung geliefert worden. Ein richtiger Freudentag sollte es werden, dieses Einweihungsfest. Mit Eifer wurden die letzten Farbkleckse beseitigt und alles auf Hochglanz poliert. Dort fehlten noch ein paar Blumentöpfe, dort ein schöner Strauß und im Versammlungsraum fehlten die Stühle. Schon lange waren sie bestellt, ab und zu hatte man nachgefragt und eigentlich war es bei aller Renovierungsarbeit ganz praktisch gewesen, dass der Saal leer war. Aber nun rückte der Einweihungssonntag immer näher und man hatte keine Stühle. Man konnte doch nicht den Gottesdienst im Stehen feiern. Gott, der so wunderbar ein Ereignis ins andere gefügt hatte, musste doch wissen, dass wir Europäer zum Sitzen Stühle brauchen. Natürlich, Gott wusste das auch. Am Samstag vor dem Fest, als alles fertig geputzt war, hörte man einen Lastwagen auf den Hof fahren. Die Stühle wurden geliefert. Ob je ein Lastwagenfahrer so herzlich und freudig empfangen wurde wie dieser? Fast andächtig wurde die Ladung vom Wagen gehoben. Sorgfältig wurden die Stühle abgestaubt und im Saal in Reih und Glied gestellt. Nun war wirklich alles bereit. Dann kamen am Sonntag die Gäste. Aus der Ferne und der Nähe reisten die Missionsfreunde an. Wer beim Renovieren geholfen hatte, kam jetzt zum Feiern. Wer vom Buchenauerhof gelesen oder gehört hatte, kam jetzt um zu sehen. Wer dafür gebetet hatte, kam jetzt zum Danken. Wer dafür geopfert hatte, kam jetzt zum Mitfreuen. Auto um Auto füllte den Hof. Manche Gruppen hatten sogar einen Omnibus gemietet. Bald war der Versammlungssaal voll besetzt. Man dirigierte die Leute auf die Empore, Jugendliche hockten auf den Treppenstufen, man öffnete die Tür zur Eingangshalle, jedes Eckchen wurde besetzt. Wie gewaltig und froh klang das erste Loblied. In der Küche waren zur gleichen Zeit Liesel Schell und Erna Gehorn im Einsatz. Sie hatten den neuen riesengroßen Kochtopf auf den Herd gehoben und bereiteten den Gemüseeintopf für das Mittagessen zu. Während die Suppe kochte und im Saal die Gäste der Festpredigt lauschten, stand Liesel Schell am Küchenfenster und blickte auf die geparkten Autos Wie viele Leute mochten heute gekommen sein? Plötzlich spürte sie eine seltsame Unruhe in ihrem Herzen. Wenn es nun mehr waren als gedacht. Letzte Woche hatte sie Bruno Herm gefragt, was meinst du, wie viele Leute wohl zur Einweihung kommen? Herr Herm hatte kurz überlegt, hatte die Zahl der Einladung überdacht und dann gemeint, ich denke so ungefähr 300. Zusammen mit der Köchin hatte sie die Zutaten für den Eintopf ausgerechnet, das Fleisch und das Gemüse gekauft und sogar extra den neuen Kochtopf angeschafft. Die ganze Zeit war die Zahl 300 Grundlage aller Planung gewesen. Die Unruhe wuchs und Schwester Liesel schickte eine Kandidatin auf den Hof. Zähl bitte mal die Autos und Omnibusse, damit wir wissen, wie viele Gäste ungefähr gekommen sind. Nach einiger Zeit kam die Kandidatin mit dem Resultat zurück. Es werden ungefähr 500 Leute sein. Liesel, Schell und Erna Gehorn wurden blass. 500 Leute. Der Topf war bis zum Rand voll. Nicht mal den allgemein bekannten Rat vom Wasser in die Suppe gießen konnten sie beherzigen. Es gab auch nichts, womit sie die Mahlzeit hätten ergänzen können. Der nächste Bäcker war im Nachbardorf und hatte ohnehin am Sonntag geschlossen. Als sie beiden noch völlig ratlos den Eintopf umrührten, hörten sie über den Lautsprecher, dass Bruno Herm jetzt mit der Predigt fertig war und die ganze Versammlung zum Essen einlud. Keiner von ihnen muss jetzt nach Hause fahren. Wir laden sie alle herzlich zum Mittagessen ein. Wir haben genug für alle vorbereitet. Die beiden in der Küche wussten inzwischen, wo sie Hilfe holen konnten. Bei Gott. Wo sonst? Sie stellten sich vor den großen Suppentopf und falteten die Hände. Sie beteten. Vater im Himmel, ein großes Volk zu speisen ist dir kein Problem. Du hast mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Mann gesättigt. Du kannst auch unseren Eintopf vermehren, dass er für alle reicht. Bitte hilf uns. Wir vertrauen dir. Da kamen auch schon die Kandidaten und Helfer in die Küche. Die Suppe wurde in Eimer geschöpft und aus den Eimern wurden draußen die Teller gefüllt. Schwester Liesel wich nicht vom Kochtopf. Immer wenn einer mit einem leeren Eimer zurückkam, fragte sie, haben schon alle etwas gehabt? Nein, noch sind nicht alle bedient, hieß es dann und betend füllte sie nach. Sie schöpfte Eimer um Eimer und dankte dabei im Stillen, Vater, du weißt, was wir brauchen, ich danke dir, dass du für alle sorgst. Weder Gäste noch Mitarbeiter ahnten, wie bedeutungsvoll jeder Tellersuppe war. Die beiden Köchenen aber waren sich einig, es macht nichts, wenn wir nichts bekommen, wenn es nur für die anderen reicht. Schließlich war der große Topf leer, auch die Eimer kamen alle leer zurück. Schwester Liesel fragte die Kandidaten, wird noch Suppe gewünscht? Nein, sagten sie, wir haben überall gefragt, aber es sind alle satt. Da fiel Liesel Schells Blick auf zwei Teller Suppe, die auf dem Küchenschrank standen. Und für wen ist dieses Essen? Alle zuckten die Schultern, sicher waren die Teller versehentlich gefüllt und dann beiseite gestellt worden. Die beiden Portionen waren übrig. Hier Erna, das ist für uns, der Herr hat für alle gesorgt und auch uns beide nicht vergessen. Schweigend und mit bewegtem Herzen löffelten beide ihre Suppe. Gott ist heute wirklich derselbe wie damals zur Zeit der Bibel. Ein Zuhause für Missionare Nun hatte man wirklich Platz. Im Forsthaus konnte jeder ungestört arbeiten. Schwester Martha konnte in Ruhe weiterrechnen, wenn Schwester Hilde nebenan die Briefe tippte und Schwester Liesel gerade im vorderen Büro telefonierte. Herr Herm hatte sein Arbeitszimmer und da war noch Platz für Kandidaten, die im Büro halfen. Auch zum Wohnen gab es genug Zimmer. Man konnte sogar Gäste unterbringen. Nur ein Problem war noch geblieben. Wenn Missionare in die Heimat zurückkamen, konnte man sie zwar irgendwo unterbringen, aber sie hatten keine Wohnung extra für sich. Sie steckten von morgens bis abends in dem ganzen Betrieb, den eine Missionszentrale eben mit sich bringt. Obwohl solche Missionare sich erholen und mal richtig ausspannen sollten, mussten sie zu den festgesetzten Zeiten im Speisesaal zum Essen erscheinen. Die Mütter aus den Missionars Familien konnten die Wäsche nur dann in der großen Missions Waschmaschine waschen, wenn sie gerade nicht gebraucht wurde. Und wenn sie für ihre Familie mal einen saftigen Zwetschgenkuchen backen wollten, weil sie jahrelang nur Bananen und Apfelsin gegessen hatten und so richtig Lust auf Zwetschgenkuchen hatten, so ging das natürlich auch nicht, weil es nur eine große Küche gab und die brauchte Erna Gehorn um für alle zu kochen. Man brauchte ein Haus mit richtigen Wohnungen für Missionars Familien und mit gemütlichen Zimmern für die alleinstehenden Missionarinnen, damit sie auch im Heimataufenthalt ein Zuhause hatten. Die Wiese neben dem Gemüsegarten war ein idealer Bauplatz. Und nachdem man oft und lange darüber im Gebet mit Gott gesprochen Und nun wird die Sache spannend. Denn nun kommt die Schwierigkeit. Wie war das beim ersten Bau in Stuttgart gewesen? Da hatte man kein Land zum Bauen gefunden und darum beten müssen. Wie war das beim Kauf des Buchenauer Hofs gewesen? Da hatte das Geld gefehlt und war als Gebetserhöhung gekommen. Dieses Mal war der Bauplatz da und sogar das Geld zum Bauen. Für das frühere DMG-Haus in Möhringen hatte man nämlich endlich den richtigen Käufer gefunden. Man hatte dieses Haus, mit dem so viele Wunder Gottes verknüpft waren, nicht einfach irgendjemand für irgendeinen Zweck verkaufen wollen und auch in dieser Angelegenheit gebetet. Nun hatte ein anderes Missionswerk das Haus übernommen und von diesem Geld sollte das neue Missionsheim bezahlt werden. Was gab es denn nun wieder für Hindernisse? Die Baubehörden wollten keine Baugenehmigung erteilen. Das alte Schloss stand unter Denkmalschutz und das Land um den Buchenauerhof war Landschaftsschutzgebiet. Man durfte wohl renovieren und verschönern, aber nicht umbauen, anbauen oder gar neubauen. Alles sollte so bleiben, wie es war. Die alten Häuser, das Schloss mit den Türmchen und Erkern und die uralten Bäume gaben ein Bild ab, das nicht verändert werden durfte. Wie konnte man ein großes Wohnhaus daneben bauen? Das passte doch gar nicht zu dem alten Herrensitz. Also war man trotz Bauplatz und Geld auch dieses Mal darauf angewiesen, dass Gott eingriff. Wieder trafen sich alle zum Gebet und wieder erhörte Gott. Als die Baugenehmigung dann doch kam, war die Freude groß. Der Architekt musste allerdings einige Bedingungen beachten, denn das Haus sollte einen ländlichen Stil bekommen, damit es in die Landschaft passte. So baute er oben unter die Giebel je einen großen Balkon aus dunklem Holz, dessen Pfeiler bis nach unten reichten. Schwester Liesel, die die ganze Bauerei mit größtem Interesse verfolgte, sprach schließlich eines Tages den Architekten an. Nun ist das Haus fertig, nehmen sie denn bis zur Einweihung die Holzpfeiler denn da weg? Der Architekt schmunzelte. Die Holzpfeiler sind kein Gerüst, die gehören zum Haus und bleiben dran. Das ist Vorschrift vom Bauamt. Nun, wenn das so war, musste man sich eben daran gewöhnen. Gott gab übrigens nicht nur die Baugenehmigung für das Missionars Wohnheim, sondern tat noch viel mehr. Da fragte plötzlich jemand an, ob die DMG eine ganze Ladung Türen brauchen könnte. Natürlich braucht man Türen für ein neues Haus. Wohnungstüren, Küchentüren, Schlafzimmertüren, Kinderzimmertüren. Das Besondere an diesen schönen neuen Türen war das ganz kleine Guckloch, das sie alle hatten. Spion nennt man es und man kann dadurch hinausspähen, um zu sehen, wer vor der Türe steht. Wenn nun Missionsfreunde das Haus besichtigen, wird Schwester Liesel oft gefragt, warum haben die Türen denn alle einen Spion? Sie antwortete dann, das weiß ich auch nicht, wenn Gott uns Türen mit einem Spion schickt, fragen wir nicht warum, wir nehmen sie einfach mit Danksagung. Eine andere Überraschung wurde der Flieseneinkauf. Um alle Küchen, Badezimmer und Toiletten im Wohnheim zu kacheln, brauchte man eine ungeheure Menge. Kein Wunder, dass man sich umhörte, wo man sie wohl am günstigsten kaufen konnte. Und irgendjemand kannte da einen gläubigen Fliesengroßhändler. Gewiss würde er der DMG eine Ermäßigung geben. Schwester Liesel war dabei, als man die empfohlene Adresse aufsuchte. Junge war das eine große Auswahl. Überall Stellwände mit Fliesen, braune, grüne, blaue, graue und weiße, gemusterte, glatte, kleine, große und solche mit hübschem Dekor. Schwester Liesel gefiel da manches, aber sie mahnte sich selbst zu Vernunft und schaute vor allem nach den angegebenen Preisen. Als der Fliesenhändler das bemerkte, sagte er, achten Sie nicht auf die Preise, suchen Sie einfach aus, was Ihnen gefällt. Nein, nein, das geht nicht, wehrte Schwester Liesel ab. Wir bei der DMG müssen unsere Ausgaben sorgfältig überlegen. Auf die Preise muss ich schon sehen beim Aussuchen. Wissen Sie, erklärte da der Fliesenhändler, meine Frau und ich haben darüber gesprochen. Wir sind uns einig, möchten das gerne für den Herrn Jesus tun. Schwester Liesel konnte das kaum fassen. Wie? Alle Fliesen für das ganze große Haus? Ja, alle Fliesen, so viel wie gebraucht werden. Darum suchen Sie jetzt aus, was Ihnen gefällt und schauen Sie nicht nach dem Preis. Das war ein Angebot. So kauft man gerne ein. Ob Schwester Liesel nicht doch ab und zu mit einem Auge nach dem Preisschild geschielt hat? Wer weiß, aber hübsche Fliesen hat sie ausgesucht. Davon könnt ihr euch bei Gelegenheit selbst überzeugen. Wunderliche Gardinenpredigten Habt ihr schon mal eine Gardinenpredigt zu hören bekommen? Nun, eine Predigt kennt ihr sicher. Die hört man schließlich jeden Sonntag im Gottesdienst. Eine Gardinenpredigt dagegen ist eine lange Ermahnung. Wenn man jemanden ausführlich ins Gewissen redet, das ist eine Gardinenpredigt. Bei der DMG gab es auch Gardinenpredigten, aber die hat weder Bruno Herm noch die Hausmutter gehalten. Ich will wie das zuging. Das neue Haus wurde fertig und war ganz bezahlt. Das Geld hatte genau gereicht. Aber in einem leeren Haus kann natürlich niemand wohnen, auch wenn es noch so interessante Türen und schöne Fliesen hat. Da fehlen Möbel, Wäsche, Geschirr und Gardinen und für all das war kein Geld da. Gott ist nicht auf Geld angewiesen. Er kann ein ganzes Haus auch ohne brachte da plötzlich ein großes Paket mit Gardinen. Da wurde ausgepackt, bewundert und sich gefreut, bis jemand sagte, sehr hübsche Gardinen, aber ob die auch passen? Vielleicht sind sie zu kurz oder zu breit oder zu schmal. Schwester Liesel war anderer Meinung. Gott kennt die Maße für alle Fenster im neuen Haus. Da wird er doch keine Gardinen schicken, die zu kurz sind. Ich gehe gleich mal nachsehen, für welche Fenster Gott sie gedacht hat. Sprach und verschwand im Neubau. Schon winkte sie einem Kandidaten herbei und bat um eine Trittleiter. Als die Gardinen hingen, schienen sie wie maßgeschneidert. Da kam ein anderes Paket mit einer blauen Badezimmer Garnitur an. Die Hausmutter breitete die Matten vor Badewannen und WC aus und freute sich, als später aus einem anderen Paket geblümte Frotteegardinen zum Vorschein kamen, waren sie im gleichen Blau gemustert und hatten genau die Maße des Badezimmer Fensters. Und unter der ganzen Ladung geschenkter Tapeten waren einige Rollen mit orangefarbenen Blumenmuster. Die Hausmutter entschied, das sind typische Schlafzimmertapeten. Also machten sich zwei Kandidaten daran, in einer Missionarswohnung das Schlafzimmer zu tapetieren. Als sie fertig waren, wirkte der ganze Raum freundlich, aber ziemlich bunt. Hoffentlich bekommen wir keine so verschnörkelte Möbel dazu, dachte Schwester Liesel, als sie das Werk besah. Bald darauf bekam die DMG eine gut erhaltene, ganz schlichte, weiße Schlafzimmereinrichtung geschenkt und in einem der vielen Pakete befanden sich einfarbige orangene Gardinen, die ohne Änderung aufgehängt werden konnten. Wundert euch das? Denkt nur, Gott, der die Welt so schön gemacht hat, der sich Berge und Täler, Bäume und Blumen in solcher Vielfalt ausgedacht hat, dieser Gott hat doch Sinn für Schönheit. Er weiß genau, welche Gardinen in welchen Raum gehören und wie sie am besten zur Tapete und zur Einrichtung passen. Das ist die Predigt, die die Gardinen im Wohnheim halten. Wenn man sie anschaut und die Geschichte dazu hört, dann freut man sich über Gottes Fürsorge und kleine Wunder. Übrigens hängen auch im alten Schloss Gardinen Predigten und das kam so. Im frisch tapezierten Sitzungssaal wurde mit dem Zollstock hantiert. Ein Missionskandidat stand auf der Trittleiter und maß die Fenster aus. Die Hausmutter notierte die Zahlen in ihrem Notizbuch. Für diese außergewöhnlich hohen Fenster würde man gewiss keine Gardinen geschenkt bekommen. So hatte man Gott um Hilfe gebeten und als Antwort die Adresse eines Großhandels bekommen. Im Großhandel kaufen eigentlich nur Wiederverkäufer ein, also Leute, die für ihr Geschäft Ware brauchen. Aber mit Schwester Liesel machte der Verkaufsleiter eine Ausnahme. Sie durfte sich all die dicken Stoffballen anschauen und in Ruhe aussuchen, was zur Tapete im Sitzungssaal, zu den Stühlen und zum Geldbeutel des Buchenauerhofs passte. Dann wurden die vielen Meterstoff abgemessen und der Preis ausgerechnet. Voll Freude stellte Schwester Liesel fest, dass sie die Gardinen nicht nur zum richtigen Großhandelspreis bekam, sondern noch eine zusätzliche Ermäßigung. Einige Wochen später erschien die Hausmutter ein zweites Mal beim Großhandel. Sie hatte die Fenstermaße vom Speisesaal in der Tasche, wurde wieder sehr nett bedient und zahlte zu den gleichen Bedingungen. Es war schon mehr als ein Jahr vergangen, als Schwester Liesel zum dritten Mal zum Stoff Großhandel fuhr. Der Speisesaal war vergrößert worden und hatte nun ein paar Fenster dazu bekommen, obwohl der gleiche Stoff, den man vor so langer Zeit gekauft hatte, noch zu haben, war, tatsächlich, man fand den richtigen Ballen und maßt die nötigen Meter ab. Als Schwester Liesel bezahlt hatte, kam der neue Verkaufsleiter und erklärte sehr höflich, aber bestimmt, Frau Schell, das ist nun das letzte Mal, dass Sie zu diesen Bedingungen bei uns einkaufen konnten. Sie haben bis jetzt den Großhandelspreis und eine zusätzliche Ermäßigung bekommen, aber das ist in Zukunft nicht mehr möglich. Schwester Liesel bedankte sich herzlich und als sie auf dem Heimweg die Sache in Ruhe überdachte, wurde ihr Herz ganz fröhlich. Danke, Herr, betete sie, wir durften hier dreimal so günstig einkaufen. Wenn das nun nicht mehr geht, ist das gar nicht schlimm. Unsere Häuser sind jetzt fertig eingerichtet, wir brauchen ja auch gar keine Gardinen mehr. Das sind die Predigten, die zu den Gardinen im Schloss gehören. Gott sorgt für Möglichkeiten, die normalerweise unmöglich sind. Das Erbe der Lungenheilstätte Wenn Missionare in den Heimatofenthalt kommen, werden sie erst einmal gründlich untersucht, damit man weiß, ob sie gesund sind. Wie leicht kann man Krankheitskeime oder Parasiten wie Würmer und Amöben aus den Tropen mitbringen und braucht dafür besondere Medizin. Natürlich wird dann auch die Lunge geröntgt und als man bei einem der Missionare einen Fleck auf der Lunge entdeckte, bekam er einen langen Aufenthalt in einer Lungenheilstätte verordnet. Manchmal versteht man Gottes Führungen nicht sofort, sondern erst später. So auch bei diesem Kuraufenthalt. Der Missionar war dort nämlich einer der letzten Patienten, weil der leitende Arzt verstorben war und seine Frau das Heim auflöste. Was macht man mit Geschirr, das den Namen einer Klinik trägt und mit Wolldecken auf denen groß zu lesen ist, dass sie zum Inventar einer Lungenheilstätte gehören? Kann ihre Mission nicht etwas von all diesem Hausrat brauchen? fragte eine der Krankenschwestern den Missionar. Und ob! Schwester Liesel dachte gleich an an die leeren Küchenschränke im Neubau und an all die Betten, die künftig bezogen werden mussten. Voll Freude und Erwartung reiste sie in den Schwarzwald. Dort durfte sie auch die ganze Heilstätte gehen Dort durfte sie durch die ganze Heilstätte gehen und überall aussuchen. Das nehmen wir gern, das können wir auch gebrauchen. Unwillkürlich musste sie an das Wort Gottes denken, wo es heißt, mein ist Silber und Gold. Hier schenkte Gott Gelegenheiten, von denen niemand geträumt hatte. So viel konnte keiner im Kofferraum seines Autos mitnehmen. Per Lastwagen wurde schließlich das ganze Erbe der Lungenheilstätte am Buchenauerhof abgeliefert. 150 Mal komplette Bettwäsche, einige hundert Wolldecken, Ess- und Kaffeegeschirr für 90 Personen, dazu Schüsseln, Platten und Kannen. Und alles war geschenkt. Aber das war noch nicht alles, was Gott zur Einrichtung des Wohnheimes tat. Ab und zu, wenn das Telefon im Forsthaus klingelte, fragten auch mal Leute, können sie einen neuen Kühlschrank brauchen? Wir haben jetzt eine neue komplette Küche angeschafft und haben darum einen neuen Kühlschrank, aber der alte ist noch ganz in Ordnung. Andere wollten wissen, ob die DMG eine Waschmaschine nötig hatte und so kam es, dass mit der Zeit jede Küche im Wohnheim Maschine angeschlossen wurde. Dann wurde eine beachtliche Summe Geld überwiesen mit dem Vermerk zur Einrichtung der Zimmer für Missionarinnen. Die Hausmutter studierte Prospekte und Preislisten und schaffte für jedes Zimmer ein Bett, ein Nachtschränkchen und einen Schreibtisch an. Wenn es so ausdrücklich verlangt wurde, durfte man auch einmal etwas ganz Neues kaufen. Wie hübsch machten sich die Möbel in den Zimmern. Eine Frau von der Schwäbischen Alb hatte davon gehört, dass die DMG ein Wohnheim für Missionare einrichtete. Da wollte sie gerne mithelfen und kaufte für alle Küchenschubladen das Besteck, lauter Messer, Gabeln und Löffel von guter Qualität. Sie schickte auch Brotteller und klebte jede Menge Holztabletts mit hübscher Folie aus. Eine andere Frau kaufte lustig gemusterten festen Baumwollstoff und nähte einen ganzen Stapel Kinderbettwäsche. Wieder eine andere Frau schenkte ganz neues, schönes Geschirr für die Wohnungen und schrieb dazu, die Missionare sollen es schön haben, wenn sie in den Heimataufenthalt kommen. So ist das also, wenn Gott ein Haus einrichtet. Die Geschichte von der Couch Garnitur Nachdenklich saß die Hausmutter in ihrem Büro. Sie hatte einen Luftpostbrief vor sich liegen und las bereits zum dritten Mal den Satz Wir kommen also am Freitag um 17. 20 am Frankfurter Flughafen an. Gewiss, sie war froh, dass nun für solche Missionarsfamilien, die in den Heimataufenthalt kamen, gesorgt war. Das Wohnheim war fertig eingerichtet. Man musste nur noch die Betten beziehen. Wo lag denn das Problem? Im Wohnzimmer. Dort stand ein Schrank, ein Tisch mit Stühlen, eine Kommode, aber es fehlten die Sessel und eine Couch. Ohne Zweifel, man konnte die Wohnung benutzen. Man konnte kochen, essen, baden, schlafen und Wäsche waschen. Nur gemütlich zusammensitzen, das konnte man nicht. Die ganze Zeit über hatte die Hausmutter zuversichtlich gewartet. Gott wusste doch, was zu einer Wohnzimmereinrichtung gehörte. Er würde rechtzeitig das fehlende schicken. Und nun blieb nur noch eine Woche bis zur Ankunft der Familie, die als erste eine Wohnung im neuen Haus beziehen sollte. In einer Woche kann sich noch einiges Ereignen dachte die Hausmutter und schob mit einem stillen Gebet den Brief wieder in den Umschlag. Es vergingen zwei Tage, drei Tage und nichts geschah. Was wollte Gott nur mit seinem Schweigen sagen? Sollte man vielleicht eine Couch-Garnitur kaufen? Aber bis jetzt waren alle Möbel geschenkt worden. Schließlich fuhr Schwester Liesel doch Couch-Garnituren und als ihr eine besonders gefiel, fragte sie nach dem Preis. Aber als sie hörte, was die Couch mit den Sesseln kosten sollte, war sie erschrocken. Oh, das ist unmöglich, das können wir nicht verantworten, so viel Geld können wir dafür nicht ausgeben. Der Möbelhändler war verwundert, was heißt wir? Für wen suchen sie denn die Möbel? Breitwillig gab Schwester Liesel Auskunft über die DMG, über das neue Heim für Missionare und über die Familie, die in wenigen Tagen kommen sollte und für die sie als Hausmutter alles herrichten sollte. Der Mann hörte interessiert zu und war schließlich bereit, die Couch-Garnitur etwas billiger abzugeben. Aber nun war Schwester Liesel entschieden. Nein, wir kaufen sie nicht. Vielleicht schenkt Gott uns doch noch eine. Am Nachmittag hielt ein Lieferwagen vor dem Forsthaus. Der Fahrer fragte im Büro nach der Hausmutter. Man holte Schwester Liesel herbei und als sie den Mann und draußen den Lastwagen sah, fragte sie, was bringen sie uns denn? Die Couch-Garnitur, die sie heute Vormittag ausgesucht haben. Schwester Liesel protestierte, ich hab sie nicht gekauft. Der Fahrer, aber ich soll sie liefern. Schwester Liesel entrüstet, das muss ein Missverständnis sein, ich hab sie zwar ausgesucht, aber wirklich nicht gekauft. Der Fahrer sagte, nun beruhigen sie sich doch, der Chef schenkt sie ihnen. Er hat mir gesagt, ich soll sie herfahren. So was, der Chef, sonst ein guter Geschäftsmann, verschenkt Möbel. Schwester Liesel hatte schon viel mit Gott erlebt, aber dass er sie in einem ganz normalen Geschäft die Möbel aussuchen ließ, die er als Gebetserhöhung schenken wollte, das hatte sie doch noch nicht erlebt. Die Sache mit den Geschirrtüchern Noch einmal fuhr Schwester Liesel einkaufen, um dann doch unverrichtete Dinge zurückzukommen. Wieder war sie unsicher gewesen, was Gott mit seinem Schweigen sagen wollte. Es ist die Geschirrtücher Geschichte, die ich will. Die Hausmutter hatte wirklich kein ruhiges Leben. Mal soll sie Gäste begrüßen, mal ans Telefon laufen, mal der Köchin einen Rat geben. Dann muss sie die Arbeit im Haus verteilen und die Kandidaten anleiten. Und zwischen allem Planen, Entscheiden und Rat erteilen hieß es nun immer wieder, wir brauchen Geschirrtücher. Denkt nur, wie viel Geschirr in der großen DMG-Familie täglich abgewaschen und getrocknet werden muss. Kein Wunder, dass die Geschirrtücher im Lauf der Zeit immer dünner und schließlich löchrig wurden. Aber sollte Gott, der Hunderttausende von Mark zum Hauskauf schickte, der für Möbel, Gardinen, Kühlschränke und Waschmaschinen sorgte, nicht Geschirrtücher schenken können? Das war doch wirklich eine Kleinigkeit. Natürlich war es mit drei oder sechs Stück nicht getan, es musste schon 30 oder 60 sein, aber für Gott war das doch kein Problem. Dennoch, Woche um Woche verging. Wer Küchendienst hatte, erinnerte die Hausmutter daran, wir brauchen Geschirrtücher. Wer der Waschküche arbeitete und die alten Tücher bügelte, kam hinterher zu Hausmutter. Wir brauchen dringend Geschirrtücher. Schwester Liesel blieb dabei, in der Bibel steht, unser himmlischer Vater weiß, was wir bedürfen. Also betete man um Geschirrtücher. Aber es kamen keine. Was wollte Gott mit seinem Schweigen bezwecken? Sollte man sie vielleicht einfach kaufen gehen? Zu zweit fuhr man schließlich los, um Geschirrtücher zu kaufen. Doch wie sonderbar das empfohlene Geschäft war zur ganz normalen Öffnungszeit geschlossen. Das ist ein Hinweis vom Herrn, sagte die Hausmutter. Wir sollen doch keine kaufen. Gott will sie uns auf andere Art geben. Voll Spannung wartete man, was passieren würde. Noch in der gleichen Woche kam ein Paket an, mit Geschirrtüchern. Am folgenden Tag brachte jemand Geschirrtücher und zuletzt landete ein ganzer Ballen von festem Baumwollstoff am Buchenauerhof. Daraus nähte man Geschirrtücher. Das ist nun schon viele Jahre her und trotzdem mussten bis heute keine Geschirrtücher gekauft werden. Es stimmt, unser himmlischer Vater weiß, was wir brauchen, aber uns fällt das Warten oft so schwer. Was würden wir wohl alles erleben, wenn wir nicht vor lauter Ungeduld Dinge selbst in die Hand nehmen würden? Die Luxus-Tapete Wieder einmal wurden Steine, Sand und Zement abgeladen. Der Bagger brummte, die Mischer dröhnten, kein Zweifel, Am Buchenauer Hof wurde gebaut. Zuerst hatte man den Gedanken weit von sich geschoben. Das große alte Schloss und das geräumige Forsthaus mussten doch einfach genügen. Aber die DMG wuchs und wuchs. Die Büroräume wurden eng und die Mansadenstuben für die Kandidaten reichten bei allem gutem Willen nicht aus. Nun standen schon drei Betten in jedem der Zimmerchen. So konnte es wirklich nicht weitergehen. Doch wo sollte gebaut werden? Hinter dem Forsthaus war zwar Platz genug, aber das war kein Bauland, sondern ein Garten. Als die DMG die Baupläne einreichte, wusste man, dass das Unternehmen menschlich gesehen ziemlich unmöglich war. Aber Gott kann Unmögliches möglich machen und so wurde die Baugenehmigung ein tägliches Gebetsanliegen, so lange bis sie eintraf. Jawohl, sie wurde erteilt. Nicht sofort, sondern erst nach einigem hin und her und mit genauen Richtlinien, wie das neue Haus auszusehen habe. Als dann eine liebe alte Frau aus dem Freundeskreis der DMG starb und ihr Haus der DMG als Erbe hinterließ, da war auch der größte Teil der nötigen Bausumme schon vorhanden. Das restliche Geld wurde wieder von vielen einzelnen Leuten gespendet. Nun müsst ihr wissen, dass niemals Spenden für Missionsarbeit zum Bauen verwendet werden, nur wenn es ausdrücklich gesagt oder auf dem Überweisungsschein vermerkt ist, kommt eine Spende in die Baukasse. Um das neue Haus mit dem alten Forsthaus zu verbinden, plante man einen Zwischenbau, damit man im Trockenen und Warmen von einem Haus ins andere gelangen konnte. Dieser Zwischenbau sollte so breit werden, dass man dort einen Aufenthaltsraum einrichten konnte. Das sollte sozusagen ein Wohnzimmer für die Kandidaten werden. Sie brauchten es, um mal abends gemütlich zusammen zu sitzen oder um Besuch zu empfangen und mit ihm Kaffee zu trinken. Das war gar nicht so einfach, alles zu bedenken und richtig einzurichten. Aber Gott gibt sogar dafür gute Ideen, wenn man darum betet. Solch eine gute Idee war auch der große Einbauschrank an der rechten Wand. Wenn man ihn öffnet, steht man plötzlich vor einer richtigen kleinen Küche. Man kann Kaffee kochen, Kuchen schneiden und sogar Geschirr abwaschen. Die kleinen Tische im Raum kann man beliebig hinrücken und für wenig oder für mehr Leute decken. Links im Raum kann man es sich auf zwei Couchen bequem machen und an dieser linken Wand aber halt jetzt hätte ich es euch beinahe schon verraten. Also der Raum als er ganz neu war und gerade eingerichtet da kam ein junger Mann zu Besuch. Er wollte gerne den Neubau ansehen. Schwester Liesel unterbrach ihre wichtige Arbeit und führte den unbekannten Besucher herum. Natürlich kam er auch in den neuen Aufenthaltsraum. Dort zeigte er auf die kahle linke Wand und fragte Und was kommt dort in die Nische? Schwester Liesel kam in Verlegenheit. Das kommt gewiss nicht so oft vor, aber jetzt wusste sie wirklich nicht, was sie sagen sollte. Vor einigen Wochen hatte sie ein Tapetenmusterbuch durchgeblättert und dort eine wunderschöne Landschaftstapete entdeckt. Sie gefiel ihr nicht nur wegen der Berglandschaft, sondern auch, weil das Motiv der Tapete Beatenberg hieß. Das wäre etwas für die Nische im Aufenthaltsraum, hatte sie spontan gedacht. Beatenberg, dort war die Bibelschule, die sie und andere Mitarbeiter und Missionare der DMG besucht hatten. Auch der Gedanke, die DMG zu gründen, war doch in Beatenberg geboren. Aber als sie den Preis der Tapete gesehen hatte, war die Sache schon entschieden. Sie war viel zu teuer. Da gab es andere Anschaffungen, die wirklich nötig waren. Nachmittags hatte sie sich im neuen Aufenthaltsraum mit den Kandidaten zum Gebet getroffen. Als sie die weiße Wand sah, fiel ihr die Landschaftstapete wieder ein und sie erzählte den anderen davon. Aber die ist viel zu teuer, das ist Luxus, schloss sie. Und damit war der Fall für sie erledigt. Jedoch nicht für die Kandidaten. Wir können doch darum beten, meinte eine. Und als Schwester Liesel ein bedenkliches Gesicht machte, fügte sie schnell hinzu, wir können ja sagen, wenn es dein Wille ist. Wenn man sich nun nachmittags zum Gebet traf, hieß es immer nach allen wichtigen Anliegen, Jesus, du kannst uns auch die Landschaftstapete schenken, wenn es dein Wille ist. Und nun kam dieser fremde Besucher und wollte wissen, welche Pläne man mit der weißen Wand hatte. Da half nun alles nichts. Ehrlich, aber doch so knapp wie möglich, gab Schwester Liesel Auskunft über die ganz geheimen Wünsche. Eine Woche später kam der junge Mann ein zweites Mal zum Buchen Auerhof. Er buxierte ein langes Paket aus seinem Auto und lieferte es bei der Hausmutter ab. Die ahnte ganz und gar nicht, was da eingewickelt war. Hier ist die Landschaftstapete Beatenberg, sagte der Besucher. Sie konnten es ja nicht wissen, dass ich ein Tapetengeschäft habe. Darum schenke ich ihnen die Tapete für die weiße Nische. Und hier im Karton sind noch andere Tapeten, die sie vielleicht beim Renovieren mal brauchen können. Gab das ein Hallo, als Schwester Liesel nachmittags in der Gebetstunde den Kandidaten die Geschichte erzählte. Natürlich wurde da gleich gedankt. Herr Jesus, du bist spitze. Du schenkst sogar Luxus. Hab mein Wagen voll geladen. Können Sie mir bitte sagen, wo die Staufenstraße ist? Ja, das kann ich. Also vorn an der Ampel rechts, dann immer geradeaus bis zum Modegeschäft Jauch und dort geht's rechts in die Staufenstraße. Richtig, da ist sie. Das hat ja bestens geklappt. Nun noch die richtige Hausnummer. 40 46 50. Da ist schon der Schaukasten. Das muss das Gemeindehaus sein. Der Missionar hält an. Hier soll er also heute einen Missionsabend halten. Der Hausmeister schließt ihm die Tür auf. Nun kann er ausladen. Du liebe Zeit, was er da alles aus dem Kofferraum holt. Den Diaprojektor, die Leinwand, die Diakästen, die Kabelrolle, den Karton mit den Schriften über die DMG, ein Stapel Gebetskärtchen, Pfeil und Bogen, einen tollen Federschmuck und einen unförmigen Korb mit allerlei anderen Sehenswürdigkeiten von den Indianern. Nur den Koffer und die Reisetasche lässt er noch im Auto, denn im Gemeindehaus wird er wohl nicht schlafen. Das wird er dann schon noch hören, wo er für die Nacht einquartiert ist. Dass Missionare im Heimataufenthalt nicht etwa zwölf Monate Urlaub haben, das hat sich sicher schon bis zu euch herumgesprochen. Neben einigen Fortbildungskursen machen sie also hauptsächlich Reisedienst, denn all die Gemeinden und Missionsfreunde, die jahrelang für den Missionar gebetet haben, wollen nur noch ausführlich hören, wie es ihm ergangen ist, ob Einheimische zum Glauben kamen und wie Gott sonst noch gesegnet hat. Auch die Schwierigkeiten der Missionsarbeit wollen sie gerne hören, damit sie konkreter beten können. Und so reist der Missionar von Ort zu Ort überall hin, wo er eingeladen wird. Mit dem Zug wäre das bei all dem Gepäck ganz schön umständlich. Darum sind die meisten Missionare mit dem Auto unterwegs und denkt nur nicht, dass das immer ganz gewöhnliche Autos sind, die man einfach beim Händler kauft und dann damit losfährt. Das könnte die DMG sich gar nicht leisten. Es gibt also am Buchenauerhof nicht nur wundersame Bau, Tapeten, Fliesen, Türen und Kühlschrankgeschichten, sondern auch Autowunder. Oder ist das kein Wunder, wenn eine Frau ganz unverhofft ihr Auto vor dem Forsthaus abstellt, drinnen die Papiere und den Schlüssel auf den Schreibtisch legt und dazu sagt, Gott hat mir ganz deutlich gezeigt, dass ich ihnen mein Auto schenken soll. Ich habe eingesehen, dass der Zweitwagen für mich nicht unbedingt nötig ist. Es gibt auch Leute, die ihren gebrauchten Wagen nicht in Zahlung geben, wenn sie einen neuen kaufen, sondern ihn lieber der DMG schenken. Einmal brachte ein junges Mädchen ihr Auto zu DMG und erklärte, Gott hat mich gerufen, deshalb beginne ich jetzt eine Bibelschulausbildung. Dort auf der Schule brauche ich keinen Wagen. Hier ist er, ein Missionar im Reisedienst hat ihn bestimmt nötiger. Einmal gab es ein besonderes Problem. Eine Kandidatin wollte vor ihrem Einsatz auf dem Missionsfeld Reisedienst machen und brauchte dazu ein Auto. Da sie aber eine Behinderung am Bein hatte, musste es ein Automatikwagen sein und solch einen gab es bei der ganzen DMG nicht. Ihr wisst sicher schon, was sie da gemacht hat. Natürlich, da hat sie gebetet und Gott gesagt, Herr, du weißt, dass ich kein Kupplungspedal treten kann. Bitte sorge doch dafür, dass ich bis zum Reisedienst einen Automatikwagen habe. Bald darauf kam ein Anruf aus dem Rheinland. Eine Frau, die schon lange treu die DMG unterstützte, ging in den Ruhestand und brauchte deshalb ihr Auto nicht mehr. Es ist noch völlig in Ordnung und ich will es der DMG schenken. Kann es vielleicht jemand holen? Das ließ sich machen. Wenig später stand es am Buchenauerhof, wurde umgemeldet und bekam Heilbronner Nummernschilder. Alle freuten sich über das schöne Auto, als plötzlich die Kandidatin ausrief, da ist ja mein Auto. Man war verwundert, wieso ist das dein Auto? Ich habe um einen Automatikwagen gebetet und da ist ja einer, also hat Gott mir das Auto zugedacht. Das sahen alle ein. Tatsächlich, Gott hatte zum ganzen Fuhrpark der DMG einen einzigen Automatikwagen dazugegeben, weil er gebraucht wurde. Himmlische Überraschungen Jeden Tag brauchen wir Essen und Trinken, Kleidung und Wohnung, Arbeit und Schlaf. Überraschungen dagegen sind nicht lebensnotwendig. Sie sind zusätzliche Freuden zum Alltäglichen. Genauso wie Eltern ihre Kinder mit allem Nötigen versorgen und dazu manchmal eine schöne Überraschung parat haben, genauso macht es Gott. Er versorgt die DMG-Familie nicht nur mit allem Nötigen, sondern bereitet ihr noch manche Extra Freude. Hielt dadurch ganz überraschend ein Auto im Hof. Der Fahrer rief, kann mir vielleicht jemand beim Ausladen helfen? Zwei Kandidaten, die gerade in der Nähe arbeiteten, waren schnell zur Stelle. Auch die Hausmutter kam herbei. Da wurden ja Äpfel ausgeladen. Wo sollen die hin? fragte der Mann. Schwester Liesel überlegte nicht lange. In den Keller, aber wer sind sie denn? Das ist völlig unwichtig, brummte der Apfelmann. Ich bringe ihnen bloß die Äpfel und muss gleich wieder weg. Sprach's und verschwand mit den beiden Kandidaten im Keller, alle beladen mit Apfelkisten. Als sie wieder auftauchten, starrte Schwester Liesel den zweiten Versuch. Woher kommen sie eigentlich? Der Mann war viel zu beschäftigt. Er war am Ausladen. Kiste um Kiste wunderschöne knackige Äpfel. Die Kandidaten schleppten unermüdlich Kisten in den Keller. Schwester Liesel freute sich, wollte aber dem Mann danken und kannte ihn gar nicht. Wie ist denn ihr Name? fragte sie mehrfach. Wissen Sie, ich bin in Eile, ich bringe bloß Äpfel, für Erklärungen habe ich jetzt keine Zeit. Er schleppte Apfelkisten mit den Kandidaten, bis die ganze Ecke im Vorratskeller voll war. Und ehe man sich's versah, winkte er freundlich mit der Hand, klappte mit der Autotür und fuhr davon. Schwester Liesel, sonst gewiss jeder Lage gewachsen, stand verblüfft da und schaute ihm nach. Also, der Keller ist voll Äpfel, die reichen uns für den ganzen Winter, erzählte sie später den anderen. Aber fragt mich nicht, woher sie kommen und wer sie gebracht hat. Vielleicht war es ein Engel. Nun, ein Engel war es nicht, denn der Apfelmann kam im nächsten Herbst wieder und im dritten auch und kommt nun alle Jahre. Inzwischen kennt man seinen Namen und weiß, dass er seine Ernte aus Liebe zu Jesus mit der DMG teilt. Ein andermal tuckerte ein Trecker die Straße entlang, bog in die Toreinfahrt zum Buchenauerhof ab und zog seinen Wagen bis in den Hof. Ich bring ihnen Mist für den Garten, sagte der Bauer. Ich mein, den können sie brauchen. Erich, verantwortlich für Salatköpfe, Erbsenschoten und Sellerieknollen, freute sich. Fuhre um Fuhre wurde in den Garten gekarrt. Junge, wie würden da die Karotten gut wachsen. Ein paar Tage später saß Schwester Liesel am Schreibtisch und kaute ratlos am Stift. Sie wollte dem Bauern mit einem Gruß danken. Was schreibe danken? Was murmelte sie vor sich hin? Ich kann doch nicht schreiben. Ich danke ihnen für den schönen Mist. Nur keine Hemmungen. Wer Mist verschenkt, dem kann man ruhig für Mist danken. Einmal begann die Überraschung am Telefon. Es klingelte. Ein unbekannter Mann hatte irgendwo etwas von der DMG gelesen und fragte, haben sie in ihrem Werk auch Kinder? Aber ja, antwortete Schwester Liesel freundlich. Wie viele sind es denn? Über 150 Kinder gehören zu uns. Gut, sagte der Mann, dann bekommen sie von mir eine Kleidespende im Wert von 30.000 D-Mark. Schwester Liesel traute ihren Ohren nicht. Ob der Mann glaubte, die DMG sei ein Kinderheim? Das musste sie gleich klarstellen. Wissen sie, erklärte sie, die 150 Kinder haben wir nicht immer alle hier. Wir haben hier kein Kinderheim. Wo sind die Kinder denn? Die wohnen auf der ganzen Erde verstreut bei ihren Eltern. Hm, aber sie sind doch verantwortlich für sie. Ja, natürlich, die DMG versorgt die Eltern mit den Kindern finanziell. Dann ist alles in Ordnung. Am besten kommen sie her und suchen selbst aus, was sie brauchen können. Wenn das keine Überraschung war. Schwester Liesel besuchte die große Firma, wurde durch viele Büros geführt und schließlich vom Chef persönlich empfangen und durfte für ihre Kinder aussuchen. Schlafanzüge, Kleider, Pullover und Blusen in allen Größen für insgesamt 30.000 DMG. Kein Wunder, dass Schwester Liesel später als alles geliefert wurde, extra einen Abstellraum brauchte, um alles richtig zu sortieren und hinzuhängen. Voll Freude führten sie jede Mutter in dieses Textillager und ließ sie aussuchen, was sie für ihre Kinder brauchte. Schwester Liesel hatte auch an die großen Kinder gedacht, an die Jugendlichen, die am Buchenauerhof Zivildienst machten oder in Haus und Büro mitarbeiteten. Jedem hatte sie einen zünftigen Pullover mit der Aufschrift New York und dem passenden Wolkenkratzerbild mitgebracht. Abends zur Gebetsstunde erschien Erich im neuen Pullover. Wenig später kam Elfriede im gleichen Pullover. Einige schmunzelten, die zwei haben den gleichen Pulli, dachten manche. Dann kam der Hans, die Renate im gleichen Pullover, der Friedrich, der Markus im gleichen Pullover. Das Schmunzeln wurde zum Kichern. Als schließlich die ganze junge Belegschaft im gleichen Pullover mit New Yorker Wolkenkratzern dasaß, mussten alle lachen. Natürlich, das war verabredet und der Spaß war gelungen. Fröhliche Geber Nun habe ich euch schon von so vielen Gebetserhörungen erzählt, dass ihr sicher wisst, Gott sorgt für seine Kinder. Aber Gott beachtet nicht nur den Menschen, der mit seinen Sorgen zu ihm kommt. Gott redet auch zu den Menschen, durch die er die Gebetserhörung ausführen will. Er lenkt ihnen das Herz und Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. So steht es in der Bibel. Nicht alle Leute sind sofort bereit, wenn Gott durch sie ein Gebet erhören will. Mit manchen hat Gott ziemlich viel Mühe. Da kam eine ältere Frau zum Buchenauerhof und wollte die Hausmutter sprechen. Sie hatte ein besonderes Anliegen, das merkte man gleich. Sie sagte zu Schwester Liesel, wie schön, dass wir uns mal wiedersehen. Nun kennen wir uns schon so viele Jahre. Ich schlage vor, wir sagen uns jetzt endlich du. Schwester Liesel hatte nichts dagegen, wunderte sich aber, dass man extra so eine weite Fahrt machte, um das Du zu verabreden. Aber das war gar nicht der Grund der Reise, denn nun erzählte sie, dass sie zwei Monate lang mit Gott verhandelt hatte. Gott hatte ihr klar gemacht, sie sollte all ihr gespartes Geld zum Buchenauerhof bringen, damit für eine Missionarin in Brasilien das dringend benötigte Boot gekauft werden könne. Damit war sie nicht einverstanden. Herr, es braucht doch nicht alles sein. Wenn ich 2000 oder 3000 D-Mark gebe, das ist doch genug. Andere Leute schicken auch Geld und dann kommt der Kaufpreis schon zusammen. Aber Gott nahm nichts zurück. Gib alles. Sie wollte nicht. Herr, wenn 3000 D-Mark zu wenig sind, dann gebe ich 5000 D-Mark. Ich brauche doch eine Rücklage für den Notfall. Ich kann doch nicht mein ganzes Sparkonto lehren. Doch Gott ließ ihr keine Ruhe. Gib alles. Und nun saß die Frau da und strahlte über das ganze Gesicht. Heute war ich endlich gehorsam. Ich bin ja so glücklich. Ich komme eben von der Bank und habe alles vom Sparbuch abgehoben. Hier ist es. Schwester Liesel saß ganz still da. Sie überdachte das Gehörte mit ernstem Gesicht. Aber du freust dich ja gar nicht, rief die Frau erstaunt. Ach, ich bin ja so froh, dass ich nun alles gegeben habe und Gott gehorsam war. Natürlich freute Schwester Liesel sich mit. Ist das nicht sonderbar, was Gott zustande bringt? dachte sie. Wir freuen uns, dass wir nun das Brot kaufen können. Die Hedwig freut sich, dass sie das Brot bekommt. Die Frau freut und hat die fröhliche Geberin lieb. Ein anderes Mal rief eine ältere Frau am Buchenauer Hof an. Niemand kannte sie, auch ihr war die DMG eigentlich ganz unbekannt, aber sie wusste, sie handelte in Gottes Auftrag. Sie war alt und hatte ein krankes Herz. Gewiss war ihre Lebenszeit bald abgelaufen. Nun, das wissen viele alte Leute, trotzdem halten sie oft ihr Eigentum bis zuletzt fest. Diese alte Frau nicht. Sie hatte mit Gott darüber gesprochen, sie hatte gebetet, leite du mich, damit ich alles richtig verteile. Da fiel ihr eine Schrift der DMG in die Hände. Sie las und verstand Gottes Reden. 5000 D-Mark schenkte sie der DMG, dazu ihre Waschmaschine und die gut erhaltene Nähmaschine. Sie freute sich, dass ihr Besitz nach ihrem Tod nicht irgendwo landete, sondern dass sie es mit Gottes Hilfe da verschenken konnte, wo es wirklich gebraucht wurde. Als Schwester Liesel sie besuchte, beteten die beiden miteinander und dankten Gott, dass er alles so wunderbar geführt hatte. Wieder klingelte das Telefon. Eine Frau fragte, passt es Ihnen, wenn ich Sie morgen Nachmittag besuche? Nein, so richtig passend war es eigentlich nicht, denn für den nächsten Tag war Großputz im Forsthaus geplant. Aber einfach absagen mochte man doch nicht und so kam die Frau. Niemand kannte sie, aber das sah man gleich, dass sie eine liebe, schlichte Frau war, die ein Herz für die Mission hatte. Interessiert besah sie den Buchenauerhof und erzählte, dass sie für die DMG bete. Zuletzt übergab sie den Mitarbeitern einen Umschlag mit Geld und fuhr wieder heim. Als Martha Beyer später das Geld zählte, traute sie ihren Augen nicht. Das konnte doch nicht wahr sein. Gar niemand wusste, was seit einigen Tagen das dringende Gebetsanliegen der Mitarbeiter war. Es war in einigen Wochen Weihnachten und höchste Zeit den Missionaren in aller Welt ihren Unterhalt zu schicken. Martha Beyer hatte gerechnet, gezählt, verglichen und war schließlich zu den anderen Verantwortlichen gekommen. Ich kann die Überweisung für die Missionare nicht abschicken. Es ist nicht genug Geld auf dem Konto. Bittet mit mir um Gottes Hilfe. Das hatte man einmütig getan. Herr, du weißt, was noch fehlt, damit alle Missionare ihr Gehalt bekommen können. Bitte, gib das Nötige. Es fehlte eine größere Summe und nun lag sie auf dem Pfennig genau in dem Umschlag. Wie kam die Frau dazu, gerade diesen ungeraden Betrag zu bringen? Da kann man nur staunen, wie Gott zu Menschen redet. Die tägliche Milch Kinder gehören einfach zum Buchenauer Hof. Die Mitarbeiter Familien haben Kinder, die Missionars Familien haben Kinder und manchmal sind sogar die Kandidaten schon verheiratet und haben Kinder. Da braucht man natürlich Milch, denn Kinder trinken gern Milch, kalt oder warm oder mit Kakao. Manchmal kocht die Köchin Pudding oder backt Kuchen und auch dazu braucht man Milch. So rund 30 Liter Milch benötigt die Köchin jeden Tag. Stellt euch mal den Einkaufswagen vollgepackt mit Milchpackungen vor. Aber die DMG kauft die Milch gar nicht im Supermarkt, sondern holt sie direkt vom Bauern. Zuerst war der einer im Nachbardorf, bei dem sie jahrelang kaufen konnten. Bis es plötzlich hieß, wir stellen unsere Wirtschaft um und schaffen alle Kühe ab. Sie müssen sich nach einer anderen Möglichkeit umsehen. Aber so einfach war das gar nicht. Musste man die Milch in Zukunft vermutlich doch im Geschäft kaufen und dort viel teurer bezahlen? Die Hausmutter betete um Gottes Hilfe, die Köchin auch und einige andere, die von der Sache erfuhren. Bald darauf kam ein Mitarbeiter, der außerhalb des Buchenauerhofs wohnte und gar nichts von dem Milchproblem wusste zur Hausmutter. Wie läuft das eigentlich bis jetzt mit der Milch? wollte er wissen. Ein junger Bauer aus unserem Dorf fragte nämlich deshalb, er will uns jeden Tag so viel Milch schenken, wie wir brauchen. Schwester Lidl staunte, die Milch schenken, wo man bloß um eine günstige Einkaufsmöglichkeit gebetet hatte? Wie war das bloß möglich? Der Bauer war an Krebs erkrankt, aber Gott hat ihn Gehalt und nun möchte er aus Freude und Dankbarkeit uns jeden Tag die Milch schenken, erklärte ihr der Mitarbeiter. Zwei große Kannen sind nun im Einsatz. Eine steht in der Küche am Buchenauerhof und wird so nach und nach leer getrunken, die andere hat der Bauer bei seiner Melkanlage parat. Abends wird getauscht, die leere gegen die vollgemolkene. Die große DMG-Familie freut sich über die gute frische Milch. Der Bauer freut sich über Gottes Hilfe und die Gesundheit und gibt gern und Gott freut sich bestimmt auch über diesen fröhlichen Geber. Der Charlie Damit ihr es nur gleich wisst, der Charlie ist weder der neue Direktor der DMG noch einer der treuen Mitarbeiter oder der jungen Kandidaten. Der Charlie ist überhaupt kein Mensch, sondern ein Raum. Ein ganz besonderer allerdings, wie es schon der Name vermuten lässt. Hat jemand eine praktische Hose zur Arbeit an, dann ist sie bestimmt aus dem Charlie. Braucht jemand eine warme Jacke, dann schaut er erstmal in den Charlie. Manche Leute schicken nämlich abgelegte Kleidung zum Buchenauerhof und wenn sie nicht gar zu altmodisch ist, kommt die in den Charlie. Natürlich wollen die Missionare und die Mitarbeiter der DMG nicht nach dem neuesten Pariser schick gekleidet sein, aber so ganz hinterwäldlerisch nun auch wieder nicht. Da hängen dann also Mantel und Anoraks, da liegen Pullover und Hosen, da stehen Gummistiefel und da baumeln sogar Schlittschuhe. Wenn eine Missionarsfamilie aus den Tropen zurück nach Deutschland kommt, brauchen plötzlich alle Kinder lange Hosen und warme Jacken. Da wird es ganz schön teuer, wenn man alles neu kaufen muss. Außerdem werden die Sachen nur einen Winter angezogen, weil die Familie nach dem Heimatoffen wieder aufs Missionsfeld reist. Darum kann es gut sein, dass die eine Familie die Rodelanzüge in den Charlie hängt und nach Afrika fliegt und gleich die nächste Familie aus Südamerika kommt und sie wieder herausholt. Einmal fand eine der Missionarinnen aus Österreich ein Dirndelkleid im Charlie. Es passte wie angegossen. Beglückt zeigte sich der Hausmutter, guck mal, was für ein schönes Dirndelkleid, rate mal, woher ich das habe. Schwester Liesel musste lachen, ihr war das Kleid zu eng geworden und weil es noch so schön war, hatte sie es in den Charlie gehängt. Manchmal landen auch Spendenpakete mit Restposten von Textilfabriken im Charlie. Da haben dann plötzlich alle Kandidaten gelbe Hosen an. Oder was macht man mit einem ganzen Karton voll mit weißen festlichen Fliegen? Sie wurden kurz vor einem Abschiedsabend entdeckt, sodass alle jungen Herren mit einheitlichen Fliegen erschienen. Was ein Abschiedsabend ist, das erzähle ich euch in einem anderen Kapitel noch. Am lustigsten war bestimmt die Sache mit den langen Unterhemden und den Schirmmützen. Helene Held packte gerade ihre Tonnen für die nächste Ausreise, als eine Sendung langer Unterhemden eintraf, alle aus reiner Baumwolle von bester Qualität. Die nehme ich mit nach Neuginea, sagte sie entschlossen. Da werden sich die Leute freuen, denn die haben kaum was anzuziehen. Fast zur gleicher Zeit kam ein Paket voll mit Schirmmützen bei der DMG an. Die kann ich auch gebrauchen, entschied sie gleich, wobei uns doch so oft die Sonne scheint. Einige Monate später schickte Helene Held vom Missionsfeld ein Foto. Da standen die Gemeindemitglieder voll Freude in den langen Unterhemden und trugen die praktischen Schirmmützen. Das Kandidaten Kapitel Nun habe ich euch viel von Möbeln und Gardinen, Türen, Autos, Geschirr, Äpfeln, Milch und Schirmmützen erzählt. Aber das Interessanteste und Wichtigste bei der DMG sind doch die Menschen, die Gott dorthin geschickt hat. Nehmen wir nun mal die Kandidaten. Sie kommen aus allen Berufen, die man sich nur denken kann. Da melden sich Lehrer, Schreiner, Krankenschwestern, Ärzte, Buchhalter, Mechaniker oder Pfarrer. Alle sind bereit, irgendwo in der Welt das Evangelium weiter zu sagen. Manche Kandidaten sind noch ganz jung, andere haben eine Familie und manche bekommen schon graue Haare. Ganz egal, wie jung oder alt sie sind, alle machen eine Kandidatenzeit von sechs Monaten auf dem Buchenauerhof. Dieses halbe Jahr ist zum Kennenlernen. Die DMG lernt die Kandidaten kennen und die Kandidaten lernen die DMG kennen. Die Kandidaten lernen auch die Missionare kennen, die gerade im Heimataufenthalt sind und hören manches von den Problemen der Missionsarbeit. Wenn die DMG die Kandidaten gut kennt, kann sie viel besser helfen, den richtigen Platz in der Missionsarbeit zu finden. Einmal pro Woche haben die Kandidaten Unterricht. Da hören sie viel über Missionsstrategie, also wie man am besten eine neue Arbeit plant und durchführt. Ein ganz wichtiges Fach ist Geografie. Manchmal bekommt jeder ein Blatt Papier, auf dem der ganze Kontinent Afrika mit all seinen Ländern aufgezeichnet ist. Aber die Namen der Länder muss man auswendig hineinschreiben. Das ist gar nicht so einfach. Oder wüsstet ihr, wo Liberia und Nigeria sind? Oder Ägypten, Äthiopien, Kenia, Tansania und Kamerun? Im Unterricht hören die Kandidaten auch die Entstehungs- und Wachstumsgeschichte der DMG. Denn wenn man zur DMG-Familie gehören will, muss man auch über sie Bescheid wissen. Sonst helfen die Kandidaten bei aller Arbeit mit, die getan werden muss. Die Männer arbeiten im Garten, auf dem Bau und in der Autowerkstatt. Sie sägen Holz für den Winter, renovieren Zimmer oder helfen im Büro. Die Mädchen putzen, machen die Wäsche, helfen in der Küche und im Büro. Für manche ist diese Arbeit eine ganz schöne Umstellung. Wenn einer früher als Pilot den äthiopischen Kaiser geflogen hat und jetzt im Garten den Mist auf die Beete verteilen soll, dann hat er nicht gerade Karriere gemacht. Einer der Ärztinnen, die von der DMG aus gesandt wurde, arbeitete während ihrer Kandidatenzeit in der Waschküche. Sie musste Wäsche aufhängen, mangeln und bügeln. Das machte sie mit Freude. Aber als in der Nähstube wurde es ihr ganz genau erklärt, wie man einfach mit geraten Nähten das Inlet zunähte. Ob ihr es glaubt oder nicht, den Bauch nach einer Blinddarm-Operation zuzunähen, das wäre ein Kinderspiel dagegen gewesen. Dieses Kopfkissen bekamen sie nur mit ernsthaften Gebet und Gottes Hilfe fertig. Aber dann war es geschafft. Erleichtert lieferte sie ihr Werk ab. Na, bist du fertig? wurde sie freundlich gefragt. Ja, seufzte sie, aber das war schwerer als ein Herzinfarkt mit Kreislaufkollaps. Dienend dem Herrn mit Freuden. Das ist das Motto der Kandidaten. Darum kann noch ein Doktor der Chemie den Hof wegen und eine Gymnasialärin die Toiletten putzen. Die Unterbringung ist natürlich auch nicht gerade fürstlich. Trotz aller Neubauten reichen die Wohnungen nicht für die Kandidaten Familien. Oft müssen sie sich mit einem einzigen großen Zimmer auskommen und mit Humor und gutem Willen geht das sogar. Herein! riefen Günther und Waltraud Kunz als es an der Zimmertür klopfte. Da kam Besuch aus ihrer Gemeinde. Hängt eure Jacken an die Garderobe sagten sie als der Besuch sich ratlos umschaute. Garderobe? Ist doch klar! Der Haken an der Innenseite der Tür war die Garderobe. Wir zeigen euch gleich unsere Wohnung boten die Kunz den Besuch an. Hier in der Mitte ist unser Schlafzimmer. Sie deuteten auf die beiden Betten und den Kleiderschrank der quer im Zimmer stand. Hinter dem Schrank ist das Kinderzimmer. Tatsächlich da saßen die Puppen auf Miriams Bettchen. Unterm Fenster haben wir das Arbeitszimmer. Da war ein kleiner Tisch mit Bibeln, Büchern, Schreibzeug und ein Stuhl. Hier ist die Küche, stolz zeigte Waltraud auf die elektrische Kochplatte und das Wandregal mit dem Geschirr. Beides ist nur für Gelegenheiten zwischendurch, denn selbst kochen brauchen wir nicht. Aber nun nehmen Platz im Wohnzimmer, forderte Günther die Gäste auf. Das Wohnzimmer, das war die Couch am Fußende der Ehebetten. Da saß man ganz gemütlich mit Blick auf das Esszimmer, welches aus einem Tisch und drei Stühlen bestand. Haben wir es nicht schön hier, strahlte das Kandidatenpaar. So bequem hatten wir es noch nie. Vom Wohnzimmer aus kann man die Bibel aus dem Arbeitszimmer greifen oder die Kaffeetasse auf den Esszimmertisch abstellen. Wenn wir vorläufig keine Kandidaten mehr annehmen, hättet ihr mehr Platz, dann könnt ihr zwei Zimmer haben, hatte einmal die DMG-Leitung den Kandidatenfamilien vorgeschlagen. Keine mehr annehmen? Nein, nein, wenn welche kommen wollen, dann sagen sie nur nicht ab. Wir schränken uns gern weiter ein. Keine Kandidaten, das würde ja bedeuten, keine neuen Missionare und noch größeren Mitarbeitermangel in der Missionsarbeit. Einmal begannen neun junge Leute miteinander die Kandidatenzeit. In der Woche war gerade die alt gewordene Mutter Beck für ein paar Tage zu Besuch am Buchenauer Hof. Sie freute sich so doll über die neun neuen Kandidaten, dass sie in der folgenden Nacht vor lauter Freude kaum schlafen konnte. Wenn Vater und ich das gewusst hätten, was einmal aus der DMG wird, sagte sie am anderen Morgen. Aber wir wussten nur, dass wir gehorsam Gottes Willen tun sollten. Wie gut, dass sie ihn so treu getan hatten. Schwester Liesel verteilte also an die neuen Kandidaten die Arbeit. Einer kam in die Küche, einer in die Nähstube, einer war für das Putzen der unteren Etage verantwortlich, eine andere für die obere und so weiter. Die Putzarbeit könnt ihr euch selbst einteilen, wie es euch am besten erscheint, schloss die Hausmutter schließlich alle Erklärungen ab. Aber denkt dran, wir wollen es miteinander schön haben. Auch unser Besuch soll sich wohl fühlen. Darum tut nicht nur das Nötigste, sondern lasst euch etwas einfallen, wie ihr es dort schön macht, wo ihr verantwortlich seid. Investiert Liebe und Ideen. Alle nickten ernsthaft und begannen mit lauter guten Vorsätzen ihre Kandidatenzeit. Ein paar Tage später traute Dr. Grüber seinen Augen nicht. Als er die Hausmutter traf, lachte er und sagte, das habe ich noch nicht erlebt. In der Toilette steht ein Blumenstrauß. Da musste auch Schwester Liesel schmunzeln. So genau wie diese neue Kandidatin hatte es noch keine genommen mit den Anweisungen. Da muss ich euch noch etwas Lustiges von einer anderen Kandidatin erzählen, die sich wirklich an das halten wollte, was die Hausmutter gesagt hatte. Wenn ihr abends mal weggeht, meldet Familie und in einer Familie sagt man Bescheid, wenn man mal nicht da ist. Es bekamen also zwei Missionarinnen, die gerade im Heimataufenthalt am Buchenauerhof waren, ganz großen Appetit auf eine gute Pizza. Jahrelang hatten sie so etwas nicht genossen. Nun hatten sie einen freien Abend, den wollten sie nutzen. Ich komme mit, sagte die Kandidatin und schon bald fuhren die drei los. Unterwegs rief sie plötzlich, ich habe mich gar nicht bei Schwester Liesel abgemeldet, ich muss sie unbedingt anrufen, sobald ihr eine Telefonzelle seht, haltet bitte an. Gesagt, getan, jedoch erklang dann nur das Besetzt Zeichen. Die drei fuhren weiter, halt, da ist eine Telefonzelle, aber da ist doch Halteverbot, egal, ich mache es kurz. Wieder besetzt. Auch der dritte Versuch scheiterte. Düt, Düt, Düt. Es war besetzt. Im Restaurant bestellten die drei ihre Pizza. Während sie warteten, fragte die Kandidatin nach einem Telefon. Ganz deprimiert kehrte sie einen Tisch zurück. Besetzt. Schwester Liesel führt bestimmt wieder eins von ihren seelsorgerlichen Gesprächen, kommentierte eine der Missionarinnen die Misere. So richtig in Ruhe konnte nun keine die Pizza genießen. Das ewige Besetzt Zeichen machte sie alle drei nervös. Sie hielten sich nicht lange auf. Bevor wir fahren, versuche ich's nochmal. Ganz geknickt kam die Kandidatin zurück. Was ist los? Immer noch besetzt? Das muss aber ein ganz schwerer Fall sein. Ach, wisst ihr, ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Zeit die Vorwahl von Adelshofen gewählt habe. Es kommt gar nicht so selten vor, dass die Eltern der Kandidaten überhaupt nicht damit einverstanden sind, dass ihr Sohn oder ihre Tochter in die Missionsarbeit gehen will. Wenn sie selbst das Evangelium nicht angenommen haben und nicht wiedergeboren sind, halten sie das ganze Unternehmen oft für eine richtig verrückte Idee. Sie haben ihre Tochter doch nicht studieren lassen, damit sie jetzt am Ende der Welt Tabletten verteilt. Welchen Verdienst und welche Karriere könnte sie hier in Deutschland haben? Oder der Sohn ist nun mit der Ausbildung fertig und könnte das Geschäft der Eltern übernehmen und jetzt will er plötzlich nach Afrika. Ihr könnt euch vorstellen, dass solche Kandidaten traurig sind, wenn sie an ihr Zuhause denken. Nun ist es schon seit fast 20 Jahren Sitte, dass Schwester Liesel sich nachmittags mit allen Kandidatinnen für eine halbe Stunde zum Gebet trifft. Alle diese ganz persönlichen Schwierigkeiten werden dann gemeinsam vor Gott gebracht. Und Gott hat schon viele Veränderungen geschenkt. Wir kommen dich dort besuchen, hatten solche ablehnenden Eltern ihrer Tochter gesagt. Aber wir kommen mal ganz überraschend, damit wir sehen, was das für eine komische Kommune ist, dieser Buchenauerhof. Natürlich wurde jeden Tag für diesen Besuch gebetet. Als die Eltern dann wirklich vor der Tür standen, wollten sie das ganze Werk besichtigen. Sie wurden immer stiller und nachdenklicher. Ihre Entrüstung schmolz wie Schnee in der Sonne. Sie spürten die friedliche Atmosphäre des Hauses, sie sahen all die fröhlichen jungen Leute und als sie abends wieder heimfuhren, sagten sie zum Direktor, ab heute haben wir nichts mehr gegen den Weg unserer Tochter. Am Anfang wussten eigentlich alle Kandidaten schon, in welches Land sie Gott senden wollte. Aber inzwischen ist das anders geworden. Die meisten wissen nur, dass Gott sie irgendwo einsetzen will. Die Bereitschaft, Gott zu dienen, ist dieselbe geblieben, nur vom Einsatzort haben die wenigsten eine feste Vorstellung. Natürlich wird dann am Buchenauer Hof dafür gebetet, dass Gott den richtigen Weg zeigt. Nach drei Monaten Kandidatenzeit findet ein Gespräch mit der Leitung der DMG statt. Da wird dann diese oder jene Arbeit vorgeschlagen und man versucht gemeinsam Gottes Führung zu erkennen. Wie das ganz praktisch aussieht? Nun, da war eine Kandidatin, die auch nicht weiter wusste. Aber immer wenn sie betete und überlegte, musste sie an Spanien denken. Herr, soll ich vielleicht nach Spanien gehen? betete sie, sprach aber mit niemandem darüber. Als die Missionsleitung einige Wochen später zusammen erscheinen sollte, betete sie noch vor der Tür. Herr, wenn die da drin mir Spanien vorschlagen, dann soll das eine Bestätigung für mich sein, dass du mich dort einsetzen willst. Wissen sie inzwischen, wohin Gott sie senden will? Nein? Wir haben uns da auch Gedanken gemacht. Haben sie eigentlich schon mal an Spanien gedacht? Sie hätten da folgende Arbeitsmöglichkeiten. Die Kandidatin staunte. Gott hatte ihre Bitte ganz genau erhört. Wie freute sie sich darüber. Sie ist nun schon ein paar Jahre in Spanien, hat die Sprache ganz prima gelernt, fühlt sich dort richtig wohl und hat Freude an ihrer Arbeit. Eine andere Kandidatin hatte dasselbe Problem. Täglich hörte sie am Buchenauerhof Neuigkeiten der weltweiten Missionsarbeit. Mitarbeiter wurden in vielen Ländern gebraucht. Doch wohin sollte sie ganz persönlich nur gehen? Sie sprach mit der Hausmutter darüber. Die sagte, ich könnte mir vorstellen, dass du nach Brasilien gehst. Dort ist viel Arbeit zu tun und das ist so ein großes Land. Die Kandidatin war nicht ablehnend, aber sie meinte ganz ratlos, wie soll ich denn das bloß wissen, ob Gott das will? Schwester Liesel konnte das gut verstehen. Schließlich verschickt Gott weder Engel noch Einschreibbriefe mit Anordnungen. Darum sagte sie, ich werde dafür beten, dass du einen ganz konkreten Ruf erhältst. Kaum hatte sie den Satz beendet, da rief jemand, Schwester Liesel, Telefon. Wisst ihr, wer da anrief? Eine Missionarin direkt aus Brasilien. Liesel, klagte sie, ich bin hier ganz allein in der Arbeit, die Lotte ist auch ganz allein in ihrer Arbeit, habt ihr keine Kandidaten, die nach Brasilien wollen, wir brauchen so dringend Hilfe. Als Schwester Liesel vom Telefon kam, saß die Kandidatin noch am gleichen Fleck und war ganz in Gedanken. Also begann die Hausmutter, wenn das kein Hinweis von Gott war. Gerade eben kam ein Anruf direkt aus Brasilien. Wir sollen unbedingt jemanden schicken. Kann es eine bessere Bestätigung überhaupt geben? Die Kandidatin war ganz verblüfft. Wo sie inzwischen arbeitet? Natürlich in Brasilien. Im Büro der DMG wurde die Post sortiert und gelesen. Da interessierte sich jemand für die Missionsarbeit und wollte gern irgendwo in der Welt mitarbeiten. Das war prima, natürlich. Aber war die Bewerberin nicht schon zu alt? Konnte sie noch eine fremde Sprache lernen und sich ganz auf eine andere Kultur umstellen? Doch wenn Gott sie rief, konnte man sie dann ablehnen? Man zögerte mit der Antwort. Da kam die Bewerberin überraschend zu Besuch. Bei einem längeren Gespräch hatte keiner der DMG-Mitarbeiter die Freiheit, ihr die Hoffnung zu nehmen. Nach dem Sprachstudium in England kam die Bewerberin also als Kandidatin zum Buchenauerhof. Und denkt nur, sie konnte ihre Kandidatenzeit nicht einmal beenden, weil sie so schnell ausreisen musste. Die Hausmutter der Schule für Missionarskinder in Brasilien wurde plötzlich schwer krank und musste heimkommen. Man brauchte sofort Ersatz. Wen sollte man schicken? Nach ernsthaften Gebet meinte Bruno Herm, wir schicken. Schwester Liesels Eindruck war, ohne von Herrn Herms Meinung zu wissen, da kommt nur Marianne in Frage. Alle Mitarbeiter waren gleicher Meinung und umgehend saß Marianne im Flugzeug. So wunderbar hatte Gott versorgt. Wenn jemand Missionar werden will, dann ist aber auch nicht nur der richtige Einsatzort wichtig, sondern auch die richtige Frau. Sie muss genau wie er wiedergeboren sein und bereit für Gott zu arbeiten. Die Missionarsfrau muss mit einer Wohnung im Dschungel einverstanden sein, muss die Einheimischen liebhaben und ihren Küchenzettel auf Djamwurzeln, Kochbananen und Süßkartoffeln umstellen. Wenn sie da draußen im Urwald immer herumjammert, weil sie ein Schaufensterbummel machen möchte oder Eis essen gehen will oder Sauerkraut mit Eisbein kochen, dann ist sie unpassend als Missionarsfrau. Kommt also ein lediger junger Mann als Kandidat zur Mission, dann ist die richtige Ehefrau ein wichtiges Gebetsanliegen. Da waren einmal zwei ledige Kandidaten, die zusammen ein Zimmer bewohnten. Irgendwie kamen sie aufs Heiraten zu sprechen. Weißt du was, sagte der eine, wir zwei bleiben ledig, wie der Apostel Paulus, dann brauchen wir für keine Familie zu sorgen und können Gott viel besser dienen. Der andere war im Begriff aus dem Zimmer zu gehen und wollte gerade noch sagen, vielleicht hast du recht, da sah er im Flur eine Kandidatin. Er kannte sie nicht, denn sie war gerade aus dem Gemeindepraktikum gekommen. Ihm blieb der Satz im Hals stecken, denn schlagartig war ihm klar, das ist eine zukünftige Frau. Sie wurde es tatsächlich. Eine besondere Kandidatin Eine der ältesten Missionskandidaten war Juli Bossert. Jahrelang hatte sie in Stuttgart einen Jugendkreis geleitet, aus dem über 20 junge Leute als Pissionare ausgereist waren. Nun war sie zu alt geworden, um Jugendarbeit zu tun. Die Haare wurden grau, sie hatte schon ihren 50. Geburtstag gefeiert. Da kam sie zu DMG und sagte, jetzt bin ich selbst ranzugehen. Wo könnte mich als Missionarin gebrauchen? Der Vorstand der DMG reagierte ablehnend. Juli Bossert war zu alt. Aber das war nicht der einzige Grund. Sie war auch nicht gesund. Geschwollene Beine und Wasser in den Füßen machten ihr zu schaffen. Der Arzt im Truppenheim von Tübingen schloss die Untersuchung mit dem Urteil ab. Diese Frau kommt nach sechs Monaten zurück nach Deutschland. War es da nicht völlig unvernünftig sie auszusenden? Der Vorstand blieb bei seinem Nein. Und Juli Bossert? Sie blieb bei ihrem Entschluss. Jetzt Julli Bossert zitierte den Bibelfers aus 2. Korinther 10 Vers 5 ein wenig abgeändert und rief Brüder nehmt gefangen die Vernunft unter den Gehorsam Christi. Das hieß doch nicht nur nach vernünftigen Überlegungen zu handeln sondern Jesus Christus zu gehorchen. So kam es dass Juli Bossert nach Nordafrika in ein muslimisches Land ausreiste. Durch ihr Alter und ihre grauen Haare fassten viele jungen Mädchen und Frauen Vertrauen zu ihr wie zu einer Mutter. Sogar im Gefängnis durfte sie Besuche machen und Männern von Jesus erzählen. Solche Möglichkeiten hätte eine junge Missionarin nie gehabt. Juli Bossert war keine gute Hausfrau aber ihr Wunsch Kontakte mit Frauen zu knüpfen war so stark dass sie kurzerhand alle zum Plätzchenbacken einlud. Deutsche Plätzchen das machte viele neugierig da wurde gerührt und geknetet und während die Plätzchen im Backofen waren erzählte Juli Bossert ihnen von Jesus. Als Bruno Herm von dieser neuen Missionsmethode hörte meinte er da waren hinterher bestimmt alle Plätzchen verbrannt denn erkannte Julis Eifer wenn es darum ging das Evangelium weiter zu sagen. Irgendjemand muss ihr Bruno Herms Bedenken mitgeteilt haben denn im nächsten Brief verteidigte sie sich energisch so siehst du aus ich habe das Gas ganz klein gedreht vor einer Stunde war kein Plätzchen gar eine andere Möglichkeit mit Frauen und Mädchen zusammen zu sein waren die Strickkurse Viele 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 Frauen übergaben ihr Leben Jesus und folgten ihm nach nach vielen Jahren kam Juli Bosser zurück sie war krank der Krebs wurde operiert und sobald es ihr besser ging reiste sie wieder hinaus an ihre Arbeit zwei Jahre später war sie am Ende ihrer Kraft sie kam heim im doppelten Sinn zuerst nach Deutschland und dann zum Herrn Jesus in die Herrlichkeit zwölf Jahre des Dienstes an muslimischen Frauen hatte Gott ihr geschenkt es hatte sich wirklich gelohnt dass sie gegangen war hilflose Hausmutter entsetzte Kandidatin Wenn ich euch in diesem Kapitel etwas von der großen Tierliebe des Missionsdirektors ausplaudere dürft ihr das keinem verraten Das bleibt ganz unter uns Einverstanden? Die Hausmutter kam in ihr Büro Da sah sie gerade noch wie eine Maus über ihren Schreibtisch turnte und in der Ecke verschwand Voll entsetzend griff sie spontan nach dem Telefonhörer Bruno Bruno komm ganz schnell Da ist eine Maus in meinem Büro Der Missionsdirektor blieb reserviert Das geht jetzt nicht Ich führe gerade ein wichtiges Gespräch Die Hausmutter darauf eindringlich und hilflos Nein ich weiß sonst kein Rat Komm rüber in mein Büro Komm bitte gleich Der Gesprächspartner machte ein verblüfftes Gesicht Als sich der Missionsdirektor entschuldigte und erklärte Würden Sie bitte einen Moment warten Ich muss nur schnell eine Maus einfangen Er konnte ja nicht ahnen was die Hausmutter längst wusste Geht es um Tiere dann kann uns nur Bruno Herm helfen Und richtig Er entdeckte das ängstliche Mäuslein in der Zimmerecke Ein gezielter Sprung und schon hatte er es in der Hand Er besah es liebevoll trug es aus dem Haus und schenkte ihm die Freiheit Das war eine Feldmaus erklärte er der Hausmutter Die hatte sich nur verlaufen und kommt bestimmt nicht wieder Weniger reibungslos verlief eine andere Geschichte Eine Kandidatin hatte im Keller etwas zu tun als sie plötzlich so entsetzt los schrie dass die Hausmutter in Windeseile nachsehen rannte Vielleicht ein Rohrbruch dachte sie und hastete hinunter Da sah sie die Bescherung Im Halbdunkel saß eine alte dicke Kröte mit schrumpeliger Haut und pochendem Herzen und in respektvoller Entfernung die aufgeregte um Hilfe rufende Kandidatin mit nicht weniger pochendem Herzen Da gab es nur eins Bruno Herm Anrufen Das Haustelefon trug die Meldung ins Forsthaus hinüber wo man die Panik einfach lächerlich fand Stellt euch nicht so an fertigte die resolute Sekretärin die Hausmutter ab Unser Direktor hat mehr wichtige Arbeit als genug Der kommt nicht drüber nach nach schoss schoss es ihr durch den Sinn sie sprang um die Ecke in die nächste Toilette und verriegelte die Tür aber Bruno Herm hatte nichts anderes im Sinn als die Kröte hinaus zu tragen Er setzte sie in den Hof wo sie verwundert in die Sonne blinzelte und davon hüpfte Dann kehrte er kurz ins Haus zurück um sich im Vorraum der Toilette die Hände zu waschen Das hörte die Kandidatin und schrie voller Angst Ihr dürft mir nichts tun Ihr dürft mir nichts tun Sie war Österreicherin und verfiel vor Aufregung ganz in ihren Dialekt Schwester Liesel baute sich von außen an der Toilettentür auf Beruhige dich doch rief sie Dir tut keiner was Komm nur wieder heraus Bruno Herm hatte das ganze Spektakel sowieso unberührt übersehen und saß längst wieder bei wichtiger Arbeit in seinem Büro Aber die Kandidatin traute dem Frieden nicht Sie war nicht aus der Toilette heraus zu kriegen Nun komm doch heraus begann die Hausmutter von neuem Herr Herm ist ja gar nicht mehr hier und die Kröte auch nicht Aber die Kandidatin außer sich vor Angst schrie nur zurück Kinder Gottes dürfen nicht lügen Kinder Gottes dürfen nicht lügen Na ich komm nicht raus Es war absolut nichts zu machen Resigniert verließ Schwester Liesel die Toilettentür Auch die Köchin und andere die sie zur Beruhigung der Kandidatin eingefunden hatten kehrten an ihre Arbeit zurück Da wurde es ganz still vor und hinter der Toilettentür Ohne Zweifel die Luft war rein Nach einer ganzen Weile schob die Kandidatin drinnen den Riegel zurück und öffnete leise die Tür Zuerst nur einen Spalt breit dann ganz Sie schlich hinaus Das Drama war beendet Die Kandidatin war ganz erledigt von der Aufregung Erst viel später hat man gewagt über die Krötengeschichte zu lachen Ja so nützlich ist ein unerschrockener Missionsdirektor Und die ängstliche Kandidatin Auch sie ist schon seit vielen Jahren sehr nützlich in der Missionsarbeit in Österreich Viele Kinder und manche Mütter haben durch sie schon zu Jesus gefunden Sie mag zwar keine Kröten aber sie hat ein Herz für Menschen denen sie das Evangelium bringen kann Und das ist auch viel wichtiger Kuhglocke Kuckucksuhr Wenn man ein Handwerk lernt macht man meistens nach drei Jahren die Gesellenprüfung Ein Studium dagegen kann fünf oder sechs Jahre dauern Und wie ist das mit dem Missionars Beruf Man lernt ihn weder in drei noch in vier Jahren und bis ein Kandidat anfängt seine Tonnen zu packen für die Ausreise Da fließt ganz schön viel Wasser den Rhein hinunter Nach dem Schulabschluss hat gewöhnlich jeder Missionar einen Beruf gelernt oder ein Studium abgeschlossen Die meisten besuchen danach drei Jahre lang eine Bibelschule Als sie merkten dass Gott sie mit der DMG in der Missionsarbeit gebrauchen wollte machten sie ein halbes Jahr Kandidatenzeit am Buchenauerhof Aber das ist noch nicht alles Die DMG erwartet von jedem ihrer Missionare mindestens sechs Monate Gemeindepraktikum Denn wer später alleine irgendwo in der Welt eine Gemeinde gründen will sollte Erfahrung haben und wissen wie Gemeindearbeit in der Heimat funktioniert Will der Missionar mit einer amerikanischen oder englischen Mission ausreisen oder gar in ein englischsprachiges Land gehen muss er natürlich ein gründliches Sprachstudium in England machen Und schließlich plant er seinen Reisedienst denn bevor er für ein paar Jahre ins Ausland geht muss er einen Freundeskreis haben Man versteht darunter Christen die treu für diesen Missionar beten und für ihn von ihrem Geld opfern damit er versorgt ist Manche Missionare machen noch einen Kursus für Tropenmedizin andere einen Lehrgang über Sprachanalyse Daher sie lernen wie man eine ganz fremde Sprache die noch niemand aufgeschrieben hat erforscht und zu Papier bringt Die wirklich allerletzte Vorbereitung ist dann das Packen Der Missionar informiert sich vorher was man in seinem Land kaufen kann und was nicht was dort sehr teuer ist oder was er für seine Arbeit mitbringen muss Dann macht er eine lange Liste und kauft ein Luftige Baumwollkleidung für die Tropen Moskitonetze Filter für das Trinkwasser Geschirr Wäsche Kochtöpfe Bücher Werkzeug und wirklich alles was er sonst noch braucht um auf dem Missionsfeld zu wohnen Früher mussten manche Missionare sogar das Waschpulver und die Seife für vier Jahre mitbringen Heute kann man auch in Afrika und Asien das Nötige kaufen Meistens fragen die jungen Missionare die Älteren Erfahrenen um Rat damit sie nichts Wichtiges vergessen und nichts Unnötiges einpacken Das solltet ihr mal sehen wie das zugeht wenn eine Missionarsfamilie für die erste Ausreise packt Am Buchenauerhof gibt es dafür extra Packräume mit vielen Regalen auf denen man die Einkäufe und den Hausrat bis zum Packen lagern kann Das meiste verstaut man in Tonnen so groß wie Regenfässer Die kann man später wenn sie vollgepackt und schwer sind einfach rollen und stabil sind sie auch Für lange und große viereckige Dinge braucht man allerdings Kisten und alles muss so gut verpackt sein dass beim Verladen und auf der Schiffsreise nichts kaputt geht nichts ausläuft und nichts verbeult Ihr würdet euch wundern was da manchmal eingepackt wird Eine große bauchige Kuhglocke wie man sie den Kühen auf den Bergen umhängt Der Missionar aber wollte durchaus keine Rinderzucht beginnen sondern brauchte vielmehr eine Kirchenglocke Die meisten Leute in seinem Buschdorf hatten keine Uhr und da musste er vor jeder Versammlung ordentlich läuten können Eine richtige Kirchturm Glocke wäre aber viel zu teuer gewesen Eine Missionarin packte eine Kuckucksuhr ein Sie hatte sie von Freunden als Andenken Wenn sie später bei tropischer Hitze zwischen Palmen und Bananen Stauden das Kuckuck Kuckuck hörte wurde sie daran erinnert dass man in Deutschland für sie betete Eine andere Missionarin hatte 30 Paar Schuhe auf den Regalen im Packraum stehen Aber Helene wozu brauchst du so viele Schuhe ist es er ganz erstaunt Aber Helene wehrte ab Dort im Dschungel von Neuginea gibt es keine Straßen wo man mit dem Auto fahren kann Dort gibt es nur Urwald Pfade und die umliegenden Dörfer erreiche ich alle nur zu Fuß Ich marschiere oft stundenlang und da brauche ich genügend gute Schuhe Das leuchtete ein und als Helene nach 5 Jahren zurückkam da waren alle 30 Paar Schuhe total abgelaufen und aufgebraucht Übrigens wo wir gerade beim Thema Schuhe sind eine Missionarin packte doch wahrhaftig ganz topmodische Stöckelschuhe in ihre Tonnen Die Hausmutter sah das zufällig Was willst du in einem entlegenen Dorf mit solchen Schuhen Die Missionarin schaute sie treuherzig an und sagte Ach weißt du ich las allen Fortschritt alle Zivilisation hinter mir Dort ist alles ganz einfach es gibt Elend und Schmutz Ich habe irgendwie das Bedürfnis etwas ganz Persönliches und Hübsches mitzunehmen Später kam ein Brief von dieser Missionarin Stellt euch vor schrieb sie Der deutsche Bundespräsident kam auf seine Asienreise in unsere Gegend Er gab einen Empfang für alle Deutschen und ich war als Vertreterin der Lepra Arbeit dabei Ich war froh meine Stöckelschuhe hier zu haben denn in Bastlatschen hätte ich zu diesem Anlass doch komisch ausgesehen Und dann erzählte man sich am Buchenauerhof lange die Geschichte von dem Missionar der vor dem Packen zuerst einmal einen großen Eimer blaue Farbe kaufte Die Tonnen die außen meistens rostbraun aussehen und auch schon Kratzer haben weil die dem Gelsi gebraucht kauft strich er alle blau an Jeder der das sah wunderte sich Warum machst du das? wurde er immer wieder gefragt Er hatte seine Gründe Später auf dem Missionsfeld will ich die Tonnen als Vorratsbehälter benutzen In einigen fange ich Regenwasser auf In einer bewahre ich den Reis auf Mal sehen wie ich sie sonst noch gebrauchen kann Damit sie dann ordentlich aussehen streiche ich sie schön an Erfahrene Missionare rieten ihm Dann pack den Farbeimer lieber in die Tonne hinein und streich sie dort an Bei dem langen Transport zerkratzt doch die blaue Farbe ganz und gar Aber der junge Missionar ließ sich nicht aus dem Konzept bringen Mit wahrer Hingabe pinselte er Tonne um Tonne blau an Nehmen wir mal an dass der Missionar Wendel hieß Dann prägte man am Buchenauer Hof bald den neuen Begriff Wendel blau Seine Hose bekam wendel blaue Spritzer der Arbeitskittel wendel blaue Flecken Auf dem Fußboden im Packraum hinterließen die frisch gestrichenen Tonnen wendel blaue Spuren Sogar am Regal prangten wendel blaue Kleckse Als der Spediteur das Gepäck abholte brauchte niemand rätseln wessen Tonnen da auf die Reise ging Es Doch als die Tonnen nach vielen Wochen im südamerikanischen Erdteil aus dem Hafen geholt wurden da leuchtete das Wendel blau durchaus nicht mehr Verschmutzt zerkratzt verbeult machten die Tonnen einen Eindruck wie alte müde Krieger am Ende einer Schlacht Die schöne blaue Farbe hatte sogar Diebe angelockt weil sie diese Fässer für besonders wertvoll hielten Der junge Missionar sah seinen Fehler ein Ich hätte auf euren Rat hören sollen schrieb er später zum Buchen Auerhof und seitdem weiß es jeder Kandidat dass man die Fässer zum Transport nicht verschönern sollte Der Abschiedsabend Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen Die Tonnen sind gepackt Der Flug ist gebucht Die Aussendungsfeier in der Heimatgemeinde des Missionars fand statt In ein zwei oder drei Tagen wird die Abreise sein Jetzt ist es soweit Genau zu diesem Zeitpunkt findet am Buchenauerhof der Abschiedsabend statt Eine fröhlich ernste interne DMG Familienfeier Da sind alle dabei alle Mitarbeiter mit ihren Familien alle Kandidaten alle Missionare die gerade am Buchenauer Hof sind Jeder zieht sein schönstes Kleid oder seinen festlichsten Anzug an Die Damen aus dem Büro holen die langen Röcke aus dem Schrank Die jungen Herren sonst in derben Arbeitszeug prangen in gebügelten Hemden und mit festlichen Fliegen Missionarinnen aus Asien erscheinen im vornehmen Sari und die aus Afrika in handbedruckten und reich bestickten Gewändern Der Speisesaal ist sorgfältig mit Blumen geschmückt Die Stimmung ist gehoben Die Atmosphäre feierlich Was für ein Anlass Gott sendet einen Botschafter des Evangeliums hinaus Man beginnt mit dem fröhlichen Teil des Programms Wenn ihr jeder Meinung wart dass Mitarbeiter und Kandidaten eine Mission traurige ernste humorlose salbungsvolle Typen sein müssen dann solltet ihr mal an einem Abschiedsabend Mäuschen spielen Was wird da nicht alles gedichtet gesungen und gespielt Wie viele Tränen werden da gelacht Lustige Erlebnisse aus der Kandidatenzeit werden als Theaterstück vorgetragen Am beliebtesten sind kleine Pannen die eigentlich keiner wissen sollte Mit fröhlichem Entsetzen sieht sich die junge Missionarin die heute verabschiedet wird wie sie gerade von der Hausmutter ermahnt wird Nicht von der richtigen natürlich Eine Kandidatin ist in aller Stille in Schwester Liesel Zimmer geschlichen hat Rock und Bluse aus dem Schrank entwendet hat sich die Haare hausmütterlich frisiert und sogar extra eine Brille aufgesetzt Mit Mit dem unverkennbaren Tonfall und dem ermahnenden Zeigefinger der Hausmutter hörten es nun alle Mädchen Mädchen Was hast du auch für einen teilen Joghurt von Sinsheim mit gebracht Weißt du nicht dass wir sparen müssen 80 Pfennig für Joghurt das gäbe mir als Mission nicht aus Du musst doch die Preise vergleichen Wenn du mal heirat ist musst du auch sorgfältig wirtschaften Also nett nur grad für die DMG sondern auch für die Sell Mädchen Mädchen du musst sparen Einmal wäre es durch so ein lustiges Spiel fast zum ersten Ehekrach der jungen Missionare gekommen Sie hatten sich am Buchenauer Hof kennengelernt und lieb gewonnen Sie hatten gespürt dass Gott sie füreinander bestimmt hatte und zusammen aussenden wollte Sie hatten geheiratet und von lieben Freunden eine tolle Hochzeitsreise Wohin Das war ihr großes Geheimnis Das wurde keinem verraten Sie reisten ab Gut gelaunt und braun gebrannt kamen sie wieder Woher das wusste niemand Nicht eine einzige Bemerkung entfuhr ihre Lippen aus der man Rückschlüsse ziehen konnte Dann kam der Abschiedsabend Belustigt sahen beide der Spielszene zu Das sollte offensichtlich das junge Paar auf Hochzeitsreise sein Er hatte den Arm um sie gelegt und wie sie da im Speisesaal spazieren ging hörte man sie schwärmen Liebster sieh nur die Palmen und den See und die Sonne scheint so herrlich Er erwiderte beglückt Es ist wirklich wunderschön hier in Israel Das war das Stichwort Der junge richtige Missionar bekam eine steile Falte auf der Stirn Sein Blick sagte alles Sie hat es also doch weiter erzählt wo wir waren Sie die junge richtige Missionarsfrau war ebenso entrüstet so konnte es also doch nicht als Geheimnis hüten wohin die Hochzeitsreise ging aber jetzt war nicht der Moment sich Vorhaltungen zu machen gefasst erwarteten die beiden die nächste Szene man sah Schwester Gerda in der Waschküche vor einem ganzen Koffer voll schmutziger Wäsche unser junges Paar ist von der Reise zurück murmelte sie und sortierte Stück um Stück in die Wäschekörbe bei Hosen und Röcken fasste sie routinemäßig in die Taschen wie es Hausfrauen so tun um keine bösen Überraschungen mit verklebten Bonbons und zerfetzten Tempos zu riskieren und siehe da in einer Hosentasche fand sie ein Geldstück keinen Groschen und keine Mark sondern einen israelischen Schäkel sie stutzte dann wusste sie Bescheid hier sagte sie ihrer Mitarbeiterin sieh mal was ich gefunden habe jetzt wissen wir es die beiden waren in Israel im kleinen Kreis wurde das gelüftete Geheimnis bis zum Abschiedsabend gehütet und dann gekonnt vorgetragen also hatte sie es doch nicht weitererzählt also hatte er doch das Geheimnis bewahren können erleichtert schauten sie einander an und stimmten in das fröhliche Lachen aller ein Nein vollkommen Heilige werden da offensichtlich nicht verabschiedet sonst gäbe es bei diesen Abenden nicht so viel Stoff für lustige Gedichte Lieder und Szenen Nach dem fröhlichen Teil kommt das gemeinsame Eisessen das gehört schon richtig zur Tradition fragt da mal eines Tages so zwischen Tür und Angel ein Mitarbeiterkind die Hausmutter du Tante Liesel wann haben wir wieder einen Abschiedsabend die Hausmutter blickte wohlwollend gerührt auf das Mädchen wie sehr ist doch das Kind mit dem Werk verbunden denkt sie nächsten Freitag sagt sie worauf die kleine freudig ruft oder freue ich mich da gibt's wieder Eis nachdem alle Schälchen leer gelöffelt sind verabschieden sich die Kinder und gehen schlafen dann beginnt der ernstere Teil des Abends einer nach dem anderen gibt dem Missionar ein Bibelwort mit dabei läuft das Kassettengerät damit der Missionar wenn er vielleicht später mal Heimweh bekommt sich all die Verheißungen und Ermutigungen noch einmal anhören kann jeder hat unter Gebet und mit Sorgfalt ein Bibelwort ausgesucht Manche Bibelfers ergänzen sich und passen wunderbar zusammen Jetzt wird es ganz deutlich Missionsarbeit ist geistlicher Kampf Der Missionar reist aus wie ein Soldat in den Krieg Wird er gesund zurückkommen Das weiß allein Gott Werden sich Menschen für Jesus entscheiden Das darf man im Gebet erbitten So ist es dann ganz natürlich dass sich eine intensive Gebetsgemeinschaft anschließt Da wird auch für Eltern und Angehörige Gebete die zurückbleiben Wie wunderbar stärkend empfindet der Missionar trotz allem Abschiedsschmerz solches zusammenstehend Gebet Mit einem Lied wird der Abschiedsabend beschlossen Es ist jedes Mal dasselbe Lied das betend und ernsthaft gesungen wird Gott wird dich tragen drum sei nicht verzagt Zwei oder drei Tage später kommt dann der eigentliche Abschied Auch wenn man schon morgens um vier Uhr zum Flughafen nach Frankfurt abfahren muss versammelt sich die ganze Hausgemeinschaft trotzdem am Auto Die Koffer werden geladen Bruno Herm liest ein Wort Gottes als Wegbegleitung Es wird um Bewahrung auf der oft sehr langen Reise gebetet und um Gnade zum Dienst Und während die Autotüren zuklappen stimmen alle das Lied an nun aufwärts froh den Blick gewand und vorwärts fest den Schritt Wir gehen an unser Meisters Hand und unser Herr geht mit Da wischt mancher verstohlen die feuchten Augen da kollern auch sichtbar oft die Tränen aber im Herzen weiß man was wir singen ist Wahrheit Jesus geht mit Unter Gesang kommen dann gäbe und dann gäbe ein ganzen Schrank voll Bücher Denkt nur was es da alles an Neuem gibt Gleich wenn der Missionar aus dem Flugzeug steigt umgibt ihm ein ganz fremdes Land Er spürt ein ungewohntes Klima sei es Hitze oder Kälte Wer zum Beispiel im Januar bei 15 Grad Minus in Frankfurt abfliegt und nach einigen Stunden bei 35 Grad Hitze in Westafrika ankommt der muss 50 Grad Temperatur Unterschied verkraften Aber das ist nur der Anfang Der Missionar hört völlig unverständliche Sprachen bekommt ganz unbekannte Gerichte vorgesetzt und muss vor allem völlig anders aussehende und denkende Menschen verstehen liebhaben und ihr Vertrauen gewinnen Nach aller Vorbereitungen der Heimat geht das Lernen jetzt weiter Wie wichtig ist es da dass viele Gläubige für ihn beten Der schönste Augenblick im Leben eines Missionars ist gekommen wenn ein Einheimischer sein Leben Jesus übergibt Alles Lernen Aller Verzicht auf ein bequemes Leben Aller Einsatz Aller Schweiß und alle Tränen sind dann belohnt Mancher Missionar muss lange auf diese Belohnung warten und einige werden erst im Himmel belohnt werden Natürlich wollen die Missionsfreunde in Deutschland gern wissen wie es dem Missionar geht für den sie beten Darum sammelt die DMG die kurzen Berichte aus ihren Arbeitsgebieten und druckt alle zwei Monate die Zeitschrift Missionsberichte Am Anfang wurden davon nur wenige verschickt Darum genügt es wenn man mit dem fertig adressierten und frankierten Sendungen zu Post radelte Es passte alles auf den Gepäckträger Als die DMG wuchs wurde auch der Freundeskreis größer und da fing an alle Sendungen mit dem Handwagen zur Post zu karren Schließlich musste man sogar zweimal mit dem Handwagen losziehen bis alle Missionsberichte beim Postamt waren Als Hilde Heckeler sich einen Volkswagen kaufte packte man die gebündelten Sendungen in den Käfer und das war damals der ganz große Fortschritt Heute pendelt der Kleinbus einige Male zwischen dem Buchenauerhof und Sintzheim hin und her bis alle Missionsberichte geliefert sind Außerdem druckt die DMG extra für Kinder ein Missionsblatt Es heißt die Trommel ruft und ihr könnt es am Buchenauerhof bestellen Auch darin lest ihr von den Erlebnissen auf dem Missionsfeld und könnt für die genannten Anliegen beten Wisst ihr das ist richtig toll wenn man für einen Menschen am Ende der Welt gebetet hat und später liest dass er jetzt auch mit Jesus lebt Durch das Gebet kann man wirklich in der Missionsarbeit mithelfen Die meisten Missionare bleiben vier Jahre im Einsatz Manche nur drei und einige auch fünf Jahre bis sie zum Heimataufenthalt zurückkommen Das haben die Missionsgesellschaften unterschiedlich geregelt Und manchmal kommt der ausgesandte Missionar überhaupt nicht zurück sondern wird draußen auf seinem Missionsfeld von Gott abberufen in die Ewigkeit Die Frau des ersten DMG Missionars war die erste die nie wieder in die Heimat zurückkam Sie starb weil die ärztliche Hilfe nicht ausreichte Aber sie starb nicht mutlos und enttäuscht Bis zuletzt sang sie Loblieder und ging mit der Gewissheit in die Ewigkeit Ich bin einer den die Gnade fand Ein anderer Missionar kam bei einem Autounfall ums Leben Als er mit seiner Frau und dem Baby ausreiste brachten ihm die Mitarbeiter der DMG und die Angehörigen um Mitternacht nach Stuttgart zum Bahnhof Der Zug setzte sich schon in Bewegung als Gerhard das Fenster aufschob und in die Nacht hinaus rief Auf Wiedersehen wenn nicht mehr hier dann droben und genau so wird es sich erfüllen Natürlich kommen einem da manche Fragen War die lange Vorbereitungszeit für solche Missionare nicht ganz umsonst? Wenn es sowieso zu wenig Missionare gibt warum behütet Gott nicht all in jeder Gefahr und gibt ihnen eine eiserne Gesundheit? Wisst ihr solche Fragen kann uns kein Mensch beantworten nicht einmal der Direktor der DMG Solche Fragen könnte nur Gott beantworten und weil er weiß dass wir vieles nicht verstehen hat er uns in der Bibel sagen lassen Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken Jesaja 55 Wir beten zwar für die Missionare um Gesundheit und Schutz und es gibt viele Berichte wie Gott solche Gebete erhört hat aber wenn Gottes Plan anders ist dann wissen wir dass auch das bestimmt einen Sinn hat Der große Schreck im Speisewagen Heutzutage reisen die Missionare fast alle mit dem Flugzeug in ihr Einsatzland vor 20 oder 30 Jahren war das durchaus nicht so sondern damals buchte man fast nur Schiffsreisen und so wie man heute die Missionare zum Flughafen fährt so brachte man sie früher zum Schiff nach Rotterdam nach Venedig oder nach Marseille wieder einmal war es soweit Der Heimataufenthalt war beendet das Gepäck gepackt Die Missionarin nahm Abschied und Schwester Liesel sollte sie ans Schiff nach Genua begleiten Als beide so miteinander im Zug saßen hatte die Missionarin eine ganz besondere Idee Weißt du was sagte sie zur Hausmutter Ich hab noch ein rest deutsches Geld und damit möchte ich dir eine Freude machen Bitte komm mit mir in den Speisewagen Ich lade dich zum Mittagessen ein Die Hausmutter machte ein erstauntes Gesicht Irgendwie ging der Gedanke ihrer Sparsamkeit gegen den Strich Die Missionarin merkte das Ich hab mir selbst so etwas in diesem ganzen Jahr in Deutschland nicht gegönnt Aber weil ich nun für fünf Jahre weg gehe möchte ich uns etwas Besonderes leisten Die Hausmutter dachte nach Gewiss im Urwald musste sie ohnehin auf vieles verzichten da konnte sie nicht mal eine Tafel Schokolade kaufen War jetzt wirklich der Moment um zum Sparen zu ermahnen Also setzten sich beide in Speisewagen Vielleicht war es die großartige Atmosphäre dort oder das Bewusstsein des besonderen Augenblicks Jedenfalls kam keiner von beiden der Gedanke sich vom Kellner die Preise nennen zu lassen Wie eine Dame mit Welterfahrung winkte die Missionarin der Bedienung und verkündete Wir möchten nach der Karte speisen Also rechte Gaumenfreuden wurden da nun aufgetragen mit Salatteller Fisch als Vorspeise ein feines Hauptgericht und ein köstlicher Nachtisch Beide genossen das Essen lehnten sich auf dem bequemen Sitzen gemütlich zurück und plauderten angeregt von vergangenen und zukünftigen Zeiten Schließlich neigte sich der besondere Anlass dem Ende zu Die Missionarin gab dem Kellner ein Zeichen Herr Ober bitte zahlen Schwester Liesel sah diskret aus dem Fenster Sie war eingeladen worden und hatte mit der Rechnung nichts zu tun Da spürte sie plötzlich einen kräftigen Sturz unter dem Tisch sah eine offene Hand und hörte ein Bitten des Flüstern Es reicht nicht Hast du noch Geld mit Wie oft wurde die Geschichte später noch belustigt erzählt und beschmunzelt und wenn ich euch jetzt verrate wie viel Geld die Missionarin noch in der Tasche hatte dann müsst ihr bestimmt auch lachen Sie hatte genau 10 D-Mark Das hätte für ein Imbiss in der Pommesbute leicht gereicht aber nicht für den teuren Spaß im Speisewagen Die Hausmutter blieb gar nichts anderes übrig als tief in die Tasche zu lang Sie selbst hatte zwar auch nicht gewusst wie teuer ein Menü im Zug ist aber dass 10 D-Mark keinesfalls reichten das hätte sie gewusst wenn sie gewusst hätte was sie erst hinterher wusste Heimataufenthalt Ölscheiche und die Autobahn Nach dem Einsatz auf dem Missionsfeld kommt also der Heimataufenthalt von sechs bis zwölf Monaten und ob ihr es glaubt oder nicht auch dieser Wechsel kann schwierig sein Ist das ein kühler Sommer sagen die Missionare aus den Tropen und knöpfen die Jacke bis oben hinzu dabei ist es warm wie immer um diese Zeit die Missionars Kinder müssen sich in den deutschen Schulen zurecht finden müssen neue Freundschaften schließen und sollen plötzlich Salzkartoffeln mögen die Missionars Frauen merken dass kein Mensch mehr taillierte Mantel trägt und ihre Kinder mit weiten Hosenbein ausgelacht werden da heißt es wieder sich zurechtfinden sich anpassen und einleben Heimaturlaub so nennen manche Leute diese Zeit zwischen den Arbeitseinsätzen aber das Wort stimmt überhaupt nicht der Missionar ist zwar in der Heimat aber Urlaub hat er auch nur so viel wie andere Leute die übrigen Monate brauchen die Missionare zur Fortbildung zum Reisedienst für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen und für Missionsfeste zwei davon finden jedes Jahr am Buchenauer Hof statt eins für Jugendliche und eins für alle Leute auf der großen Wiese hinter dem Missionars Wohnheim wird dann jedes Mal ein riesiges Zelt aufgestellt in dem bestimmt 2000 Leute Platz haben aus der ganzen Umgebung kommen den Missionsfreunde angereist alle Wiesen werden für Parkplätze gebraucht mittags gibt es für alle warme Würstchen und so kann man den ganzen Sonntag am Buchenauer Hof bleiben kann alte Missionare und neue Kandidaten kennenlernen und die interessanten Berichte aus der Arbeit in aller Welt hören Viele Missionare tragen die Kleidung die in ihrem Einsatzland üblich ist Da sehen manche aus wie Ölscheiche andere wie Beduinen Frauen andere wie afrikanische Eingeborene Einige singen in südamerikanischen oder philippinischen Sprachen zitieren Bibelferse auf Arabisch oder küssen sich auf Eskimonesisch Wisst ihr wie das geht? Man reibt die Nasen einander Nein langweilig ist das ganz und gar nicht wenn man so ein Missionsfest miterlebt und für Kinder gibt es sowieso immer ein tolles extra Programm Eine besondere Schwierigkeit die Missionare im Heimataufenthalt meistern müssen will ich euch noch verraten Das ist der deutsche Autoverkehr Wenn da einer jahrelang mit seinem Jeep durch entlegene Busch gekurvt ist dann muss er sich an die deutschen Autobahnen erst wieder gewöhnen Da kann es schon mal passieren dass man sich auf der Basler Autobahn ganz gründlich täuscht Und das kam so Die Hausmutter musste nach Bochum reisen und sollte am nächsten Tag um 11 Uhr dort sein Das trifft sich gut Ich fahre morgen in dieselbe Gegend und kann dich mitnehmen sagte eine Missionarin die gerade im Heimataufenthalt am Buchenauer Hof war Beide freuten sich über die gute Gelegenheit mal ein paar Stunden zusammen zu sein denn man hatte sich lang nicht mehr gesehen Schon sehr früh um halb sechs ging die Reise los denn Bochum ist weit und man wollte rechtzeitig ankommen was gab es da alles zu erzählen keine von den beiden bemerkten dass sie soeben an Karlsruhe vorbeifuhren obwohl sie doch Richtung Norden wollten im Vorbeifahren sah Schwester Liesel ein Schild und sagte du da steht was von Basel das kann doch nicht stimmen die Missionarin reagierte gelassen ach weißt du die Autobahn heißt Basel Autobahn das hat mit der Richtung nichts zu tun das ist aber unlogisch wunderte sich die Hausmutter wie sollen sich da zum Beispiel Ausländer zurechtfinden wenn so eine lange Autobahn Basler Autobahn heißt auch wenn sie nach Norden geht ja es gibt so manches was unlogisch ist seufzte die Missionarin dann ging das unterbrochene Gespräch weiter und die Fahrt auch eine Zeit lang später sah die Hausmutter plötzlich das Ausfall Schild nach Baden Baden Halt wir sind verkehrt rief sie Baden Baden das ist doch nicht bei Bochum erschrocken lenkte die Missionarin den Wagen in die Ausfahrtspur sie folgte den Hinweisschildern und war bald darauf wieder auf der Autobahn dieses Mal in der anderen Richtung es war still im Wagen Schwester Liesel dachte wie komme ich nun bloß bis elf Uhr nach Bochum der Missionarin tat der Irrtum leid bist du mir nun böse wollte sie zaghaft wissen nein versicherte die Hausmutter das ist schließlich unsere Privatsache wie wir nach Bochum fahren ob über Frankfurt oder über Baden Baden übrigens waren die beiden trotzdem pünktlich in Bochum obwohl es ihnen wie ein Wunder vorkam Freude und Traurigkeit wie in einer Familie zweimal im Jahr wird am Buchenauer Hof jedes Zimmer jedes Bett und jede Matratze gebraucht denn zweimal im Jahr ist ein Rüstkurs für Missionare und Kandidaten dazu kommen alle Missionare die gerade im Heimataufteil sind auch wenn sie in Norddeutschland oder sonst wo anders wohnen wenn der Rüstkurs in die Oster- oder Herbstferien fällt dann kommen natürlich auch alle Kinder mit angereist klar dass man da eng zusammen rücken muss wenn die Hausmutter mit ihren Helfern also alle Zimmer verteilt und alle Betten gerichtet hat ist schon etwas ganz Großes geleistet was gibt es da für herzliche Begrüßungen manche Missionare waren vor vielen Jahren als Kandidaten zusammen bei der DMG und treffen sich nun nach langer Zeit zum ersten Mal wieder wie sind die Kinder gewachsen was hat man alles erlebt andere sehen sich zum ersten Mal ihr seid also die Familie Jung heißt es dann auf dem Bild seht ihr ganz anders aus das wisst ihr vielleicht dass die DMG alle Fotos ihrer Missionare und Mitarbeiter auf ein großes Faltblatt mit sieben Seiten gedruckt hat so dass man jeden Tag der Woche für einen Teil von ihnen beten kann so kennen sich viele nach dem Bild aber nicht persönlich Am ersten Abend des Rüstkurses wird das nachgeholt da nimmt man sich Zeit um vorstellen und kennenlernen eine Woche lang bleiben alle zusammen ein eingeladener Redner behandelt Themen der Bibel die alle interessieren zwischendurch kann man miteinander reden Meinungen austauschen und voneinander lernen beim Rüstkurs lernen die Missionare die neuen Kandidaten kennen und die Kandidaten können die erfahrenen Missionare alles fragen was sie gern wissen möchten die Kinder machen in der Zeit die Gegend unsicher in alten Anoraks und Stiefeln vergnügen sie sich im Wald auf den Wiesen und im Garten die kleineren werden von Kandidaten abwechselnd gehütet und beschäftigt die Woche schließt am Samstag Vormittag mit einer Abend mal Feier ab wohl kaum eine andere Veranstaltung trägt so dazu bei dass alle sich wie eine große Familie fühlen man hat Freuden und Probleme der Missionsarbeit miteinander geteilt man hat zusammen Gott gelobt und ihn für alle Hilfe und Bewahrung gedankt und hat dem Herrn gemeinsam allen Kummer alle Schwierigkeiten gesagt das habt ihr vielleicht schon selbst gemerkt dass man im Leben Schönes und Trauriges erlebt Lachen und Weinen Freuden und Sorgen warum sollte das in der DMG Familie anders sein da waren alle betroffen als eine junge Missionarin nach dem Sprachstudium und nur zwei Monaten Missionsarbeit in Nepal zurück nach Deutschland kommen musste ein böser Husten machte ihr zu schaffen und recht bald stellten die Ärzte Lungenkrebs fest ganz treu wurde für Dietlinde gebetet Gott heilte sie nicht aber er schenkte ihr bis zu ihrem Tod einen tiefen Frieden der Angehörige Nachbarn und Pflegepersonal im Krankenhaus sehr beeindruckte hatten schon Dietlindes zielstrebige Vorbereitungen für die Missionsarbeit viele nachdenklich gemacht so zeigte ihr tapfer ertragenes Leiden allen ganz klar dass ihre Kraftquelle allein in Jesus war als Gott vor vielen Jahren ganz unerwartet die Frau des Missionsdirektors in die Ewigkeit abrief da entstand spontan eine Gebetsgemeinschaft um die ganze Welt alle die im G-Missionare wo sie auch gerade im Einsatz waren beteten für die sechs Kinder die plötzlich keine Mutter mehr hatten sie beteten auch für ihren Direktor und viel Kraft dieses große Leid zu tragen und Gott hat all diese Gebete wunderbar erhört Bruno Herm erlebte Gottes Trost und Frieden so spürbar dass er ein Traktat mit dem Titel ist ist das Gott Gott der Liebe schreiben konnte es wurde in sehr große Auflagen gedruckt verschickt und gelangte bis in den hintersten Winkel Russlands wie vielen Menschen die selbst liebe Angehörige verloren hatten ist dieses Traktat Hilfe und Trost geworden natürlich betete die ganze DMG Familie eine neue Mutter für die Kinder und auch darin hat Gott wunderbar geführt nach viel Gebet schrieb Bruno Herm einer Missionarin in Äthiopien ob sie bereit war die große Lücke in der Familie zu füllen Evelyn war ratlos sie sah die wichtige Aufgabe an den Kindern wusste aber auch um die Notwendigkeit der Arbeit in Äthiopien sie betete und überlegte und schrieb schließlich eine Antwort eine Absage seltsamerweise ging gerade dieser Brief verloren offensichtlich war ihr Entschluss nicht richtig Gott redete zu ihrem Herzen und nun ist sie schon viele Jahre die Ehefrau des Missionsdirektors und hat auch seine Kinder von Herzen lieb ja auch die DMG Familie trifft Leid wie gut dass man wirklich alles im Gebet Gott sagen kann die DMG wächst immer noch wenn ihr meint die Geschichte der DMG sei nun bald zu Ende weil das Buch fast durch gelesen ist dann täuscht ihr euch da gab es schon wieder Gebete um Baugenehmigungen und Lärm von Baggern das bisher größte und teuerste Bauprojekt wurde in Angriff genommen dazu schickte Gott extra einen Bauleiter zum Buchnauerhof der dort mit seiner Familie wohnt und sich um alles kümmert zuerst entstand so etwas wie ein Rentnerwohnheim für Missionare und Mitarbeiter im Ruhestand wie schön dass sie nun nicht irgendwo den Lebensabend verbringen müssen wo sie ganz fremd sind sondern dass sie in der Missionsheimat bleiben können aber weil es im Haus auch Zimmer für Missionare im Heimataufenthalt und für Gäste gibt nennt man es gar nicht Altenheim sondern Haus Afrika jedes Zimmer ist nämlich nach einem afrikanischen Land benannt so kann es sein dass man in Liberia schläft oder Ägypten Kenia oder Äthiopien wenn man am Buchenauerhof übernachtet auch bei diesem Haus lenkte Gott vielen Menschen das Herz sodass sie Geld oder Türen oder Fliesen schenkten eine Überraschung war der über 70 jährige Mann der sich eines Tages im Büro meldete und sagte ich bin Fliesenleger ich will gern alle Küchen und Bäder kacheln fast ohne Pause war der Mann im Einsatz und arbeitete oft noch spätabends er verlegte alle Fliesen im ganzen großen Haus egal ob an Wänden oder Fußböden als alles fertig war wollte er keinen Lohn und keinen Dank denn er hatte alle Arbeit für Jesus getan ein anderes Ereignis waren die beiden Schreiner die ihre Hilfe anboten sie kannten sich nicht und wussten nichts voneinander aber der eine war bereit alle Einbauschränke zu schreinern und sagte dazu nur die Tür nicht der andere schrieb ich liefere alle Türen für das ganze Haus auch Schranktüren wenn sie nötig sind nur keine Einbauschränke nein das war kein Zufall das war Gott der für alles nötige sorgte bei der Einrichtung des Hauses halfen Frauen mit an die man nie gedacht hätte sie wohnten weit entfernt und haben den Buchnauer Hof nie gesehen sie sind arm und haben keine Reichtümer zu verschenken sie wohnen in Thailand und können neben ihrer Haus und Feldarbeit nichts anderes als Weben viele kleiden dadurch ihre Familien und wenn sie das gewebte verkaufen haben sie etwas Geld für andere nötige Dinge diese thailändischen Frauen schickten eine ganze Ladung handgewebte Decken Servietten Taschen und Hemden zum Buchnauer Hof sie sollten dort für Geldspenden abgegeben werden und der Erlös sollte mithelfen das neue Wohnheim einzurichten Warum brachten diese armen Frauen solch ein großes Opfer? Hätten sie das Geld nicht viel nötiger selbst gebraucht? Gewiss aber sie hörten von ihrer Missionarin das Evangelium durch sie lernten sie Jesus kennen sie sind ihrer Missionarin sehr dankbar für die jahrelange Arbeit und haben sie lieb sie möchten dass sie ein Zuhause hat wenn sie einmal alt ist und nicht mehr in Thailand arbeiten kann nein da besteht kein zweifel auch das Haus Afrika ist ein Haus voller Wunder Gottes am anderen Ende des großen Bauplatzes entsteht ein neuer Speisesaal und eine neue Küche die dmg ist so sehr gewachsen dass man zu besonderen Ereignissen wie Rüstkurs Jubiläum Geburtstags und Weihnachtsfeier schon den Gottesdienstsaal im Schloss ausräumen muss um alle zu den Mahlzeiten unterzubringen so kommt es dass man eigentlich immer weiter erzählen könnte denn einen richtigen Schlusspunkt kann man niemals hinter die dmg Geschichte setzen zwei schwierige Fragen zum Buchenauerhof gehören eigentlich immer Kinder sie buddeln im Sand sie bevölkern die Schaukel sie treten die Dreirad Pedale sie schießen den Fußball sie suchen Kastanien sie rufen und lachen sie streiten und weinen manchmal muss man sie auch ermahnen so wie an dem Tag als die Hausmutter das sandige Treppenhaus entdeckte es war gerade gefegt worden und nun dieser Unfug da kam ihr der kleine Timmy in die Quere gewiss war er der Übeltäter sie schimpfte mit ihm riecht die Meinung Timmy war ganz geknickt er war es zwar wirklich gewesen aber nicht allein darum fühlte er sich jetzt ungerecht behandelt aber ihm fehlten die Worte zu seiner Verteidigung kurz darauf kam die Hausmutter wieder an der sandigen Stelle vorbei wie ein Häuflein elend saß Timmy auf der Treppe hat den Kopf in beide Hände gestützt und schielte zwischen den Fingern zur konnte er sich nicht mehr beherrschen da platzte es triumphierend aus ihm heraus das will ich dir sagen du bist nicht der Chef vom Buchenauer Hof kein Wunder dass die Hausmutter sich nur mühsam das Lachen verkneifen konnte ein andermal saß Timmy auf seinem Dreirad in der Sonne aber er fuhr nicht denn er dachte nach auch dazu muss man sich manchmal Zeit nehmen da kam die Hausmutter vorbei du rief er ihr zu wem gehört eigentlich die Bank da der Mission und das Haus der Mission und die Garage auch der Mission darauf Timmy ganz verwundert wo ist denn die Mission könnt ihr ihm das beantworten nachdem ihr nun ein ganzes Buch über die DMG gehört habt so einfach ist das gar nicht wo ist denn die Mission am Buchenauerhof oder irgendwo im Ausland Mission das betrifft wohl die Missionare aber die Mitarbeiter zu Hause gehören unbedingt dazu und die vielen Christen die Geld opfern und beten ohne sie geschieht auch keine Mission Mission ist der Auftrag den Jesus uns gegeben hat jeder der zur Ausführung beiträgt tut Mission und wer ist der Chef vom Buchnauerhof Timmy meint die Hausmutter ist es nicht wer denn etwa der Missionsdirektor oder der erste Vorsitzende sie unterschreiben die Briefe aber sind sie wirklich der Chef was tut denn überhaupt ein Chef er stellt die Mitarbeiter ein er teilt die Arbeit zu er sorgt für die Arbeitsräume er zahlt jedem seinen Lohn und er trägt die Verantwortung und wie ist das bei der DMG Gott stellt die Mitarbeiter ein Gott teilt die Arbeit zu Gott sorgt für die Arbeitsräume Gott zahlt jedem seinen Lohn Gott trägt die Verantwortung dann ist alles klar Gott ist der Chef vom Buchenauer Hof Nachwort 2021 Seit dem Aufschreiben der Geschichten sind inzwischen über 35 weitere Jahre vergangen Vieles hat sich verändert die DMG bleibt in Bewegung das DMG Team die Missionare und Gäste genießen bereits seit 50 Jahren den Buchenauer Hof als Heimatzentrale als Platz zum Arbeiten und Auftanken auch heute erleben wir wie Gott versorgt mit Wundern oder indem er Menschen gebraucht die ihren Beitrag zu seiner Mission genau im richtigen Moment ein bringen vor kurzem erhielten wir beispielsweise die vollständige Ausstattung für einen neuen Spielplatz als Spende direkt vom Hersteller so große Spielgeräte hätten wir uns selbst wohl nicht gegönnt Gott hat uns damit überrascht der Transport war mit unseren Fahrzeugen nicht möglich es wurde ein 40 Tonnen LKW benötigt sogar die Lieferkosten wurden von der Spedition übernommen Was für ein Geschenk Wir sehen wie vor 40 50 oder 70 Jahren Gott ist treu und gibt uns alles was wir brauchen oft sogar mehr Dass etwa 400 Mitarbeiter seit Jahren jeden Tag durch Spenden versorgt sind erleben wir als Gottes Wunder Zwei Leitverse der DMG hängen seit Jahrzehnten in unserer Schlosskapelle Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker und das Evangelium muss verkündigt werden unter allen Völkern Markus 13 Vers 10 Danke wenn auch sie sich so an Gottes Mission beteiligen im Gebet für die Völker dieser Welt und in dem Anliegen die gute Nachricht von Jesus Christus bekannt zu machen damit Menschen Gott begegnen